Herzlich willkommen zurück zur Premiere Tour hier auf Summoners in live. Wir sind mit dem Stop Köln jetzt an der Reihe. Zwei haben wir schon hinter uns in Hamburg, in Berlin. Jetzt ist Köln auf der Gamescom dran. Mal sehen, was in der Zukunft noch alles so kommt. Wir sind auf jeden Fall bereit für die Viertelfinalpartie zwischen Big und den Jungs von AdHoc Gaming. Und die werden wir jetzt gleich beobachten. Wir wollen aber noch einmal ins Bracket reingucken für die Leute, die vielleicht hier zugeschaltet haben und sich fragen, was läuft denn jetzt parallel oder was ist denn parallel gelaufen? Deswegen gehen wir noch einmal in den Turnierbaum rein. Zack, da ist er schon. ESG hat eben 2 zu 0 gegen SPG gewonnen und sind somit am kommenden Sonntag im Halbfinale. Der Gegner wird jetzt festgestellt zwischen AdHoc Gaming und Big. Das gucken wir uns hier jetzt an. Mousesports hat gewonnen gegen DCG. Und SK Gaming ist jetzt dran auf RiotGames.de gegen AEQ Esports. Und die werden dann auch kommenden Sonntag antreten. Aber da werden wir hier auf jeden Fall auch alle Spiele zeigen. Ist jetzt gerade für Big eine sehr, sehr wichtige Begegnung, weil ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, was die Punkteverteilung angeht, aber Big und Maus sind ja in einem sehr, sehr engen Rennen aktuell. Maus hat tatsächlich sogar mehr Punkte aktuell als Big, weil Big letztens im Spiel um Platz 3 gegen AEQ verloren hat. Richtig. Das bedeutet, sollten sie jetzt rausfliegen, dann sind sie für die European Masters schon mal nicht mehr, also sie kommen nicht mehr in Frage. Dann ist Maus sogar sicher, glaube ich. Nee, wobei, wenn AEQ gewinnen sollte, die ganze Premier Tour, haben die, glaube ich, auch noch eine Chance. Aber im Prinzip muss Big jetzt gewinnen, um noch eine Chance zu haben, auf die European Masters zu fahren oder zu spielen eher. Für Ad-Hoc Gaming hat sich das Thema schon erledigt im letzten Cup, aber jetzt sind sie trotzdem natürlich nochmal gewillt, hier bei der Premier Tour zu zeigen, was in ihnen steckt. Und sie wollen natürlich auch hier performen. Und Akali, direkt der Bann gegen Xio hier an der Stelle. Ja, ich meine, im letzten Spiel hat man gesehen, dass die auf jeden Fall snowballen kann, auch ein gefährlicher Pick ist. Hat zwar am Ende nicht gereicht für SPG, aber trotzdem. Also Xio ja auch schon letzte Woche gezeigt, dass das wirklich ein unangenehmer Geselle sein kann. Ansonsten noch der Gravespunt gegen Don Arz. Wundert jetzt niemanden. Kindred wird auch relativ häufig gegen ihn noch rausgenommen. Jetzt wieder noch den Tahm Kench-Bund. Swipe, ein sehr, sehr guter Tahm Kench-Spieler. Auch ein Champion, den Ad-Hoc sehr, sehr häufig für sich wählt. Und ansonsten, man merkt halt, finde ich, immer, dass, also die Tahm Slakes sind halt von Team zu Team immer komplett unterschiedlich. Bin auch gespannt. Ad-Hoc aktuell, würde ich sagen, nehmen ESG mit das stärkste Team auf jeden Fall. Spielen einen sehr kontrollierten Spielstil, im Vergleich zu dem, was wir eben gesehen haben. Ad-Hocs Bann auf der Red-Side eigentlich noch Pflicht. Haben wir jetzt zweimal ignoriert gesehen, interessanterweise. Wobei man auch sagen muss, ESG hat gespielt. Ja, da ist alles egal. Also da hat man wahrscheinlich die Prioritäten anders, aber generell muss ich sowieso sagen, in der deutschsprachigen Szene ist es generell so, dass man sich auf die Comfort-Picks konzentriert, dass man sich auf die Picks konzentriert, die die einzelnen Spieler in dem Team stark machen. Und das haben wir schon in den letzten Wochen immer häufiger gesehen. Auf jeden Fall. Last Bann jetzt noch die Talia auf der Blue-Side sogar. Normalerweise immer noch ein attraktiver Blue-Side-First-Pick für den Jungle. Aber da hat man anderes anscheinend geplant. Wie gesagt, die Kindred sollte hier, denke ich, noch eine hohe Priorität haben. Lurok ist auch aktuell in Solo-Cue komplett am Rasieren. Letztes Update, was ich gestern gehabt hatte, Rank 13 Challenger. Hat da ein 19er Windstreak hingehauen, wenn mich nicht alles täuscht. Also der Junge ist richtig am Rasieren aktuell. Nocturne jetzt auch nochmal gebannt. Und First-Pick geht man für den Varus. Der jetzt halt wirklich gerade auch mit diesem Lethality-Build immer so ein bisschen weiter zurückgekommen ist. Navio hat heute schon Varus ausgepackt. Ist zwar auf On-Hit gegangen, ist aber 19 Kills nach vorne gekommen. Hat da wirklich ordentlich rasiert. Navio generell ein begnadeter AD-Carry-Spieler. Und da bin ich gespannt, wie die Antwort lauten wird. Die Antwort werden wir jetzt in wenigen Augenblicken sehen. Wie ist denn deine Lage zu dieser Bann-Geschichte, Johnny? Wie siehst du das? Soll man hier für die Comfort-Picks gehen oder muss man sich da an die Meta halten? Also ich denke, generell sind Comfort-Picks eine sehr gute Idee. Es gibt halt nur Ausnahmen quasi, wo Meta-Picks halt einfach unfassbar dominant sind. Wir hatten den... Der Aatrox, der geht ja. Der Aatrox davor, der muss halt einfach Bann so. Egal, ob der jetzt Comfort ist oder nicht. Oder Akadi ist vielleicht auf einem etwas ähnlichen Level oder kommt zumindest auf den Weg dahin. Deswegen würde ich sagen, man kann immer ein paar Comfort-Picks rausbannen. Aber das geht vor allem für die Blue-Side. Okay, Mann. Dann geht es hier für Gragas. Das ist ein starker Flex-Picker aktuell, der auf drei, teilweise sogar vier Positionen gespielt werden kann. Und Ezreal sehr früh eingeloggt. Hat jetzt nicht wirklich ein gutes Match-Up gegen Varus. Du hast auf der Lane sehr viel Pressure gegen dich. Du wirst ziemlich reingepusht. Du bist durchaus anfällig, All-In zu werden ab Level 6. Aber es ist trotzdem ein vergleichsweise sicherer Champion. Also keiner ist so wirklich vor der Varus-Ultimate sicher. Auf deiner Seite sichert man sich jetzt Trundle. Auch das ist ein Champion, den man heute schon zweimal bei Donnerhards gesehen hat. Auch das ist ein Champion, der im Jungle aktuell sehr, sehr gut funktioniert. Im Prinzip keine schlechten Match-Ups hat. Einer der besten Jungle-Blind-Picks aktuell ist, wenn man denn Meta-orientiert spielt und nicht Agorin heißt. Und Rumble auch da nicht nur ein Flex-Pick, der theoretisch in die Mitte gehen kann, sondern ebenso einfach ein super, super starker Champion. Gerade auch, wenn Gragas zum Beispiel nach oben gehen sollte. Jetzt der Asir-Pick. Ziemlich spät eingeloggt, aber trotzdem jetzt hier für Xio, der sich auch in der Vergangenheit schon immer mal wieder gezeigt hat, dass er auf diesen Champion auch nach seiner Leistung abrufen kann. Also die beiden Teams konzentrieren sich hier deutlich mehr auf Meta-Picks, als es bei ESG und SPG der Fall war. Jetzt wird hier nochmal die Zoe rausgenommen. Immer noch ein sehr, sehr ekliger Champion. Ich kann mir vorstellen, dass noch ein Yasuo-Band kommt, oder? Von? Von den Seiten von AHQ, von Artwork Gaming, weil die Trollias-Kombo ist ja disgusting. AHQ ist kein Team. A-H-G-A-Tool. Aber ich habe auch letztens immer AHQ gesagt, also es war auch schwierig. Ja, manchmal hat man so Dreh im Kopf. Ja, es gibt ja jetzt wirklich, in Deutsch gibt es ja AHG, AEQ und in Taiwan AHQ. Ja, es ist halt RIP. RIP für das Gehirn, Darius-Band kommt hier raus. Ich wusste gar nicht, dass er gegen Rumble so gefürchtet ist, aber klar, effektive Range. Ja, und du kannst halt, denke ich, sehr, sehr früh auch auf MR gehen. Und Hebels sammelt gerade auch diesen Penetration-lastigen Item-Bild bei Rumble ziemlich aus. Last-Band jetzt auf der Seite von Atock. Ich denke, man wäre hier mit einem Support-Band vielleicht noch ganz gut geberaten. So ein Braum fände ich hier noch nicht verkehrt. Rise wird hier stattdessen rausgenommen. Gegen Asie hat man früher sehr, sehr häufig gesehen. Letzter-Band jetzt zumindest von Seiten von Big und somit auch der Letzte in dieser Partie. Mal sehen, was sie jetzt hier noch rausnehmen wollen. Support könnte man noch rausnehmen. Braum aktuell noch offen. Und vielleicht die Möglichkeit, weil sie haben jetzt nicht den First-Pick, daran was zu ändern. Lassen sich hier Zeit und es wird Morgana. Ja, gegen Varus auf jeden Fall nicht verkehrt. Hebelt den Champion einfach ein Stück weit aus. Du brauchst gute Reaktionszeit, um die Varus-Ultimate-Spell schieben zu können. Aber es ist einfach trotzdem ein sehr, sehr effektiver Weg. Und auch mit Asyl gar nicht so schlecht. Plus, es ist sehr anfällig. Varus hat nicht wirklich eine Antwort darauf, wenn er angeflasht wird mit der Ultimate. Die Sin jetzt hier gehabert. Ich bin gespannt. Lurox, wie gesagt, aktuell sehr, sehr on-point in Solo. Mal gucken, ob er das hier auch replizieren kann. Dann Kha'Zix da eben auch einer seiner favorisierten Champions. Wir haben ja vorhin wirklich auch bei Argoring gesehen, wie vielseitig der Champion ist. Es ist im Prinzip ein Assassin und kann trotzdem als Engage dienen, aber indem er Engage wird. Das ist halt das Aberwitzige. Und es funktioniert sogar. Das macht es fast noch absurder. Man lässt auch den Support-Pick noch offen, damit man diesen Gragas noch so ein bisschen als Flex hat. Weil der kann ja auf jeden Fall theoretisch noch auf die Support-Position. Jhin jetzt eingeloggt. Was bedeutet, es wird eine Varus-Lethalty-Variante in der Mitte. Funktioniert gegen Arsie ganz gut, einfach nur weil du im Endeffekt genauso viel oder sogar mehr effektive Rangers hast. Du hast trotzdem guten Push. Du hast mit Jhin-Varus eine sehr, sehr gute Poke-Comp. Generell, du hast jetzt eine reine Poke-Comp. Mit Rumble auch noch mit sehr viel Burst-Image her. Trundle-Pillar in einer Poke-Comp schon immer sehr, sehr effektiv gewesen. Braum noch als Disengage. Also das ist eine Poke-Comp, wie sie aktuell so ein bisschen im Bilderbuch steht. Aber trotzdem eine ganz andere, als wie zum Beispiel ESG sie draften würde. Finde ich interessant. Ich bin großer Fan von der Pick-and-Budden-Phase. Also dass man diesen Varus hier als Flex hatte. Und da sind die Jungs von Atok auch so ein bisschen reingewatscht mit diesem Asier-Pick. Also das hat echt gut funktioniert. Jetzt ist es gar nicht auf dem Schirm. Haben wir noch zwei Midliner rausgebannt. Und jetzt wird es der Varus auf der Midliner. Ich muss sagen, ich habe ihn bis jetzt einmal gesehen in China und einmal in Korea. Und beide Male, muss ich sagen, hat er mich nicht voll jetzt überzeugt. Weil vom Damage her war das Disziplin. Aber ich habe beide Games auch gesehen. Die sind ja beide aber vom Losing-Team gepickt worden. Deswegen muss man das immer ein bisschen im Kontext sehen. Das Problem, was ich hier bei Atok so ein bisschen sehe, ist, die spielen gegen eine Poke-Comp, selbst aber mit nahezu, also nicht keinem, aber wirklich begrenztem Engage. Also der Gragas ist im Prinzip die einzige Reliable-Engage-Aktion, die jetzt von... Ich bin halt selber Poke auf eine gewisse Art. Aber halt deutlich schwächer, finde ich. Also ich finde Varus, Jhin, Rumble, selbst mit dem Trundle noch dazu, funktioniert einfach in der Poke-Comp deutlich, deutlich besser. Du hast natürlich mit der Jenna Ultimate eine Möglichkeit, nochmal so ein bisschen Sustain aufzubauen. Und wie du schon angesprochen hast, du hast natürlich selber auch Poke mit Arsene, mit Ezreal und Kragas ist ja ein Engage-Champion. Aber ob ein Engage reicht, gerade auf der Top-Lane, der ja oft sehr isoliert ist, das ist hier die Frage. Das ist richtig. Ja, wir haben jetzt natürlich nochmal kurz Zeit, das Spiel so ein bisschen zu voranalysieren. Atok Gaming, ein Team, was jetzt, wenn sie hier dieses Best of Three gewinnen sollten, erneut auf ESG-Treffen und in den letzten Wochen haben die sich so ein bisschen zum Nemesis entwickelt. Wir haben bei der Premier Tour im Finale in Berlin dann schon drüber gesprochen. Wir hatten Xio da, wir hatten Tolkien da und die waren auch ein bisschen sprachlos teilweise, wenn man sie gefragt hat, so ja, was macht man denn gegen diesen ESG-Effekt? Und jetzt sind sie gegen Big dran, die auch schon im Finale standen bei der Premier Tour. Sind sie so ein bisschen auf der unglücklichen Seite, gerade was der Turnierbäume angeht, haben sie da so ein bisschen Pech an dieser Stelle? Ja, also ich denke schon, dass der Turnierbaum vielleicht nicht 100% 50-50 balanciert ist, aber insgesamt am Ende musste halt durchkommen. Klar ist es jetzt bitter, gerade, weil wir angesprochen hatten, dieses Maus-Big-Szenario, was die European Masters angeht. Da kann es jetzt natürlich sehr, sehr bitter sein, wenn sie hier ausscheiden sollten. Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, dass Atok aktuell zumindest in der Premier Tour nicht zu den stärksten Teams zählt. Sie sind jetzt eigentlich schon safe raus. Ich glaube, selbst wenn sie diese Premier Tour gewinnen sollten, haben sie kaum noch eine Chance oder überhaupt keine Chance mehr, auf die European Masters zu kommen. Das heißt, in den ersten beiden Qualifier lief es extrem schlecht für sie, was ein bisschen ärgerlich ist, weil in der Summoners-In-League und vor allem in der ESL-Meisterschaft sind sie das stärkste Team neben ESG und auch das Team, was ESG mit am meisten Probleme macht. Nur haben wir sie noch nie in einem Offline-Finale gegen ESG sehen können, weil sie in den Qualifiern leider immer reinschoken. Mal gucken, ob das hier heute auch der Fall sein wird. Ja, werden wir natürlich beobachten. Auf der anderen Seite Big, die waren schon im Finale ebenfalls gegen ESG und auch da hat man gemerkt, ein 3 zu 1 war relativ eindeutig. Jetzt muss man gegen dieses Team im Halbfinale ran. Egal, wer jetzt hier heute gewinnt, darf als nächstes gegen ESG antreten. Überlegt man sich eigentlich jetzt als Zuschauer oder als Außenstehender eigentlich nur noch, gegen wen muss ESG diesmal im Finale ran? Oder sind da noch Möglichkeiten, quasi ESG auch mal im Halbfinale nach Hause zu schicken? Also ich denke, heute auf jeden Fall, der Siegerteam hier muss ja gegen ESG antreten. Ich denke, wie gesagt, Atock ist das Team, was aktuell ESG auf jeden Fall am meisten Probleme macht, weil sie im Prinzip einen vergleichbaren Playstyle haben. Auch dieses Scaling, später aktiv werden, Early-Game ruhig spielen. Nur sie spielen ein sehr, sehr gutes Late-Game. Das ist halt das Ding. Und normalerweise sind die meisten Teams, die versuchen gegen ESG zu scannen, einfach unterlegen im späteren Spielverlauf. Und bei Atock ist das seltener der Fall. Wir erinnern uns ja auch an die letzte Premier-Tour, ans Viertelfinale war das, glaube ich, oder was, Halbfinale. Aber auf jeden Fall, als Atock gegen ESG angetreten ist und dann 2-1 verloren hat, das ist eine Begegnung, die sie eigentlich hätten 2-0 gewinnen müssen, wenn man sich diesen Backdoor nochmal vor Augen hält. Von daher bin ich gespannt. Big, wie gesagt, vor einer schwierigen Aufgabe, müssen heute gegen Atock gewinnen, um noch eine Chance auf die WP und Masters zu haben. Müssen dann auch noch gegen ESG gewinnen, um ihre Chance zu vergrößern. Also ich denke, das wird ziemlich spannend. Ja, aber wir werden natürlich parallel, wie gesagt, immer wieder mal auf das Bracket gucken, um zu schauen, wie es bei SK und Maus dann läuft. Da haben wir dann natürlich auch eine ähnliche Situation. Maus-Bots möchte dann natürlich auch unbedingt gewinnen. Aber wir sehen es jetzt hier nochmal. Maus-Bots muss ja da dann auch... Warte mal, ach Quatsch. Wir wissen ja gar nicht, ob Maus-Bots gegen SK geben. Ich bin schon irgendwie gedanklich weiter gewesen. IQ hat natürlich auch noch eine Chance. Pardon. Und du hast es eben auch schon erwähnt, dass IQ, wenn sie jetzt die Premier-Tour gewinnen, auch noch gute Chancen haben können. Durchaus, ja. Hängt natürlich, wie gesagt, davon ab. Wobei, ich bin mir mit der Punkteverteilung nicht hundertpotenziert. Es ist noch eine Chance da, auf jeden Fall. Aber dadurch, dass Maus natürlich jetzt auch schon im Halbfinale steht, weiß ich nicht, wie das mit der Punktevergabe da ist. Ja, einfach so und das in.de nachschlagen und da seht ihr das. Genau. Fakt ist aber trotzdem, dass es jetzt hier für Big um sehr, sehr viel geht, vor allem European Masters. Für Atok so ein bisschen um die Ehre, wenigstens mal auf einem Final zu spielen. Und ich glaube, dass das auch helfen kann, wenn man einfach sehr, sehr befreit spielt. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder häufiger gesehen, dass eben die Teams, wenn es um viel geht, sehr hart reingeschuckt haben. Und Atok war da auch ein Kandidat für. Und heute geht es, wie gesagt, im Prinzip für sie nur noch um das Premier-Tour-Final und nicht mehr um die European Masters. Und ich denke, dass man da vielleicht einfach ein bisschen befreiter spielen kann, hoffe ich zumindest, weil sie sind eigentlich ein wirklich sehr, sehr gutes Team. Wir sind ja auch trotzdem noch in der organisatorischen Entwicklungsphase, gerade auch im deutschen Bereich, wo nicht jedes Team automatisch professionalisiert ist, nur weil es einer Organisation erspricht. Was ich meine, hilft es was, dass man nebeneinander sitzt, wenn man jetzt in so einen Spieltag reingeht, dass man wirklich in einem Raum ist, dass man auch ein Teamgefühl gehabt hat, anstatt nur im Teamspeak zusammenzuspielen? Ja, ich denke auf jeden Fall schon. Also ich denke, dass dieses Zusammenspielen durchaus einen Vorteil haben kann. Wie groß der ist, ist natürlich immer relativ, hängt denke ich auch immer vom Team so ein bisschen ab. Aber ich denke schon, dass das ziemlich gut ist, einfach dadurch, dass du auch einfach die gleichen Voraussetzungen hast. Weißt du, also ich glaube, dass Atock da generell, Atock ist ja ein Team, was sich sehr, sehr viel Wert eben jetzt darauf setzt, dieses Backend, diese Infrastruktur und so weiter zu bauen. Und ich finde, bei ihnen hat das jetzt quasi in der Premier Tour noch nicht so hundertprozentig, aber gerade in der ESL-Meisterschaft und auch in der Summer Clinic hat das schon gute Früchte getragen. Und es ist ja auch eine langfristige Investition. Und ich denke, dass spätestens bei den nächsten Premier Tour Runden Atock da nochmal richtig angreifen wird. Und heute könnten sie schon mal ein gutes Statement setzen, indem sie jetzt hier erstmal Big besiegen und dann vielleicht sogar das erste Team sind, was ESG das Final verwehrt. Ja, da sind wir natürlich sehr gespannt. Wir gehen jetzt rein, meine Damen und Herren. Das Spiel ist natürlich ready. Und wir wollen natürlich wissen, wer gewinnt die erste Partie. Ist es Big? Atock Gaming, ihr seid dabei. Johnny und Sola auch. Viel Spaß. Vielen lieben Dank, Kalle. Ja, wir sind am Start. Wir sind hier natürlich in der Begegnung Big gegen die Jungs von Atock Gaming. Das ist eine Herausforderung. Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, und ich habe es einfach parallel mal nachgeschlagen. Ich wusste jetzt auch nicht auswendig. Wenn Maus, die da jetzt safe im Halbfinale sind, Vierter werden, kriegen sie 65 Punkte. Wenn AEQ, die du eben angesprochen hattest, Erster werden, kriegen sie 200. Und dann wäre AEQ fünf Punkte insgesamt vor Maus-Boards. Und was ist, wenn AEQ Erster und Big Zweiter wird? Wenn AEQ, jetzt willst du mich natürlich, ne? Hier ein bisschen Big Zweiter von dem gesamten Ding quasi, oder was? Ne, ja, heute. Also, diese Premier Tour Stop. Wenn Big beim Premier Tour Stop Zweiter wird, sind sie mit 365 Punkten dann vor AEQ, die dann 335 hätten. Aber auf dem dritten Platz wären sie dann behind? Wenn Big auf dem dritten wäre und Maus auf dem vierten, dann wäre Big mit 110 Punkten nur auf 330 und damit fünf Punkte hinter AEQ. Das ist okay, interessant, interessant. Es ist nicht nur interessant, es ist auch komplett mindblowing hier. Ja, ich glaube, wir müssen noch einmal auf uns. Aber müssen wir nicht. Nein, nein, nein. Aber diesmal kommt der Countdown. Dritten getrowed this time. So, jetzt können wir auch über das Gämmusen reden, nachdem wir alle anderen Unklarheiten geklärt haben. Ja, also, um das hier aber auch nochmal zusammenzufassen, was das für die Partie bedeutet. Wenn Big verliert, ist Maus zu 95 Prozent das zweite Team in den EU-Masters. Ja, und es liegt halt zu 100 Prozent in ihren Händen, weil sie ja gegen AEQ wahrscheinlich dann direkt antreten wird. Sollte AEQ überhaupt gegen ESK gewinnen? Es sind sehr, sehr viele Wens, Wens, Hette und Abers. Wir sollten uns einfach, denke ich, auf den Qualifier konzentrieren und schauen, wie das Ganze denn verläuft. Das erste Game, was wir heute gesehen haben, war sehr, sehr eindeutig. Mal schauen, wie sich das hier entwickeln wird. Das ist, denke ich, vom Niveau her deutlich näher beieinander. Ja. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber auch da muss ich sagen, sehe ich nach den jüngsten Ereignissen ad hoc in einer sehr, sehr klaren Favoritenrolle. Also, Bic hat wirklich jetzt in den vergangenen Wochen deutlicher hat er geschwächert. Gerade auch jüngst die Niederlage im Spiel um Platz 3 gegen AEQ eben, die da auch sehr, sehr bitter nochmal gekommen ist. Was aber wahrscheinlich auch ein bisschen daran lag, dass einfach da dann, ja, du hast das Halbfinale verloren, musst direkt das Spiel um Platz 3 spielen. Das ist da, glaube ich, für Bic immer ein bisschen frustrierend. Da Toplin jetzt hier aggressiv nilly nilly am Traden. Tolkien wird wahrscheinlich gleich von seinem Flash befreit werden. Wenn das überhaupt reicht, denn hier kommt der Flash-Flammwerfer. Oh, ne W von Tolkien! Der kann das! Das kannst du mir doch nicht erzählen! Ach, fuck. Wie kann der das überleben? Ja, weh. Der Heal von der Passive war das dann auch, ne? Ihr, komplett toxic. Der, der, der überlebt das nicht nur der First-Blatte den. Oh, das ist bitter. Er hätte sich nilly nilly mit dem Flash zufriedenstellen lassen sollen. Aber der, also da hätte ich auch geflasht. Da flashe ich 10 vor 10 Mal. Ja, aber du bist ja auch boostet. Ja, das stimmt ja auch. Aber heilige Mutter. Ich wäre wahrscheinlich schon auf Level 1 gestorben. Das ist jetzt nicht. Mit Lenny ist der nächste Gangversuch. Da hat er... Okay, Xiu geht rein! Nein, er hat's nur auf dem Nacken. Ja, Varus ist allerdings natürlich in der Phase auch noch recht stark über Auto-Attacks. Und Don Arz, der schlägt hier mit dem Knüppel zu. 1 zu 1. Dadurch jetzt insgesamt für die Teams. Das war sehr mutig. Da hat vor allem auch der 2v2-Summoner gefehlt. Du hast auf der Seite von Krümel den Heal, der hier geholfen hat im 2 gegen 2. Bei Xiu kleinst dabei. Man hätte da jederzeit einfach rausblaschen können. Wollte fürs Play gehen. Und damit jetzt das Gold wieder ausgewichten. Nur Xiu hat kein Teleport, um auf die Lane zu kommen. Dafür kann Lurox immerhin den ein oder anderen CS hier taxen. Aber ja, unangenehm ist es auf jeden Fall. Don Arz jetzt hier mit 1-0 Frauen. Das kann das Match-Up schon ein bisschen schiffen. Ja, und das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen unnötig. Weil du auf deiner Seite ja mit Kha'Zix und Azir zwei Champions hast. Die nicht... Also natürlich ein Kha'Zix will im Early-Game nach vorne kommen. Aber gerade gegen den Trondack kann er es da auch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Botlane muss der Flash jetzt kommen von Swipe. Der kommt auch. Aber trotzdem ein Summoner-Spell geforst, ohne selber einen investieren zu müssen. Das ist sehr schön für Big. Kein idealer Start, muss man sagen, hier für die Jungs von Atok dadurch. Also klar, diese Top-Leaktion war sehr, sehr stark. Aber das war auch close. Stell dir vor, dass wir auch noch schief gegangen sind. Dann wäre Big hier schon deutlich vorne. So ist es exakt equal. Aber wo siehst du die starken Phasen der einzelnen Teams? Ich denke, bei Atok ist es ein bisschen schwerer zu definieren. Also sie haben halt im Mid-Game, glaube ich, einen ganz guten Spike mit dem Kha'Zix, mit dem Azir. Sie haben vor allem auch eine sehr, sehr hohe Range. Aber Big ja auch. Big scaled auch sehr, sehr gut. Und habe aber auch ein sehr gutes Early-Game gerade. Ich denke, Scaling ist wahrscheinlich sogar auf der Seite von Atok so ein bisschen. Weil du mit dem Azir auf jeden Fall später stärker darstellstest als mit Varus. Aber ein Item wird auch mit Jhin, auch mit Varus ziemlich stark werden. Und ich glaube, du hast halt auf der Seite von Big immer diese Combo auf der langen Range. Entweder Pillar into Snare, Rumble-Ult oder Varus-Q-Ult. Also da hast du so viele Möglichkeiten auf einer unmenschlich hohen Reichweite den Gegner zu saunen auch. Dass es da zu jeden Zeiten, glaube ich, unangenehm ist, gegen diese Com zu spielen. Da würde ich voll bei dir. Also ich glaube auch, wenn wir ein 5-5-5-Teamfight sehen, wo alle mit 100% AP starten, da wird Atok die später einfach Gnanos gewinnen, weil sie viel mehr DPS haben. Aber ganz ehrlich, dazu sollte es eigentlich nie kommen. Also gegen die Com, die Bicke gedraftet hat, startest du eigentlich nie mit 100% AP. Da kriegst du immer irgendwas ins Gesicht, bevor es losgeht. Darauf basiert natürlich auch diese Com ein Stück weit. Und Swipe. Der könnte sich hier den Vision-Score und ein bisschen Gold. Und XP. Gibt ja auch XP. Ja, ist das. Jhin ist jetzt auch am Start bei Momil. Hat nicht das beste Backport-Timing gehabt. Hat hier Trainer und Mana-Kristall gegen BF. Das ist sehr angenehm für Jhin. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass Momil eben kein Teleport dabei hat, so wie es Bullshit noch gerne spielt auf dem Asyl. Hätte man hier durchaus machen können. Aber man spielt hier eine Ezreal-Jenner-Lane, die durchaus Aggressionen haben kann, die aber eben doch eher auf der sicheren Seite ist. Ja, hier in diesem Szenario auch kein Cleanse auf Jenna, wie wir es auf Panda manchmal sehen. Wie stehst du generell zu diesem Cleanse auf diesen squishy Supporter? Kommt immer, glaube ich, ein bisschen aufs Matchup an. Gegen Varus, gegen Jhin könnte man es durchaus machen. Aber ich glaube, es geht hier wirklich mit Heal und Ignite darum, die Lane zu pressern. Und sie haben ja jetzt hier auch die Push-Pressure. Dawn-Arts ist auf dem Weg. Er wird auf jeden Fall von Pinkbot gespottet werden, wenn er da hingeht. Aber jetzt erstmal mit Lane schon auf Flash. Ja, und auf dem Bot-Lane versucht natürlich Dawn-Arts jetzt hier was zu machen. Swipe, der hat keinen Flash. Erinnert euch daran. Und der wird auch ganz übel daran erinnert. Denn, okay, lässt man hier Navio. Richtige Entscheidung. Schön gemacht. Und da natürlich auch ausgenutzt, dass man Vision auf Fluorox hatte, der mit Lane versucht hatte. Problem, das 1 gegen 1. Hat sich jetzt durch den First Blood Kill nicht wirklich verändert. Nelene geht für die Early Penetration, Volki und für den Katalysator. Da läuft natürlich zwar keine MR, um die Penetration zu stoppen, aber eine Menge, Menge Sustain. Und im Jungle geht es auch wieder heiß her. Eigentlich sind komplette Flashbacks, wenn ich Varus-Mitte sehe. Und das sind keine schönen. Ja, er entscheidet sich auch gegen die Träne. Das ist auch eigentlich aktuell der Gegen-Item-Bild. Wir hatten ja, ich glaube, diese Woche in der ESL-Meisterschaft Röcki mit dem Varus gesehen. Er hat sich noch für die Träne entschieden. Zudem, was du da einfach hast, ist nur Scales für das aktuelle Spiel ein bisschen zu langsam, meiner Meinung nach. Und ich finde, du kannst auch mit Mana, ähm, mit, doch, mit Mana-Flowband, finde ich, kannst du die fehlende Träne ganz gut kompensieren. Und du kannst ja später auch noch auf die Träne gehen, einfach nur für den Mana-Pull. Aber Early Game diese Penetration zu haben, diese Adi zu haben, auch die coole Redaktion zu haben, die ist, denke ich, schon ziemlich wertvoll, um die Lane pressuren zu können. Vor allem ist ja auch ein bisschen das Problem, dass du bei einem Varus früher, wenn du diese Träne auch im Mid-Game ausbauen, äh, also ausgebaut haben willst, mit den 750 Mana, dann musst du sie auch früh genug ausbauen, weil du sie ansonsten gar nicht gestackt bekommst. Das heißt, es wäre ja noch weniger Worth, deswegen hier die Variante noch ein bisschen erfolgt. Coole Redaktion Boots für die absolute Nervlichkeit. Da ist Kha'Zix. Ja, das sollte eigentlich ein Kill werden. Warum springt der denn? Ja, könnte ich auch nicht ganz erklären. Die Ultimate von Rumble, ja, suboptimal, so und nicht beide, ist aber auch egal, weil Xio kommt hinzu. Ja, das hätte man ein Cleaner spielen können, aus der Sicht von Lurox. Ich meine, das ist ein Kill, das ist ein Kill, aber ich glaube, den Flash hat er da nicht benutzen müssen. Naja, hat quasi Nidinelle, der in seine Richtung läuft, also er nutzt den Dash, um da ranzukommen. Nidinelle flasht dann weg, aber Kill is Kill letztendlich geht hier an Xio, der tatsächlich sehr früh schon auf die Seekers geht, einfach nur um die Penetration von Krümel so ein bisschen zu reduzieren. Macht auf jeden Fall Sinn, delayt natürlich aber seine Core-Items ein Stück weit. Das stimmt, aber er hat da auch ein bisschen den Vorteil, dass er generell mit der Seelen-Champion hat, der nicht so ganz abhängig von dem Mana ist, wie andere Midlaner, weil für andere Midlaner ist die Seekers da der Name. Du holz halt, weil du hast auf einmal keine Lane-Pressure mehr, weil du einfach ständig oben bist. Weil sie ist jetzt ein bisschen angenehmer, wir haben ihn ja früher oder auch aktuell immer noch sehr oft mit diesem Nashers-Rush gesehen. Da hast du ja auch keinen Mana-Pool, du bist trotzdem glücklich. Oh, Madonards, zieh den hier dir von Murmel. Wenn er richtig sneaky ist, könnte er ihn da sogar mit der Knallpflanze beim Pille interrumpen, aber dazu kommt's gar nicht. Sehr enge Partie, 10 Minuten rum, 2 zu 2, 100 Gold ist hier nur der Abstand. Das ist eine Partie auf Augenhöhe, das hatten wir euch versprochen und das ist es bis hierhin auch geworden. Aber trotzdem wird das Game, denke ich mal, in nächster Zeit ein bisschen Fahrt aufnehmen müssen, fast schon aus der Sicht von Big. Denn die Midgame-Power-Spikes mit Varus, Jhin und Rumble sind halt so insane, da solltest du in der Lage sein, dann möglichst viel mitzunehmen. Und Naviur hier gegen Murmel, das ist ein S-Rail, der ist immer relativ strong in diesen Situationen, aber auch Naviur teilt aus, für der Shit ist es allerdings raus, für der Shit. Hat Healer aber noch ready, Murmel hat Seins auf Cooldown. Na, true. Ist ein 1 gegen 1, was ein Jhin durchaus gewinnen kann, aber was davon abhängt, die Qs zu doschen, hat er hier nicht genannt. Oh, hat kein Mana für die Ulti jetzt, das ist natürlich schade. Aber von hinten kommt Durox. Das war jetzt natürlich hier TP auf beiden Seiten genutzt, aber man trennt sich hier scheinbar parzifistisch. Oh, Nevermind, das Gegenteil ist der Fall. Stark Ultimate von Tolki. Aber reicht das vom Damage her, Nilly Nally überlebt das. Und der Engage, der entpuppt sich hier als Flop. Man verliert einen. Der Engage hat so schön aus, aber der Schaden hat einfach gefehlt. Ja, vor allem der Einzige, der lobt, war ja Nilly Nally und der ist halt nicht ins Team geflogen. Ja, das war super bitter. Bisschen unlucky. Und dadurch jetzt hier die etwas angenehmere Situation für Big. Ja, T-Depot ist auf beiden Seiten raus. Mal gucken, wie da die obere Lane steht. Oh, es pusht weg von Kragas. Reb? Nee, oder? Doch. Ah doch, es sind fünf Caster-Minions. Ah, das ist bitter. Ist jetzt nicht spielentscheidend oder so, aber ist natürlich trotzdem unschön. Es sind Täter fürs Herz. Muss man es auch formulieren. Havio, wer die Wave jetzt hier natürlich durchbringt, so dass Swipe, die nicht freezen kann, hat auch Schaden. Oh, okay. Da geht ein Exerius für den Full All-In. Und da war die gemisste Ultimate von Varus. Du hast nicht gemisst, jetzt sie geklänzt, oder? Echt? Ich dachte, sie ist daneben geflogen. Ja, trotzdem geklänzt. Ah, gut. Das ist Don Arz. Das ist Don Arz. Das ist Don Arz. So etikiert er gegen... Das sah für mich so aus, aber ich weiß es auch nicht genau. So oder so kam er auf jeden Fall glänzt. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Xio hat unframed glänzt. Don Arz jetzt hier gegen Lurocks AD-Stil. Den ist immer ziemlich toxic und das macht Trondale halt so stark in diesen 1 gegen 1. Auf jeden Fall. Don Arz hat auch schon seinen Sinn. Daher Grady hat hier bisher einen sehr guten Impact im Spiel. Durock gibt sich auch größte Mühe, aber ist aktuell immer noch ein bisschen impactloser als das Don Arz hier ist. Stormator ist jetzt allerdings fertig bei Navi, der hier mit 2,0 und 20 CS mehr wirklich sehr, sehr gut im Spiel ist. Es ist hier gute 700 Gold vorn. Auch Mommel kann das mit seinem Kleptomancy nicht kompensieren. Und insgesamt immer noch sehr close das Game. 1000 Gold der Futter für Big. Eben hauptsächlich durch diese Farmwerte in der Mitte auf der AD Carry Position. Selbst beim Support. Der ist ja hier auch... Ah ne, das ist sogar... Wie kann das denn sein? Hamann hat 10 CS mehr, hat 2 Assists mehr und ist 80 Gold hinten. Ja, das ist halt das Absehenswert. Ekelhafte AP-Poke-Support-Item, ne? Das ist halt... Da holt man einiges von raus. Ja, und man hat aktuell das Gefühl, dass Big schon deutlicher vorne ist als diese 1000 Gold. Also sehr dominant. Don Arz hier auch mit einer 100%-Kill-Partizipation. Sehr guten Job. Du bist auf der einen Seite natürlich mit seinen 66% auch nicht schlecht unterwegs. Aber es fühlt sich halt ein bisschen anders an. Ja. Muss gehen. Ist der Break, lässt auch noch ein bisschen auf sich warten. Hotlane ist hier wirklich nicht viel Aggression aktuell. Man ist aber seitens Big Absent in der Lage, die Lanes zu kontrollieren. Jhin hat einfach so eine gute Lane-Dominanz aktuell. Mit dem Q, was den Push angeht. Mit dem vierten Schuss. Der Stormraiser hilft da auch nochmal jemals. Der Stormraiser ist wirklich... Derjenige, der das designt hat, der kann nur Jhin-One-Trick gewesen sein. Also es gibt... Das Item ist halt wie gemacht für Jhin. Im Prinzip ist, sobald du Stormraiser hast, obwohl dir das Item keinen Crit gibt, deine Crit-Chance bei Jhin auf 50%. Weil der erste Schuss immer crittet und der vierte auch immer crittet. Den Rest ist schon. Varus, jetzt hier mit dem Dive. Oh, aber die Ultimate ging daneben. Gegen Jhin braucht man jetzt ein bisschen länger. Jhin Ultimate ist da. Murmel kommt hier aber vielleicht noch raus. Oh, schön! Und der Snipe direkt hinterher. Rumble hat oben die Ultimate schon raus. Kann deswegen diesen Crossbow-Play nicht hinein. Aber unten kriegt man trotzdem Töne. Ja, also gefällt mir richtig gut, wie aktiv Krümel hier schon im Early-Game mit diesem Varus ist. Weil das ist ja auch eine seiner großen, großen Stärken. Er hat quasi durch sein Base-Damage kombiniert mit den Early-AD, mit den Early-Lethality All-In-Potenzial gegen jeden, der nicht aktiv Tanki baut. Also ein Ultimate-Base-Damage mit den 3-Stacks auf dem W. Dann der W-Schaden an sich. Der Q-Schaden, der W-Execute-Schaden. Das sind einfach so viele Base-Damage-Werte, dass du im Prinzip wirklich jeden hier von 100 auf 0 knallen kannst. Fast jeden. Und das nutzt er hier sehr, sehr stark gerade aus. Gefällt mir sehr gut, wie das Big spielt. Sind hier jetzt auch verdient 2500 Gold vorn. Klar, Rumble hat ein paar Probleme. Aber Rumble ist ein Champion, der nicht aktiv nach vorne kommen muss, um später übertrieben gefährlich zu sein. Ja, also ich denke, das ist vollkommen in Ordnung, wie man hier auch die, ja, die Bio-Verteile auf der Seite von Attack hat. Man hat versucht, die mit Lanes zu ganken. Das haben wir auch immer wieder gesehen. Aber eben zum Beispiel bei den Gale-Cat-Xio hat seinen Flash aggressiv eingesetzt. Was ihn natürlich in der Phase jetzt ein bisschen dazu zwingt, einen Ticken defensiver zu sein. Dadurch jetzt hier ein 2000 Gold-Lead zugunsten von Big, die jetzt auch in ihre wahrscheinlich mitstärkste Phase reinstoßen. Der zweite Power-Spike. Varus ist da gleich bei seinem ersten. Und Jhin wird hier mit dem Rapid-File-Cannon auf den Zweiten gehen. Ja, da redet Jhin ja auch so ein Champion, der einerseits immer Champions hat, wo man das Gefühl hat, die wurden nur für ihn designt. Und andererseits halt Dinge aussorten, die gar nicht so gedacht waren. Hier dieses Hell of Blade, oder wie das heißt, das ist auf ihn halt auch schon wieder immer gespielt. Ja, der vor allem benutzt kein Champion außer Jhin. Also legit niemand benutzt diese Rune. Vielleicht nur Rek'Sai ab und zu sehen, was? Aber der wird ja nicht gespielt. Ich hab's auf Nocturne eine lange Zeit gespielt. Ja, stimmt, aber du hast es auch als Einziger gespielt gefühlt. Der Tempo ist halt leider legit besser. Ich hab's jetzt auch. Also ich hab echt viel getestet, weil ich's unbedingt worth machen wollte. Aber du kannst halt einfach die Ult Reduction im Second-Bit aus der Domination, da hast du damit das Beste für den Trick. Trotzdem. Ist ein bisschen sad. Aber da kam es mir zumindest halbwegs useful vor. Und selbst da ist es. Sad like. So strange, wenn so zwei ADCs nebeneinander stehen, ne? Ich meine, vor zwei Wochen hatten wir noch keinen. Jetzt mit zwei. Kommen wir in der Hit. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einen Swap in die Mitte von Rek's Duo-Lane. Einfach um vor allem ein bisschen aus der Mitte heraus, glaube ich, das ganze Spiel zu können. Varus sollte inzwischen nicht mehr die Push-Presure haben gegen Asi. Aber zwei gegen eins ist ja immer noch relativ unfair. Lurox wird dessen hier aber am... Okay, ich dachte, er hat ihn schon angefangen. Weil das sollte Bic hier eigentlich nicht zulassen. Sie gehen aber lieber für den Second Mountain Drake. Und ich finde, das ist okay. Also ich finde, einen Mountain Drake an sich... Weiß ich nicht, ob ich den gegen den Harrow traden würde, aber der zweite Mountain Drake ermöglicht dir für den Rest des Spiels, Objectives so schnell zu nehmen. Ich meine, klar, der zweite ist jetzt an sich nicht wirklich mehr wert als der erste. Aber zwei Mountain Drakes sind halt trotzdem viel, viel krasser als einer gefühlt. Weil du so viele Rotations mehr machen kannst. Du kannst bei Rewind viel easier sneaken. Auch wenn du hier eigentlich gerne eine gute Nash kommt hast. Ja, gerade dieses... Die Mechanik, das du halt auch gegen Türme schauen machst, ist natürlich auch angenehm, wenn du irgendwann in eine Situation des Spin-Pushes kommst. Wird hier wahrscheinlich nicht passieren. Ich denke, wir werden für den Rest des Games hier Rumble und Kragas sehen, die immer wieder versuchen, von der Lane auch wegzukommen. Weil sie halt eben beide in Teamfight so unglaublich viel bieten. Kragas über den Flank, Rumble über den puren Damage der Ultimate. Und ich denke, dass Big hier jetzt gut daran tut, halt zu versuchen, mit diesen Varus und Jhin zusammen auf eine Lane zu kommen. Und damit Braumtran einfach die Leute rauszupoken. Und das ist ja machbar. Ja. Jetzt auch die Solo-Laner befinden sich auf der Bot-Lane. Nash ist noch drei Minuten weg. Also diese Rotation ist sehr, sehr früh. Aber ist natürlich einfach die Antwort von der Rotation von Big auf die Top-Lane. Die wollen da oben den Turret kriegen. Haben ja in 2B2-Mate die komplette Pressure. Navio steht jetzt inzwischen 3-0 da. 35 CS vor. Und man geht hier für die Trap. Hat aber eigentlich keine Vision. Also das hat man einfach gut anzipiert. Heel ist raus von Murmel. Gucken wir mal nochmal den Gold-Unterschied. Navio ist 2000 Gold vor einem Clap to Ezreal. Das ist schon wirklich viel. Und du kannst diese Pressure auch einfach nicht beantworten. Der Wave-Clear von Janna und Ezreal ist nicht wirklich gut. Da wird der Knock-Up auch mal blocken. Guck mal, die können im 3-Ging-2 den Turret einfach Brute-Forcen. Das ist dir alles egal. Donats wird jetzt hier auch noch geholzelt. Blu-Rox kommt hinzu. Vielleicht gibt man hier Donats tatsächlich down. Wobei der auch noch den Flash hat. Stun jetzt gegen Blu-Rox. Und der Lüte wird es auch ready. Gegangen mit einem Kill vielleicht. Ja, Lüte wird es auch ready. Ha, sehr spät. Wo ist denn die Jyn-Ult? Jetzt kommt sie jetzt. Die müssen wir eigentlich kombinieren. Ja. Sehr ärgerlich. Also in Ansätzen eigentlich alles gut. Aber alles irgendwie ein bisschen bad executed. Ich meine, man hat den Turret bekommen. Ich denke, das ist alles, was man wollte. Aber da hätte man wahrscheinlich nochmal einen starken aggressiver spielen können. Aber insgesamt trotzdem jetzt hier Turret-Vorteil für Beek. Man resettet das Ganze. Hat hier ein bisschen was an Gold im Invental. Krim hat inzwischen noch Ghostblade. Fertig geht noch aufs Draktar. Ich bin gespannt, ob er auf Full-Lethility hier wirklich gehen wird. Man sieht immer wieder ein bisschen Anpassung. Manche gehen dann auch nach Double-Lethility noch so ein bisschen auf Utility. Aber hier bietet sich das... Ich weiß nicht, bietet sich das auch? Ich finde das halt immer ein bisschen peinlich, was du da nachbaust. Du kannst aber auch auf quasi dann nochmal Last Whisper gehen. Das geht auch. Du kannst aber auch auf sowas wie BT oder so gehen. Einfach nur um rohe Tanking. Das nochmal zu Glück ein bisschen bekommen. Oder rohen Damage auch nochmal durch die AD. Also ist alles möglich. Man kann aber auch auf den Hextringer gehen. Also da ist man wirklich... Da sind der Kreativität quasi keine Grenzen gesetzt. Aber ein Gegner-Thema hat auch schon so hohe Amorwerte durch das Iceborne, was halt ungewöhnlich ist. Auf Nades hier natürlich klar. Bei S3 kann ich es bauen. Seeker ist sehr früh da. Ich glaube, Lars Whisper wäre hier echt nicht verkehrt. Aber auch. Könnte tatsächlich die Lösung sein. Das ist ein Stück weit zur Counter. Du hast angesprochen, die Tier kann man auch noch Delayed reinschieben. Vielleicht kriegt man damit auch nochmal ein bisschen was an Scaling. Aber trotzdem mache ich mir ein bisschen Sorgen, wie effektiv der Varus hier tatsächlich sein kann. Einfach weil die Gegner so viele Amos decken können. Aktuell der Gold-Lied 2500. Das ist der Wert, den wir jetzt natürlich uns auch merken werden. Für die nächste Phase. Denn der muss eigentlich noch größer werden, glaube ich. Ich glaube, diese 2500 werden im späteren Spielverlauf nicht zwangsläufig ausreichen. Ja. Ist natürlich trotzdem eine sehr gute Ausgangslage, mit einer Pau-Com so weit vorne zu sein. Ist immer sehr unangenehm. Gerade weil eben der Engage von Atok hier sehr, sehr begrenzt ist. Du hast jetzt auch nicht gerade einen Soraka oder sonstiges. Klar, mit Jenna Athen hast du einen gewissen Sustain. Aber habe ich jetzt um ehrlich zu sein noch nicht häufig gesehen, den Item. Also wie effektiv der ist, weiß ich nicht. Der Pan hat das eben auch gebaut. Der hat Mikael's gebaut. Nee, ähm... Achso, stimmt. Der hatte nur diesen kleinen Kilt. Aber aus dem braucht man ja auch Mikael's, too. Ruhig geblastet. Das heißt, wir versuchen diesen Mid-Lane-Pokeels. Und der Wolf hier auf der anderen Seite sieht auf Papier gar nicht so krass aus. Aber allein, dass da Xeo-Eye eben immer zur Stelle ist mit seinen Soldaten. Wahrscheinlich auch ein We-Evolved Kha'Zix. Das reicht halt schon. Ich hab' da mal die S-Ultimate durch und ist die Wolf dann schon wieder weg. Wie ist hier das? Fragezeichen. Aber Harald wurde jetzt Bot platziert. Also auch den konnte man nicht so effektiv einsetzen. Von Lutimate sitzt jetzt auch wieder nicht so gut. Ja, er hat momentan zweimal gepunkt. Ja, Xeo ist auch gut gechunkt worden. Also die Pressure ist da. Aber, ja. Don Arts muss Bot-moven, um den Harald irgendwie zu stoppen. Ping kommt auch raus. Frage ist, ob man für den Gragas-Gang noch geht. Dass Kha'Zix da in der Nähe ist, sollte man eigentlich antizipieren können. Ein Charge kommt auch durch. Man geht jetzt hier für den Gragas. Weil der Harald ist ja nach dem Charge mehr so gefährlich. Aber Don Arts ist zur Stelle. Ah, Lubrox-Kirc. Aber da ist jetzt natürlich jetzt so eine unangenehme Situation. Den ersten hat man schon mal. Lubrox kann da vielleicht sogar noch für den zweiten gehen. Hatten Red Buff, hat den Damage, aber kriegt hier nicht den Execute hin. Ah, Nilly Nelly, der ist da immer noch gefährlich unterwegs. Aber kriegt hier Backup vom Braum. Bisschen greedy, aber finde ich, dass du da nicht einfach dafür gehst, den Harald zu zerstören. Weil im Endeffekt hätte man schon damit rechnen können, dass der Jungler, der gerade den Harald-Bot platziert ist, auch da ist, um den zu verteidigen. Also es war ein guter Counter-Gang, aber es war auch ein offensichtlicher Counter-Gang. Und da ist Big völlig auf den Leim gegangen. Das große Problem, was ich aktuell sehe, ist, man hat einen Insane-Gefekt-Nate-Carry, aber man kann da gerade nicht so richtig drumrum spielen, oder man tut es nicht richtig. Ich meine, man hat jetzt fünf Minuten lang Midlane gepokt, wie ich angesprochen hatte, zu viert groupen und hat effektiv nichts bekommen. Ja, aber ich sehe auch im Prinzip noch nicht die Effektivität so richtig. Der kommt gerade. Also du hast noch selten diese Varus-Q-Rail zu Jhin-W gehabt. Rumble hat sich auch noch nie mit dem Team groupen können. Ich glaube, die Rumble-Ult ist hier wirklich entscheidend für die Kommt. Auf den CC dann die Ultimate raufzuzünden, wird, glaube ich, den Unterschied machen hier. Swipe ist da gerade mal Half-Life gegangen. So ein Q von Varus. Ein einziger Champion ohne Armor. Da sieht man, was das Bild normalerweise anrichten kann. Ja, ist aber auch brutal anderlevelt hier. Beringstes Level im Spiel. Hat auch gar kein Arme, äh, gar kein gemeintes Armor oder P gekauft. Ist hier sogar für die Ku-Long-Boot schon mal gegangen. So, jetzt hat man da mal den Snare. Genau das ist das Prinzip, der kommt. Da ist der vierte Shot und mummelt es flashlos. Ja, und jetzt kommt da sogar noch viel Jhin-Ultimate als Damage-Tools-Wild. Oh, schief! Carsten würde allerdings ja vernichtet werden. Ah, da hätte er rausflaschen müssen. Das darf normalerweise nicht passieren. Ja. Da kann er die durchkasten, bis er dem der Schuss kommt. Und dann gehst du da raus. Tolkien kommt jetzt hier dazu. Versucht, Zeit zu schinden. Und das war jetzt das erste Mal, dass diese Komp gegriffen hat, wie du es angesprochen hattest. Aber da war Atok auch einfach nicht koordiniert genug. Sie waren da gerade zu zweit in der Mitte. Ohne Asias, du eh kaum Waved, um die Waved da aktiv zu verteidigen. War sehr greedy da trotzdem zu stehen. Er hat sich eben von Varus, Q und Jhin-Ultimate treffen lassen. Danach der Gage durch die Jhin-Ultimate hat auch optimal gesessen. Jetzt den Ocean Lake auch noch zu denyen. Ebenso. Richtig, richtig, richtig. Weil auf der einen Seite hätte Atok den sehr gut gebrauchen können. Aber auf der anderen Seite hat ja Atok selbst auch eine Poke-Com so ein Stück weit. Ein bisschen zumindest. Weswegen der für das eigene Team auch recht effizient sein kann. Ja, auch während des Pokens ist es ja angenehm. Das ist ja das recht Witzige dahinter. Dass du, solange du selbst angreifst, trotzdem diesen Rack kriegst. Echt? Ist das nicht nur, wenn du Income-Up bist, daraus, oder? Das bei Ocean Lake gilt als Im-Combat, als du bekommst Damage. Es ist derselbe Effektbeschreibung und dumm. Okay, krass. Hat mir Maxima irgendwann erzählt. Aber Maxima erzählt auch viel, wenn das so viel leer ist. Na gut, das stimmt. Aha, true. Ich habe es jetzt auch schon so oft im Broadcast gesagt, wäre es wirklich unangenehm, wenn es falsch ist. Insgesamt ist Navi auch schon 4-0. Steuert aufs Infinity Edge zu. 2.500 Gold ist er fast vorn. Der Junge übernimmt hier wirklich ein bisschen die Carry-Position. Obwohl er natürlich viele Kills auch abstaubt, aber das ist ja völlig okay. Im Endeffekt hat er jetzt hier alle Mittel. Das Infinity Edge wird er auch nochmal richtig brutal reinballern. Wir sehen auch bei Krümel eine Pickaxe, die deutet auf, worauf deutet es sich hin? Ich glaube, du baust aktuell, ähm, der Name des Items gar nicht ein, so selten sehe ich das. Aber das dritte, die fällt jetzt hier, ich glaube, du baust das aus Pickaxe aktuell. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja, dieses, dieses, hey, du kriegst ein Pentschies für eine Sekunde. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich bin auch nie so drin bei dem. Edge of Night, genau. Ich glaube, das wird aus Pickaxe gebaut. Oh, du mocks, alter, der Damage an der Kanal. Oh, die Rumble sind's gut! Gut! Ja, hat viel Damage gemacht. Volkin ist da mittendrin statt nur dabei. Aber will er da sein, ist die Frage. Er ist tanky, aber ist er tanky genug? Yep! Er wird nicht gestunnt. Da fehlte ein Auto-Tag. Also, dass da niemand auf der Seite von Artok gestorben ist, da kann man von Glück reden. Die Rumble, ich dachte eigentlich, dass sie echt gut ist, um quasi den Slow raufzubringen, damit der nächste Gin-Proc trifft. Aber Lurox ist sofort rausgeflasht, also war sie letztendlich dann doch nicht ganz so stark. Ah, also trotzdem merkt man hier das. Obwohl der Gold-Diet relativ gering ist, Big-Dies-Spiel komplett kontrolliert. Sie groupen einfach zu fünft und spielen ihre Comp aus. Und aktuell hat Artok da keine Antworten drauf. Und genau das war auch meine Sorge in der Champs-Edeck, dass sie mit ihrem einzigen Engage, mit den Kragas, nicht in der Lage sind, die Engages zu finden, bevor sie runtergepoket werden. Big spielt das hier wirklich sehr konsequent runter. Das Schöne ist ja auch, ich meine, das haben wir ja selber auch oft gemacht, eine Pokom ist tatsächlich, also sie ist halt vergleichsweise simpel zu spielen. Oh, Donnertz, der steht hier im Fokus. Die erste Ultimate wird geblockt. Stark, das steht vom Brau. Ja, aber gib ich dir recht. Also, du stellst dich einfach hin und schießt da rein. Das Problem, was ich halt immer noch sehe ist, oder das, was für mich immer noch die entscheidende Frage ist, gibt es die Uhr? Tickt irgendetwas hier Gegenweg? Würde es so sein, dass wenn Artok das auf 10 Minuten deft, dass die dann straight up die Team-Files gewählt und straight up engagen können? Weil dieses Engage-Problem löst sich ja nicht. Das ist genau das Ding. Also, ich glaube, Scaling-Technik ist man mit dem Ase echt nicht schlecht dabei, aber wie du schon lange gesprochen hast, das Scaling-Problem, das löst sich, äh, das Engage-Problem löst sich durch Scaling nicht. Und genau da sehe ich eben das Hauptproblem von Artok aktuell, dass sie bisher keine Lösung finden, um Big irgendwie in die Knie zu zwingen, irgendwo einen Engage zu finden. Klar, der Fight gerade war relativ close sogar, aber das lag nur daran, dass Big die Kombo nicht optimal ausgespielt hat und nicht alle Spells perfekt übereinander gelayert hat. Und das kann im nächsten Team-Files schon ganz anders aussehen. Und dann kriegt man auf der Seite von Big zwei Kills, dann holt man sich den Nash und dann ist das Spiel auf einmal over. Weil gegen die Komp, um noch gegen den Nash zu verteidigen, ich glaube, das ist ein Problem. Ja, das ist wirklich echt wenig Spaß. Das ist natürlich eine Komp, die so ein bisschen an das, was Origen damals im EU-ACS-Finale gedrofft hat, irgendwie mit gefühlt allen Champions im Mid-Game hart spiken. So, natürlich werden die im Late-Game ein bisschen weniger hart reindonnern, aber ich bin auf der Fall. Trotzdem extrem gut im Late-Game. Ja, Jinn ist disgusting, Alter. Jinn ist einer der stärksten Anti-Carries aktuell im Late-Game, weil er eben nicht diese hohe Up-Time braucht, die man aktuell nicht haben kann. Ezreal ist zwar auch nicht super bad, aber... Aber gerade dadurch, dass die wenigsten mittlerweile Double-Tier bauen, finde ich... Gerade auch, dass, weil Ezreal hier 2K hinten ist. Upsi, der wird ja auch das Welt-Game viel, viel später erreichen und die du schon angebraucht hast. Die Double-Tier, die hat natürlich auch nochmal geholfen, ein bisschen besser ins Late-Game zu kommen. Das sieht man immer seltener. Hier ist Blade aber trotzdem eine gute Wahl, denke ich, um einfach ein bisschen Sustain aufzubauen nochmal. Ja, du brauchst halt hier alles, was dir leicht steht oder wie du mir gedacht, äh, Heilung gibt, dass hier in diesem Game-Band-Freund... Ey, sie vorbeilaufen halt hier. Echt unangenehm. Frage ist, ob der Kragas den Rumble da unten langsam mal wieder an die Lane heften kann, weil das hatte Tolkien lange Zeit sehr gut gemacht, deswegen hatten wir den Rumble gar nicht mit dir gesehen. Aber jetzt fängt der halt selber an, hier immer wieder hinzurotieren. Da wird schwer. Ja, Lurox, apropos schwer. Der wird hier mal wieder gepokt. Der ultet, aber das reicht niemals hier. Und dadurch jetzt hier auch der Weg frei Richtung Nash, wo man ja auch einfach trappen kann mit dieser Kugel. Oh Mann, da ist er weit vorne. Oh, aua, 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 das ist okay. Na ja, man geht jetzt genau Richtung Nash und das wird man nicht stoppen können. Ja, Tolkien ist sehr, sehr lange da noch unterwegs und er ist der Einzige, der da hingehen könnte. Und wie gesagt, man kann re-engage, man kann poken, man hat viel Freiraum und du hast ja auch keinen Jungler. Ja, das heißt, sie muss jetzt hier für den Miracle-Steel gehen, aber den gibt es nicht. Big, 8 zu 4 in Kills und es fühlt sich noch deutlich mehr an. Jetzt, ey, der engage hier, relativ greedy von Braum. Man will es unbedingt wissen, man braucht es eigentlich gar nicht unbedingt. Geht nur nach Hause und gibt erstmal das Geld aus, Jungs. Und das ist jetzt scheinbar auch der Plan. 5000 Goldlead jetzt zugunsten von Big. Die sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, und es ist im Endeffekt ein vergleichsweise langsames Spiel, aber es ist gleichzeitig auch eins, wo Ad-Hoc-Gefühl zu keinem Zeitpunkt irgendwie nach vorne kommt. Das heißt, diese langsame Spielweise, die ist Big aktuell kein Problem. Trotzdem sollten sie jetzt schauen, dass sie mit diesem Nash mindestens alle T2-Türme bekommen, weil was das Gold angeht, kommt man gut nach vorne. Was aber die Objectives an sich angeht, was das Spiel angeht, was die Türme angeht, da finde ich Hupperts aktuell noch ein kleines bisschen. Und wenn man das mit dem Nash nicht schafft, womit denn dann? Aber ich glaube, da sollte sich Big wenig Sorgen machen. Also, hatte ich ja gerade angesprochen. Gegen diese Komm auch noch gegen den Nash zu verteidigen, das wird schon extrem eklig werden. Und jetzt kommen wir hier auch noch mit dem Drake. Es ist ein... Oh, der dritte Mountain Drake, das ist natürlich übelbitter. Also, da hat Big auch noch ein bisschen RNG Glück. Toplane sucht man jetzt eine Trap, aber Nelly, Nelly, bleibt vorsichtig. Lässt sich da nicht catchen. Wave-Controlle finde ich trotzdem ein bisschen weird. Botlane hat man nicht geslowpushed, man geht hier für den Midlane. Aber Bot ist schon ein Slowpush. Ist es doch ein Slowpush? Ja. Ah, da habe ich nichts gesagt. Also, ein bisschen... Es wird noch ein bisschen dauern, man hätte das da beschleunigen können, aber man geht dafür nicht. Ja, und du hast gesagt, gegen Nash, gegen diese Kopp zu verteidigen, das macht wenig Spaß. Und das kann man sich hier gerade auch aktuell so ein bisschen angucken. Ja, vor allem mit drei Mountain Drakes macht ja der Jinn für den Schluss auch so 12.000 Damage am Trap, gefühlt. Das ist ja der jetzt einfach von weg. Ah, die Xen Ultima ist relativ... Oh, aber die Ultima ist nicht optimal gesetzt. Raus ist auch raus. Man will jetzt hier auf einmal... Verlieren die die Geduld, ne? Ich meine, die haben zehn Minuten für den ersten Töter investiert, was völlig fein war. Und jetzt auf einmal wollen sie da unbedingt fighten, obwohl Rumble not even close in Ranges für die Ult. Resetten, boys. Neue Vision holen. Jetzt nicht Toplane over. Stayen. Auf einmal zeigt Piki jetzt Nerven oder was, wenn sie selber vorne sind. Das bitte. Sie haben jetzt einen Turret bekommen bisher. Aber sie stayen und... Der Toplane-Turret ist aufgefallen. Man rutscht jetzt nach unten. Da hat man jetzt die Slow-Push-Wave. Die war sogar perfekt vorbereitet. Da wobei... Na doch, das ist schon gut. Dann holt die jetzt hier ran. Hat eine richtig, richtig dicke Wave. Den Turret sollte man auch bekommen. Und ja, damit hat man dann wahrscheinlich alle drei T2-Turret bekommen. Das ist eine gute Ausbeute. Aber man hat doch dieser eine Ocean, die halt echt nochmal was ausmacht. Ich dachte echt, die müssen resetten, aber nö. Richtig, der wird dann. Zack. Und jetzt kommt der erste Dicke. 438. Der Turm, der 2,5-Tal ihn... Kann man mal machen. ...20% mit einem Hit. Amel pusht jetzt auch nochmal die Mitte ran. Man könnte natürlich jetzt mit diesem Nerven schon noch weiter pushen. Man hat aber inzwischen echt viel Gold in der Tasche. Das sind hier gute 5.000 Gold, die man gerade... Und du hast auch top gar keinen Slow-Push. Also, selbst wenn du jetzt da quasi nochmal ein bisschen chillst, hast du nicht unbedingt was, was du davon kriegst. Die Ultimates sind auch noch auf Cooldown. Wir könnten das einfach nutzen, um zu resetten, um nochmal neue Vision zu holen. Und zum Beispiel im Top-Side-Jungle hat Atok aktuell Vision. Das kann man eigentlich hinein. Es gibt keinen Grund, zu stayen. So wirklich. Außer, hey, wir haben einen Tope. Und bei dir die Ultimates halt wieder ab, dann macht es schon wieder ein bisschen mehr Sinn. Aber bis dahin zu stayen ist dann einfach... Du kannst die Zeit halt auch nur zum Zubi-Cook. Ja, das ist jetzt die letzte Rave. Vielleicht will man damit nochmal schauen, ob man hier nochmal engage durchgehen kann. Rumble-Ul zum Zoning wird eingesetzt. Schön mit Kragas war es, aber doch ein Arz ist so tanky. Man kriegt den Turret und kann damit die Base immerhin so ein kleines bisschen anknacken. Ich denke, jetzt sollte man aber auf jeden Fall den Reset suchen. Ich finde es sehr schade, dass Atok selbst in der Phase nicht engaged. Weil ich glaube, klar, das ist super unangenehm. Sie haben halt auch kaum engaged. Ja, das ist halt wirklich das Problem. Nur den Kragas. Warum kann er es ja sogar blocken? Ja, das ist ja wirklich das Ding. Sie haben nur den Kragas und der kann vom Braum geblockt werden. Und auch der Follow-Up ist ja mangelhaft. Aber in dem Szenario quasi, die Gegner overstrain, die Gegner haben auch Kudern auf den Uls. Viel besseren Fight kannst du dir eigentlich nicht mehr ausdenken. Aber das zeigt ja eigentlich auch nur, wie dramatisch die Lage aktuell hier für die Jungs von Atok ist. Wie hier ein Stück weit mit dem Rückkehr zur Wand stehen. Aber Rückkehr zur Wand stehen wir auch. Nämlich hier vor diesem wunderbaren Kasterding. Ja, kurze Pause. Könnt euch ehrlich gesagt nicht wirklich sagen, wo er uns liegt. Ja, aber Big hier tatsächlich gegen Atok, die ich vorher noch als klaren Favoriten gesehen habe. Tatsächlich auf einem sehr guten Weg. Ja, die haben ja auch wirklich sehr, sehr intelligent gedraftet. Also diesen Varus als First-Pick zu flexen, dann in die Mitte gegen den Ase zu packen, hat wunderbar funktioniert. Top-Lane, der Rumblegurt hat einen Assist, ist jetzt nicht so der Carry-Träger. Aber ansonsten sieht das wirklich wunderbar aus. Diese Ezreal-Gender-Lane hat bisher keine Effizienz gehabt. Und man hat sich halt aus der Seite von Atok gefühlt so ein bisschen selber ins Aus gedraftet. Du gehst früh für den Kha'Zix, ist okay. Dann gehst du aber auch noch früh für den Gragas-Flex, ist auch noch okay. Dann gehst du aber für die Jener und für den Ezreal. Und auf einmal hast du gar keinen Gage, auch kaum CC und nicht wirklich eine Antwort auf diese Poke-Com. Und genau das ist das Problem, was man jetzt hier gerade sehr, sehr gut sehen kann, finde ich. Ja, bin ich bei dir. Also ich glaube, dass das echt so ein Stück weit die Kernproblematik ist, dass man halt hier selber eigentlich für so ein bisschen Poke gehen wollte. Und das sieht dafür auch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Du hast Disengage, du hast also über Azea, Jener und Kragas, du hast einen sehr guten Disengage. Du hast Poke mit der Zier, Ezreal und Kha'Zix. Aber die Kickler haben dich halt einfach einfach outclassed, was Poke angeht. Und dann wird deine Comp halt einfach in ihrer einzigen Win-Condition oder in ihrer besten Win-Condition übertrumpft. Ja. Und dann wird es schwer. Auch der Kha'Zix ist hier bisher nicht wirklich zum Tragen gekommen. Hat hier wenig Impact im Spiel gehabt. Early Game, weniger Gangs, so ein Arzt angebracht. Ansonsten trägt er einfach nicht viel zu seinem Team bei. Rohr Schaden reicht hier einfach nicht, um gegen die Comp von Big anzukommen. Es ist bei Krimel auch Edge of Night geworden. Als nächstes noch ein BF. Bei Navio wird als nächstes noch mal PT folgen. Aber nur für den rohen Damage, für den rohen Lifesteal. Also schon sehr, sehr effektiv. Nash in zwei Minuten. Und eigentlich muss Ad-Hoc da contesten, sonst wird sich das Spiel hier schnell dem Ende neigen. Aber gegen drei Mountain Drakes, also da hält der Nash wirklich nicht lange durch. Ja. Klar, die Comp jetzt nicht so ultra, die Nash schmelzt zwar, aber mit drei Mounten ist halt jeder Comp auf einmal Cockmount, äh, Katus. Also das ist halt wirklich super schwer, da was zu machen. Gut, dass man jetzt hier mal für diese Trip geht, aber der Jender-Tornado gibt da auch ein bisschen schnell die Position preis. Ja, 1,44 auf der nächste Drake, das heißt ganz knapp hinter dieser 35-Minuten-Marke, wo ein Elder kommt. Sie wird dann halt auch sofort der Elder kommen. Bedeutet, auch da noch mal mehr Gefahr und auch da kann Big dann zulegen. Ich meine, wenn die den Elder machen, dann haben die vier Einhalb-Mountain Breaks. Ich will gar nicht wissen, der Nash schüttelt sich dann wahrscheinlich selber. Ja, du guckst den an. Na, hier, bitte, wach. Jetzt einfach aufheben, wie beim Herald. Jo, das Nash-Auge. Ist halt einfach da, sauer und kippt um und ergibt sich. Und Art-Talk, ja, die versuchen jetzt zu flanken mit, äh, Kha'Zix. Diese Kha'Zix, ich werde engaged und engage damit. Kommst, die hat ISG perfektioniert. Was die gerade, finde ich, nicht schlecht machen, ist die Wave-Clean, die Wave-Konstant vorm Turret, damit da auch kein Jhin-Fire-Can-Fock an den Turret rankommt, der hier wirklich viel Damage machen will. Jetzt hat man den Asiaturret, der wird hier aber komplett dezimiert von drei Autotexts von Jhin. Ja, Luvox ist auf einem Pink-Boer, der hat im Prinzip eine sehr gute Position zu flanken, aber er kommt nicht wirklich dazu. Jetzt versucht man es mal. Luvox in der Backline, schöner, engage, Flash-E von Tolkien. Aber reicht das, ist die Frage. Es sieht gut aus, die Asiat-Ultimate hat dreimal getroffen, er geht in die Stopwatch, aber trotzdem hat Big Dürmer noch gegen Murmeng. Gutes Positioning, haut da sein Damage durch, aber die sind zu tanky, die sind zu groß, es sind zu viele, Asriel ohne Impact dann am Ende. Luvox überlebt zwar, aber es ist ein Quarter für den, den wir eben noch als Nicht-Carry bezeichnet haben. Shutdown auf beiden Seiten natürlich groß. Luvox wird hier um sein Leben rennen, aber der Pillar, der stuckt ihn hier richtig rein. Braum, stunt ihn. Achso, nee, warum ist der tot? Nevermind, ich bin dumm. Ich dachte, das ist ein Jumble. Achso, du dachtest ein Penta? Ja, ich dachte gerade, was soll der Stil? Ich war schon sehr überrascht. Aber ist ein Braum. Ich war schon sehr überrascht. Ja, nevermind. Das war so drauf, oder war ich? Die ersten vier Kills im Spiel in uns direkt im Quadrat. Ich meine, da frage ich mich, warum hat das jetzt 35 Minuten gebraucht, um so einen Engage zu finden? Weil da hat man noch gesehen, wie ad hoc vorgehen kann. Sie sind aber jetzt schon 8k Gold hinten gewesen. Wenn das ein Fight ist, bei einem even Goldstand, bei 2k Defizit, dann gewinnen die den Eis kalt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber du hast gesagt, sie haben halt echt einen scheiß Engage. Und Luvox stand halt jetzt für 30 Sekunden in einem Pickboard-Push, damit das klappt quasi. Ich glaube, hinter Enemy-Line zu kommen, ist halt hier so ein bisschen der Trick. Aber vielleicht sind sie jetzt auf den Geschmack gekommen. Problem ist nur, auch den Fight haben sie ja verloren. Nash ist jetzt auch wieder ab. Teleport kommt da von Nilly raus. Elda. Und da ist ad hoc nicht in Position. Der geht natürlich hier, der geht natürlich relativ schnell kaputt, ne? Mit drei Mountain-Drakes kann man das schon mal machen. Und jetzt hat man ja, wie du angesprochen hast, jetzt hat man ja 4,5 Mountain-Drakes für den Baron. Der Junge, also Jin braucht 4 Autotakes, dann ist der down. Vor allem ist das ekelhaft, du hast ja nicht nur 4,5 Mountain-Drakes, du hast ja auch noch den Elda-Buff an sich. 225-Tune mit einer Poke-Kong. Und dann musst du dir ja vorstellen, Alter, der hat einen Jin-4-Auto-Attack auf den Turret. Ich frage mich, ob Jin jetzt legit, mit einem Hit macht er noch mehr, macht er wahrscheinlich Hälfte Leben von Turret. Boah, mit dem 4. wahrscheinlich, ja. Ich meine, der kritzelt ja auch noch an den Kackweg. Vielleicht ist es sogar mehr. Jetzt hat vollgekissen. Ich glaube, der kann aber mit 4 Schüssen kann er einen Turret fast alleine killen. Ey, ich sag safe, mit 4 Schüssen ist der weg. Der hat eben mit dem 4. 20% Damage am Turret gemacht. Jetzt hat er nochmal anderthalb Mountains mehr. Ja, man sollte jetzt hier einfach für den Nash gegenlaufen. Odden pusht jetzt langsam ran. Atok hat eigentlich keine Chance, hier diesen Fight zu gewinnen gegen den, du hast es angesprochen. Über 200 True Damage Buff durch den Elder Drake. Trotzdem ist man hier seitens Big sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht ein bisschen zu vorsichtig. Donuts geht für den Catch auf Lurox, kriegt den Autotech aber nicht durch. Spricht hier irgendwas dagegen, einfach den Nash zu lassen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich verstehe schon das Prinzip, dass man erst die Vision haben will, aber darum bemüht sich gerade auch nicht so ganz. Ich glaube man wartet wirklich nur noch auf die Botlane. Aber jetzt sind sie dran. Zone war nicht so wirklich gut da oben der Kha'Zix. Das heißt Damage das war sehr random. Sehr viel Schaden. Also ich denke das safeste Play gewesen wäre wirklich auf die Botlane zu warten. Aber man hat es hier nicht nötig gehabt. Und jetzt hat man Elder Drake. Also es war schon ballsy. Es war es schon sehr, sehr ballsy. Aber Vieterschuss von Jhin macht zu dem Zeitpunkt deutlich mehr Damage als Smite. Und andererseits ja auch, wenn Lurox da reingeht, der hat ja kein Flash. Stirbt der Steed in Nash? Ist das Game wahrscheinlich trotzdem auch. Kann gut ja sein. Bei 4 gegen 5 gegen Elder. Aber jetzt achten wir mal auf die Turret HP. Ach, achten wir nicht. Man macht gar kein Auto-Attack. Die Ultimate war jetzt nicht so effektiv. Ich meine da macht halt wirklich der Elder gerade mehr Damage als das Ding an sich. Toplane-Wave hat man nicht optimal rangepusht, aber ist egal. Sie wollten hier tatsächlich für den Finish gehen. Man hat Barren Buff, man hat immer noch den Elder Drake. Man hat auch außer Jhin noch alles ready. Tolkien super low Mordel wird hier verbrannt. Ah, nee, der überlebt das natürlich nicht. Das war nämlich hier die Trondon-Ultimate-Ds mit Elder Barf komplett disgusting, weil sich immer wieder refreshed. Ekel erregend. Das ist ja wirklich wieder nicht. Ah, Dots sind halt einfach nur komplett unfair. Asiaturid delayt das Ganze nochmal, aber halt delayen hilft dir nicht. Atok ohne Chance. Big stimmt hier zum 1 zu 0 in diesem Best of 3. Ist damit in einer sehr, sehr guten Ausgangslage und haben gezeigt, dass sie mit dieser Po-Combo sehr erfolgreich sein können und haben Atok quasi mit einer Compt, die der eigenen so ähnlich war, in die Schranken gewiesen. Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Ja, und somit auch das erste Spiel zwischen Big und den Jungs von Atok Gaming damit beendet und ja, die Jungs von Atok, die kamen nie so wirklich nach vorne. Es war auf keiner Lane so eine wirkliche Dominanz zu spüren. Es war natürlich immer der Wille da nach vorne zu spielen, aber grundsätzlich ist man nirgendwo wirklich in Führung gegangen. Warum ist das nicht passiert? Ja, das Problem war einfach, man hat nicht wirklich dominante Lanes gepickt. Man hat nicht wirklich eine starke Team-Comp gepickt gegen das, was hier Big vorgezeigt hat und dann ist Big einfach early ahead gekommen mit einer Po-Com super eklig und sie haben sehr, sehr früh angefangen zu groupen. Das heißt, Atok musste auch sehr viel groupen und da hatten sie einfach nicht wirklich eine Antwort. Man hat gerade in der 35. Minute gesehen, wie man mit der Compt vorgehen kann. Aber wenn du erst, wenn du 7k Gold behind bist, in der Lage bist, mal einen guten Engage durchzukriegen, dann gewinnst du den Teamfight durch den Goldunterschied nicht und dann ist das Spiel relativ schnell vorbei. Big hat es aber auch trotzdem sehr, sehr clean gespielt. Sie haben ihre Compt wie im Bilderbuch ausgespielt und bin gespannt, ob wir da vielleicht sogar dann den Varos im nächsten Game weggepickt werden sehen, vielleicht ein Bann. Also irgendwas muss Atok hier an ihrer Champ Select definitiv ändern, weil mit dem Playstyle, den sie haben, kommen sie gegen diese Compt nicht klar. Ja, wir wollen genau diese Szene noch einmal ansprechen. Vorher schauen wir aber auf den Damage-Graphen noch einmal, den können wir uns einmal anschauen, denn da können wir nochmal so ein bisschen detaillierter sehen, wer denn hier eigentlich wirklich die Damage-mäßige Arbeit gemacht hat. Und Rumble war sehr präsent, auch hier zum letzten Fight oder vorletzten Fight, wenn man so möchte, eben nochmal sehr viel gezeigt. Also, wieso hat das so lange gedauert, bis man ihn mal bemerkt? Oder hat man ihn vorher schon bemerkt? Ja, das Ding ist, der Schaden ist natürlich jetzt deutlich in die Höhe getrieben durch das 1 gegen 1 Matchup gegen Gragas. Gragas hat sehr viel Sustain, Gragas ist sehr Tanky, da hast du immer mehr Damage, gerade als Champion mit sehr viel DPS, wie es ein Rumble hat. Ansonsten aber, der war raus halt ganz klar, als Pokestim hast du immer sehr viel Schaden, aber der Schaden hat hier den Unterschied gemacht und im Endeffekt hat der Rumble auch häufig gegen den Gragas slayen müssen, während sein Team zu viel in der Mitte gegroupt hat. Und da hatte man auch gemerkt, da hatte dann Big wirklich 5, 6 Minuten Probleme durchzupushen. Man hatte diese Situation, wo sie versucht, den T1-Zum in der Mitte einzureißen und es einfach nicht geklappt hat. Dann hat man aber mit dem Rumble gegroupt und Rumble war im Fünfergestrip für Big deutlich wertvoller, als es Kragas letztendlich für Atok war. Obwohl Kragas Frontline und Engage gleichzeitig war. Also, super ärgerlich, aber die Com von Atok ist hier gegen das, was Big gezeigt hat, leider absolut nicht aufgegangen. Ja, wir wollen noch einmal diesen Teamfight zeigen, den du selber gerade angesprochen hast. In der 35. Minute in der Mitte, während man versucht, den Asiturn zu zerstören. Ja, das ist wie SPG. Irgendwie ist es immer, wenn du da das Ding jagen. Ich hab gar nichts. Ja, ich weiß, aber irgendwie muss er da drücken, oder? Irgendjemand muss hier doch Schuld haben, Sola. Das stimmt. Aber wenn ich das gewinnt, dann... Ja! So, jetzt sagst du. Genau, also im Prinzip ist genau das, was Atok hier gebraucht hat. Man sieht, Lurox wartet hier wirklich sehr, sehr lange in dem Busch auf einem Pinkwood. Das hat man aber auch schön prepared. Und das hätte ich mir in dem Spiel einfach viel, viel häufiger gewünscht, weil das war so der einzige Punkt, wo der Kha'Zix überhaupt nach der Laning-Face noch Impact hatte. Dann sehen wir jetzt gleich einen sehr, sehr schönen Flash-Engage von Kragas. Da war man aber auch... Also, ja, ich glaube, man hat einfach nicht damit gerechnet, dass Krümel hier hinten steht, weil... Ja, das ist nicht das Krümel, sondern dass Lurox hier hinten steht, weil Krümel steht halt wirklich sehr weit vorne und kann hier jederzeit von dem Kragas engaged werden, nur wenn man sich halt den Rest des Teams anguckt, die alle im Prinzip... Ja, die sind halt alle hier hinter dieser Linie, so ein Stück weit. Da... Ich hab keine Linie gefunden, deswegen hab ich den freigenommen. Alles gut. Deswegen hat er sich da sicher gefühlt. Dann geht man hier aber für den Flash-Engage Kha'Zix von hinten auch schön mit der Ultimate gearbeitet, dass man ihn maximal spät sieht. Also sehr, sehr schön gemacht so. Und dann ist das Ganze ein sehr chaotischer Fight. Man hat jetzt hier die Rumble-Ult, die im Prinzip da nichts wirklich trifft. Du hast einen Rumble, der jetzt hier sehr isoliert ist, der von den beiden jetzt angegangen wird. Du hast hier oben einen Murmel, der in einer sehr guten Position ist, um seine Queues reinzuschmeißen. Du hast immer noch einen Kha'Zix, der hier von der Seite kommt. Also im Prinzip ein optimaler Teamfight wirklich für Atock, der dann aber trotzdem nicht so gut ausgeht. Xio geht hier sehr, sehr early rein. Weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen müssen, aber man merkt, die rohe Tankiness von Big ist ja einfach der Grund, warum Atock daran scheitert, diesen Fight zu gewinnen. Und das liegt dann einfach am Goldunterschied. Die ersten vier Kills von Nidinelli helfen dann auch nochmal danach das Spiel easier zu closen. Also das war ein schöner Engage, der bei einem weniger eindeutigen Goldunterschied, denke ich, durchaus zu einem Comeback hätte führen können. Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Aber trotzdem, Atock Gaming konnte sich jetzt hier nicht durchsetzen. Ob es gleich im zweiten Spiel was wird und ob wir vielleicht sogar dann noch ein drittes Spiel sehen, sehen wir, wenn das Licht wieder angeht. Wir gehen in kurze Pause. Bis gleich. 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 Das war's. Das war's. Servus, E-Beams, Le Kalle und Le Sola ist auch da. Hier Premature wieder, Viertelfinale ist am Start. BIG gegen Ad-Hoc Gaming, 1 zu 0 für BIG zum aktuellen Zeitpunkt. Und wir wollen auch mal in die anderen Partien so ein bisschen reinschauen, deswegen gucken wir uns noch einmal das Turnier-Bracket an, um zu sehen, was da denn so eigentlich passiert. Und SK Gaming ist offensichtlich immer noch in der Partie mit AIQ. Die sind ein bisschen delayed gestartet, also sind gestartet, während wir schon ingame waren hier mit BIG gegen Ad-Hoc Gaming. Und die führen, wie gesagt, 1 zu 0 und treten nach aktuellem Stand gegen ESG im Halbfinale an, sollten sie auch die folgende Partie oder die darauffolgende für sich entscheiden. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon den guten Joker für sich an dieser Stelle einmal gesichert. Und wir wollen natürlich jetzt nochmal rausfinden, was macht Ad-Hoc Gaming jetzt, um das zu verhindern? Ich denke, ganz wichtig ist, dass sie grundlegend anders an die Champ-Select rangehen. Ich denke, sie wurden von diesem Varus-Midlane ziemlich überrascht. Ich glaube nicht, dass sie davon ausgegangen sind, dass sie für Full-Poke gehen, also BIG, weil sie ja gerade davor auch mit dem Varus für den Attack-Speed-Build gegangen sind und dadurch quasi sich mehr auf Team-, also mehr auf einen klassischen AD-Carry konzentriert haben. Also ich glaube, da haben sie sich auf dem falschen Fuß erwischen lassen und dann ist ihre Compte da wirklich sehr, sehr schwach drin gewesen. Auch die Jena hatte nicht so wirklich einen Zweck, der Ezreal ist nicht wirklich useful gewesen. Der Asier, ja, hat die Lane gut gehalten, aber einfach die Pigs haben leider überhaupt nicht funktioniert. Und ich finde, ich denke, ich hoffe, dass Ad-Hoc in der Lage ist, jetzt nochmal zu resetten und ein zweites Spiel komplett neu reinzugehen mit einem frischen Mindset und da einfach nochmal Comfort-Picks auch wieder zu draften, die vor allem nicht so leicht außer Kraft gesetzt werden können. Weil ich meine, klar, der Varus-Mitte, vielleicht hat man damit nicht gerechnet, aber es hätte ja genauso gut ein Pog-Varus-Bot und ein Xerath-Mitte oder so sein können, dann wäre die Kombi ja exakt genauso verlaufen wahrscheinlich. Also das ist halt so ein bisschen mein Problem gewesen mit der Champ-Select, beziehungsweise mit dem Game. Natürlich sah es jetzt am Ende auch eindeutiger aus, als es vielleicht hätte sein sollen, weil Big das sehr, sehr clean runtergespielt hat und da auch mit der Vision sehr gut gearbeitet hat, den Kha'Zix einfach unglaublich gut rausgenommen hat und es Lurok sehr, sehr schwer gemacht hat, irgendwie in die Backline reinzukommen. Also mal schauen, was Ad-Hoc da jetzt anders machen wird. Wir haben jetzt auf dem aktuellen Patch dann auch die Änderungen für die AD-Carries miterlebt. Wir haben gesehen, Infinity-Edge wurde besser, beziehungsweise die Preise haben sich hauptsächlich angepasst, das jetzt auch bei dem Stormraiser-Item und, wie gesagt, beim Infinity-Edge. Warum hat man jetzt nicht diesen Shift auf die klassischen Crit-AD-Carries bekommen? Warum sind jetzt Varus wieder da, Jhin wieder da? Wo kommt das jetzt her? Ja, Jhin ist eben genau durch diese Buffs, durch Hale of Blades und so weiter auch wieder zurückgekommen. Und ansonsten ist das Spiel einfach immer noch zu schnell für die klassischen Crit-ADCs. Plus, die Meta lässt es einfach eher ein Stück weit weniger zu, weil du hast eben, klar, du hast jetzt hier eine Jender gesehen, aber Jender ist immer noch ein sehr spezieller Champion, der jetzt nicht in die Meta unbedingt reingehört. Hier in dem Champion-Game war sie relativ useless, in dem Game von ESG war sie überraschend nützlich, aber auch da war ich sehr, sehr skeptisch. Aber du brauchst halt mit diesen Hyper-Carry-Scaling-Crit-AD-Carries, brauchst du einfach jemanden, der dich protectet. Und das ist aktuell eher weniger Meta. Selbst wenn du einen Braum hast, Braum finde ich immer noch okay, aber da hast du wieder keinen Ahn. Also, ist immer ein bisschen schwierig. Und aktuell ist der Mehrwert da einfach nicht so richtig gegeben. Die anderen AD-Carries, wie Varus, wie Jhin, auch eine Ash, die wir von Navio zum Beispiel schon häufiger gesehen haben, die sind einfach schon früher und wegen ihrer Utility zu jedem Zeitpunkt effektiv, während die meisten Hyper-Carries nur mit Schaden punkten können. Und das ist nicht das, oder nicht nur das, was die Bot-Lane aktuell bieten muss. Was auch viele natürlich im Vorfeld gesagt haben, ja, wenn dieser Patch kommt, dann sind AD-Carries wieder genauso wie vorher. Wir haben es in internationalen Projekten auch schon gesehen. Rekkles hat wieder gespielt für Fnatic. Allerdings auch nur einen Tag, nicht beide Tage. Und dazu muss man noch sagen, zum Beispiel heute hier auch ESG hat im ersten Spiel mit dem Xerof auf der Botlane gespielt. Also ist es immer noch sehr variabel? Haben wir immer noch viele Möglichkeiten? Oder wie ist der aktuelle Stand? Ich denke, aktuell bewegt sich weiter in eine sehr, sehr gute Position, wo wir in der Situation sind, dass man immer noch was anderes spielen kann. Ja, ESG, wie du angesprochen hast, bestes Beispiel, auch Fnatic mit Vipo Botlane sehr erfolgreich, wo aber trotzdem die AD-Carries wieder ihren Platz haben, wo du jetzt nicht instant reported wirst, wenn du einen AD-Carry einloggst. Also ich glaube, das ist aktuell wieder solid. Vielleicht noch ein, zwei Anpassungen, dann ist das Ganze völlig fein. Gerade Champions wie Jin, die sind aber wirklich stark wieder aktuell. Vielleicht auch ein bisschen zu stark. Wie gesagt, Jin hat wirklich von allen Changes, die wir jetzt in der letzten Zeit hatten, profitiert. Und ist gleichzeitig auch noch ein Champion, der stark ist, wenn die AD-Carries schwach sind. Deswegen ist er halt aktuell einfach nur godlike. Ja, da gebe ich auf jeden Fall recht. Der macht auf jeden Fall auch sehr viel Spaß momentan wieder. Das stimmt, ja. Und mal sehen, ob diese beiden Teams jetzt daran was mitnehmen können oder davon was mitnehmen können. AHQ, nee, jetzt sage ich es selber. AHG, Ad-Hog Gaming gegen Big in der Pico-Bahn-Phase. Und die Seiten, die wurden jetzt getauscht. Das bedeutet, der erste Bann ist in Grace, der zweite in Ezreal. Ja, finde ich interessant, dass man jetzt hier den Ezreal rausnimmt, obwohl der eben nicht so effektiv war. Hat vielleicht einfach zu viel Sicherheit geboten. Jetzt hätte man das Ganze eventuell sogar noch herter Snowballen können. Jetzt kommt der Yasuo-Bahn auf der Seite von Atock selbst. Letztes Game haben wir noch den Akali-Bahn gesehen. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. Thalia ist auch noch offen. Wurde ja von Big sogar auf der Blue-Side gebannt. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass sie auch auf der Red-Side hier rausgenommen wird. Atocks eben noch zur Verfügung. Also ich denke, Thalia und Atocks wären nicht hier zwei gute Banns von Big. Es sei denn, man hat einen Plan gegen diese beiden Champions. Auf der anderen Akali zum Trap-Bank zur Verfügung steht. Die nehmen wir jetzt dort direkt raus. Ich denke, es ist das größere Wibble auf jeden Fall. Weil Thalia ist auch noch sehr, sehr stark. Atocks ebenso. Aber die sind, denke ich, handelbarer als Akali. Vor allem hat Akali immer noch so diesen Newbie-Bonus. In der Hinsicht, dass Leute einfach noch nicht so gut wissen, wie man gegen sie spielt. Gegen Atocks hat man jetzt ein bisschen Übung. Gegen Thalia hast du schon tausendmal gespielt. Die kannst du einfach besser einschätzen als eine Akali. Da gibt es dir recht. Jetzt der Nocturne-Bahn. Und das bedeutet Big jetzt noch mit der letzten Möglichkeit, du hast Thalia nochmal angesprochen, hier also noch was zu verändern. Aber sie entscheiden sich für Atocks und damit Thalia offen. Es ist ja die Frage, ob Luwax hier für die Thalia gehen möchte. Wahrscheinlich, also ich habe in seiner History sehr wenig Thalia gesehen. Wahrscheinlich lässt man sie deswegen offen. Einfach nur, wenn man sich sagt, ja, ist jetzt aktuell nicht ganz so stark. Aber Kha'Zix ist hier wieder offen, ist für Luwax ein Prio-Pick. Aber wie wir im letzten Spiel angesprochen hatten, der Varus wird hier sehr, sehr wichtig werden und wird jetzt hier von Atock auch geklaut. Xeo auch jemand, der sehr gerne inzwischen Varus-Mitte spielt. Also auch für Atock ist es ein Flex-Pick. Mal gucken, wo man den dann hinpacken wird. Im Prinzip darf jetzt Big nur nicht in die gleiche Falle fallen, die sie im letzten Spiel selber gestellt haben in der Champs-Select. Was hat denn der neue Patch für die Mitte gebracht, Johnny? Gibt es da auch Möglichkeiten, die man jetzt beachten muss? Gerade jetzt mit den, ja, vielleicht auch AD-Carry-Changes. Da hat man ja vielleicht auch mal mehr Assassin's gesehen in letzter Zeit. Ja, ein Stück weit schon, auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich keine dramatische Änderung. Das, was, glaube ich, am meisten Einfluss hat, wenn ADCs wiederkommen, ist nicht, dass wir sofort anfangen, Assassin's zu spielen, sondern dass Games länger werden. Und deswegen Rai, Sazir, Uri wieder back sind. Das ist, glaube ich, die größte Änderung, die wir erlebt haben. Und auch sowas wie Corki kann ich vorstellen, dass man das mal pickt. Das war gerade auch wieder eine gute Szenar-Gip. Hab ich vorhin angesprochen, dass ich die gerne mal wieder sehen würde. Ist, finde ich, aktuell ein sehr, sehr starker Pick. Unglaublich lane-dominant. Also wirklich brutal, wie viel Schaden sie mit ihrem Q rausholen kann. Man geht ja auch sehr, sehr gerne aktuell auf Dark Harvest. Bin ich gespannt. Komet ist auch noch eine Möglichkeit. Aber Dark Harvest ist gerade für den späteren Spielverlauf insane stark. Du scalst vor allem mit ihr auch enorm gut. Normalerweise ist auch MF früher so ein Pick gewesen. Ein, zwei Items, geil, drei Items. Und ab dem vierten fängt sie an, runterzufallen. Aber mit Stormraiser, mit Firecan, mit Dark Harvest ist sie auch im Late-Game absolutes Monster. Spielt man auch im Pro-Bereich Dark Harvest? Das ist ja die Frage. Also ich habe tatsächlich MF fast noch nie gesehen, seitdem sie wieder dabei ist. Was mich sehr stark wundert, weil sie eben eigentlich ein sehr guter Champion aktuell ist. Aber eben auch ein bisschen eindimensional. Du weißt halt genau, was dich erwartet mit MF. Und bei MF ist auch das einzige Outplay-Potenzial der rohe Schaden. So ein bisschen wie Draven. Der ja aktuell auch sehr, sehr stark ist. Aber eben auch in der Pro-Szene sehr selten gespielt wird. Ja. Zagragas Pick auf der Seite von Ad-Hoc Gaming. Also eventuell wieder auf Tolkien, der ihm ja auch sein Bestes gegeben hat an dieser Stelle. Beim First Blood, wir erinnern uns, wie er das da auf der Top-Lane noch gehandelt hat. Normalerweise geht man auf der Red-Seite für den Last-Pick in der ersten Rotation gerne für einen Blind-Mitlaner. Macht man jetzt hier auf der Seite von Big allerdings nicht, weil man A, Last-Pick hat und weil man B auch noch nicht weiß, ob der Varos jetzt Mitte ist oder nicht. Also ich finde, die Antworten, die Big hier hat, sind deutlich besser als das, was Ad-Hoc im letzten Spiel gezeigt hat. Und Trundle und Tarm sind natürlich sehr, sehr sicher, sehr vorsichtig auch. Aber eben hat der Trundle sehr, sehr gut funktioniert. Gerade auch mit dem F, mit der Ultimate kann man da ganz gut agieren. Der Gragas ist ja immer noch ein Flex-Pick, wurde eben auf die Top-Lane geschickt, kann aber eben auch noch an viele verschiedene Positionen gehen. Selbst der Silien könnte theoretisch noch in die Mitte gehen. Aber davon geht man hier auf der Seite von Big nicht aus. Deswegen bandt man hier die Ori. Ich finde ja ein Argument dazu gut, warum man hier nicht für mit den Last geht. Aber ich hätte mir vielleicht einen Safe, einen Top-Laner gewünscht und dann zwei Top-Lane-Bands. Stattdessen geht man halt wieder für diesen Trundle, den Don Arz jetzt quasi jedes Game heute spielt. Aber es hat auch jedes Game gut funktioniert, muss man sagen. Ja, das ist halt einfach auch so ein bisschen wie der Comfort-Pick. Ich meine, wir fordern das immer wieder. Und Trundle ist aktuell wirklich, habe ich schon von vielen Junglern gehört, der sicherste Jungle-Blind-Pick, weil er einfach keine wirklich schlechten Match-Ups hat und auch in jede Coms ein Stück weit gut reinpasst. Für Solo-Cue ist nochmal ein bisschen was anderes. Ein Solo-Cue-Trundle ist zwar auch gut, aber ist nochmal ein bisschen lamer, weil er halt mehr über Kontrolle kommt als über rohe Power, wie so ein Kha'Zix, der in dein Face springt. Und jetzt hier Last-Band den Arzier von Big selbst nochmal. Also man denkt hier, dass der Varus wahrscheinlich Bot gehen wird, aber sicher ist das natürlich noch nicht. Also Axio hat von den Midlane-Varus geschwärmt, also mal gucken. Aber es wundert mich ein bisschen, dass man hier die safe Midlane herausnimmt. Arzier ist natürlich bad gegen Varus, klar, aber countert jetzt auch nicht so viele. Bis jetzt sieht das stark nach dem Rise aus, weil sowohl Orianna als auch Arzier sind gut gegen Rise oder spielbar gegen Rise. Ja, würde natürlich für die Com gar nicht so schlecht aussehen, denke ich. Du hast dann mit Tarm sehr viel Global Pressure. Das ist doch noch Cassio, Alter. Das ist auch noch gut gegen Rise. Das ist jetzt die Frage, ob man für den... Ja, man geht wirklich für den Rise, wie du angesprochen hast. Finde ich nicht verkehrt. Aber der Cassio-Band hat mich jetzt komplett aufgefallen. Der Cassio-Band war echt ein bisschen weird. So nach dem Motto, oh, die bannen Rise-Counter, lass mal Rise-Counter bannen. So, einfach, warte mal warum. Vielleicht ist es Sneaky in Zillian Midlane. Weiß gar nicht, wie das Matchup ist gegen Rise, muss ich sagen. Aber in der NA-Test wird aktuell immer so eine Kindred-Zillian-Comp gespielt. Ja, du hast auch schon Kindred ausgepackt. Ob das hier noch in die Com reinpasst? Ich meine, das wäre ein Kragers-Top-Lane, machbar ist es. Aber was erhofft man sich davon so ein bisschen? Talia jetzt spät gepickt. Auch die kann noch in die Mitte gehen, aber wird wahrscheinlich auch ja eine Jungle-Talia werden. Oh. Nee, Zoe, das würde mich jetzt komplett verwundern. Aber es würde gehen, ne? Talia, Jungle, Kragers-Top-Lane. Tatsächlich, das würde wirklich gehen, das würde wirklich gehen. Aber gegen Tarm, so wird die Zoe, wow. Das heißt, wir haben jetzt Zoe-Mitte, Talia-Jungle, Kragers-Top-Varus-Seelen-Bot. Also, dass man so spät noch eine Talia-Jungle kriegt, ist auch ganz selten. Ja. So, und was ist jetzt der Pick? Also, was braucht man überhaupt? Man braucht noch einen Top-Laner? Oder man schickt den Rise-Top-Lane? Haben wir ja auch schon heute gesehen. Es ist ja wieder so ein deutsches Ding, ne? Leute, gegen Kragers, aber fein sein, ne? Talia wird hier lange gehovert. Gucken wir mal. Genau. Der Nah. Das heißt, es ist Rise-Mitte. Interessant auf jeden Fall. Also, beide Teams mit einer anderen Champs-Selector als im letzten Game. Andere Stärken, andere Schwächen. Ich denke, dass die Comp von Uptalk aber deutlich riskanter ist. Also, Varus, Zoe. Aber sie haben auch die deutlich, die Picks, die, also von der, von so, was sind S, A, B, T, S, Ja, da gebe ich dir recht. Die haben halt Varus, Zoe, Talia. Ja, das stimmt. Das ist halt Mobbing. Sind aber trotzdem auch drei Champions, die von Behind-Air-Pro... Ja, wobei, was heißt Probleme? Sie haben immer noch gutes Catch-Potenzial. Aber das kann halt der Tarm relativ gut ausgleichen. Und du hast hier im Prinzip, ja gut, Zillian Movement ist schon wichtig, aber du hast ansonsten vier Immobile Champions, die durchaus von dieser MF-Ult ordentlich aufs Maul kriegen. Stell dir so eine schöne Fünf-Mann-Nah-Into-Fünf-Mann-MF-Ult vor. Ich muss auch sagen, dass der, den Zillian hätte ich hier lieber auf der Seite, wobei der Tarmcatch ist awesome, aber der Zillian, ich sehe jetzt nicht, wo so der eine Moment ist, wo die krasse Zillian-Ultimate kommt. Ja, mal sehen, wie diese beiden Teams das jetzt hier handeln. So, oder was sagst du, wer ist denn jetzt hier, deiner Meinung nach, Favorit für diese Partie? Ist schwierig. Ich meine, Zoe ist immer noch Zoe. Das ist so ein bisschen das Ding. Aber mir gefällt die MF. Ich bin gespannt, wie sie performen wird. Wie gesagt, ob es mit Dark Harvest wird oder nicht. Ansonsten denke ich, dass Big diesmal ein bisschen safer gedraftet hat mit dem Tarm, mit dem Trundle, aber also auch mit dem Rise sehr gutes Scaling gepickt hat hier, auch mit dem Nah-Split-Push später noch Pressure. Das heißt, du nimmst den Gragas effektiv wieder aus dem Teamfight raus, du nimmst dem Gegner wieder ein bisschen Engage-Potenzial. Auf der anderen Seite muss Ad-Hoc für die Catches gehen und das kann sehr potent sein, aber es ist eine Compte, die, wenn sie diese Catches nicht findet, sehr starke Schwächen haben kann. Also gucken wir mal. Aber wow, Zoe kann wirklich eine richtig, richtig eklige Compte sein. Ja, da gebe ich dir recht. Jetzt haben wir natürlich noch den MF-Pack auf der anderen Seite. Du hast selber gesagt, ja, gefällt mir sehr gut, aber gleichzeitig hast du auch gesagt, sie ist ein bisschen einseitiger, sie hat nicht so viel Tiefe, sie fällt sogar hinterher ab. Also was macht sie denn gerade stark? Ja, sie fällt nicht mehr so stark ab, dank Stormraiser, dank Dark Harvest, aber was sie so stark macht, ist wirklich ihre reine Lane-Pressure. Du lans, alles ist fein, ein random Q trifft, du bist auf einem halben Leben. Noch ein Q trifft, du musst base oder bist sogar tot. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Plus, ihre Mobility ist auch sehr, sehr wichtig oder sehr nice. Sie ist ja eigentlich ein immobiler Champion, aber so ein bisschen wie Jin hat sie immens viel Movement Speed und das die ganze Zeit, beziehungsweise vor allem Out of Combat. Das heißt, es ist viel, viel schwieriger, eine MF überhaupt zu poken, zu catchen oder was auch immer mit ihr zu machen, weil sie dir halt einfach mit 450 Movement Speed die ganze Zeit von links nach rechts läuft. Man kann auch Dreierschuhe auf ihr mitnehmen, Ghostblade ist ja auch nochmal mit ihr dabei. Also ihre Movement Speed ist eine sehr, sehr große Stärke. Sie hat sehr viel, ihr AOE-Slow ist natürlich auch immer wertvoll und eine gute MF-Wild kann ganzen Teamfight entscheiden, gerade gegen so viele immobile Champions. Bisschen schwächer ist MF meistens gegen wirklich ein Heart Engage, gegen Assassins, gegen sowas wie eine Irelia, einen Jaxx oder irgendwas, was halt in dein Face springt. Aber davon hat Atok hier nicht so viel und das, obwohl die MF ja recht früh gezeigt wurde. Also ich denke, die könnte hier auf jeden Fall ziemlich gut performen. Sagst du also gleichzeitig auch, es war jetzt eine Fehler, ist nicht zu punishen, dass sie gepickt wurde? Hätte man eine andere Waffe einsetzen müssen, sollen, um da quasi dementsprechend reagieren zu können? Ich denke, es ist fein, auf der Seite von Atok hat man ja trotzdem sehr, sehr viele Powerpicks bekommen. Also man hat quasi gesagt, ja, wir wollen jetzt nicht eine Komp picken, die nur die MF boomst, weil da ist ja auch ein Tarm. Also wird schwierig. Ja, man muss ja auch mal pragmatisch sein. Also da hat man natürlich sowieso die Sicherheit von einem Tarm. Das heißt, das hätte sich eh nicht angeboten. Und man hat eben sehr viele Powerpicks bekommen, auch der Kragas. Also wenn man sich wirklich einfach die Liste anguckt, Siljen mal ein bisschen ausgeklammert, wobei auch Siljen kein schlechter Support aktuell ist. Aber wenn du dir wirklich Varus, Zoe, Taliyah, Kragas anguckst, das sind die vier Champions, die aktuell auf jeden Fall zu der Top 3 in ihrer jeweiligen Rolle zählen. Die Frage ist nur, wie gut sie ineinander agieren können. Catchpotenzial ist da mit Zoe, mit Varus. Taliyah, Early Game hat das Potenzial sehr weit ahead zu kommen. Aber ich denke, die Komp von BK hat keine schlechten Antworten. Und ich bin gespannt. Im Endeffekt wird es jetzt für Atock sehr, sehr stark darauf ankommen, glaube ich, Early Game so ein bisschen ahead zu kommen. Weil dann haben wir ja im letzten Spiel gesehen, was eine Poke-Comp machen kann, wenn sie ahead ist. Und ja, die Skillshots treffen, das ist halt die größte Problematik bei Atock. Wenn die Skillshots nicht sitzen, ist die kommt nicht stark. Siehst du hier ein Team, aufgrund auch der Champions League gepickt worden, jetzt ein bisschen im Nachteil, wo sind die starken Probleme, wo müssen wir unsere Augen genau hinrichten? Ich glaube, Botlane wird nicht viel passieren, einfach weil es ein Tharm ist. Da wirst du einfach auf der Seite von Big für den Push gehen, random versuchen, MF-Cues zu treffen. Wenn du da den Gegnern gut runterpoken kannst, dann kann ich mir auch gutes Dive-Potenzial vorstellen mit einer Trundle-Pillar. MF-Ultimate, wie gesagt, kann sehr, sehr effektiv sein. Aber ansonsten, denke ich, wird es sehr viel auf die Mitteln ankommen. Zoe ist immer ein Champion, der aus dem Nichts einfach mal anfangen kann, Spiele zu gewinnen, wenn sie die richtigen Summoner-Spells mit dem W bekommt. Wenn sie früh ein paar Catches kriegt, auch im Jungle. Wird auch sehr interessant werden, weil ein Trundle ist zwar ein sicherer Blind-Pick, der gegen alle spielen kann, aber er ist trotzdem vergleichsweise anfällig gegen so eine Zoe Talia, die eben sehr viel Utility bieten, die auch sehr viel Zoning-Potenzial haben. Also ein Trundle kommt nicht so leicht von einer Bubble weg, kommt nicht so leicht von einem Lock-Up weg. Also ich glaube, dass dieses Jungle-Midlane-Match-Up hier enorm wichtig wird. Jetzt haben wir natürlich auch die Ausgangslage, dass Big jetzt hier noch einiges auf dem Spiel hat, sozusagen. Also wenn sie jetzt hier verlieren sollten und das nächste Spiel auch, dann gerade EU-Masters-mäßig, haben wir ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, ist da natürlich noch einiges zu verlieren. Auf der anderen Seite haben wir Add-Ock Gaming, die das eigentlich nicht haben. Die wollen natürlich den Preis wohl mitnehmen, aber generell, die EU-Masters sind für sie gegessen. Das bedeutet aber gleichzeitig auch. Müssen wir jetzt erwarten, dass sie sich nicht genauso stark reinhängen oder gerade deswegen? Ja, also ich würde niemandem hier zutrauen, dass er ein Spiel nicht ernst nimmt. Also gerade für Add-Ock eben. Klar, auch wenn sie nicht mehr auf die European Masters kommen können, bei der Premier Tour endlich mal gut abzuschneiden, ist, denke ich, auch ein Anspruch, den sie hier haben. Von daher, im ersten Spiel lief es echt nicht gut für sie. Ich finde, das hat mehr an der Team-Comp als an ihrer Leistung gelegen. Ja, Early Game lief nicht alles optimal, aber danach hast du halt wirklich nicht viel Spaß gehabt mit der Comp. Ich denke, diesmal haben sie mehr Möglichkeiten, aber ich finde, dass die Comp von Add-Ock schwerer zu spielen ist. Also sie müssen mehr richtig machen, um hier erfolgreich zu sein. Während Big eben, ich denke, sehr viele, ja, nicht einfache Möglichkeiten hat, aber die Champs sind so ein bisschen pragmatischer. Was jetzt nicht bedeutet, so ein Rise, der ist jetzt individuell nicht so einfach zu spielen, der hat trotzdem mechanically Anforderungen. Aber ich glaube, die Comp von Big ist leichter umzusetzen als die von Add-Ock und da wird es dann darauf ankommen, welches Team tatsächlich besser performt. Wenn man jetzt natürlich Xio und Tolkien kennt, dann weiß man natürlich, dass es sehr, ähm, ja, gelassene Spieler sind, wenn ich es mal so formulieren darf. Das bedeutet also, dass sie nicht in der Lage sind, ähm, was heißt nicht in der Lage, aber sie sind in der Lage tatsächlich, äh, neutral zu analysieren. Und ob sie ihre Fehler auch jetzt im folgenden Spiel analysieren können, werden wir natürlich sehen. Denn wir gehen jetzt in den Game, meine Damen und Herren, in Add-Ock Gaming gegen Big, jetzt die Revanche oder vielleicht schon das 2 zu 0 für Big. Viel Spaß. Vielen lieben Dank, Kalle. Ja, das hat sich ein bisschen hingezogen. Wir hatten eine kleine, äh, Ingame-Pause vor dem Anfang. Die haben wir euch dann aber einfach gar nicht gezeigt, sondern ich hab die beiden einfach weiterschwitzen lassen da im Sonnenlicht. Unser wunderbaren Anstrahler. So, heute natürlich wieder mit der Doppelfunktion als Experte, Sideslord und unter anderem auch als Co-Caster. Und, äh, jetzt natürlich ja auch wieder meine Seite. Deine Prediction gewinnt Big das 2 zu 0 oder wird es das 1 zu 1? Ja, es ist eine Zoe, ne? Also, ah, 1 zu 1. Es ist eine Zoe. Ich kann jetzt meine Gedanken lesen. Ja, aber mir gefällt die Compte von Add-Ock wirklich gut und ich traue ihnen zu, dass sie die gut ausspielen. Deswegen denke ich einfach mal, dass sie hier wirklich gute Chancen haben, da nochmal zurückzukommen. Ich denke auch. Also, ich muss auch sagen, dass die Compte von Big eben sehr, sehr schön war. Aber dass ich immer noch Zweifel an Big habe. Ich meine, sie haben das gut gemacht und hat es aber irgendwie, sie sagt am Ende des Games so, ja, die Compte hat das Game gewonnen. Oder hat Big das Game gewonnen? So, es ist halt, es fühlt sich irgendwie nicht ganz so an. Immerhin finde ich es ein bisschen, ach so, doch, dass man hier die Adaption hat, sehr schön, genau das wollen wir sehen. Ich weiß nicht, warum Big die Adaption nicht hat. Sweeper auf dem Support Level 1. Man kreiert diese Vision. Und ist das hier der 1,25 Blue Buff Invade gegen Donards? Ei, ei, ei. Ich glaube, die waren schon ein bisschen länger am Bad Buff, aber... Ja, Talia ist natürlich einer der stärksten Level 1. Äh, nee, ist Donards selber. Nee, hä? Warte mal. Ach, du meinst den Blue Buff Invade? Ich bin dumm. Ja. Ja, Talia ist natürlich ein guter Early Game Jungler, aber ich denke, man wusste einfach, dass der Topside startet. Dementsprechend hat man sich hier den Blue Buff mal gesnackt. Die Frage ist, ob Big das weiß. Donards geht hier auch für den... Ja, er geht für den Invade. Also, er weiß, dass Talia da Bot gestartet hat. Das heißt, man mirrohrt sich gegenseitig nur. Das bedeutet aber, dass Donards wahrscheinlich Level 3 Topside sein wird, während Talia Level 3 Botside sein wird. Und gegen MF-Tarm ist, denke ich, Botlane ein bisschen schwieriger zu ganken. Toplane kann man den Gragas gerade mit dem Pillar schon ganz gut punishen. Also bin ich mal gespannt. Und ich glaube aber auch, dass Toplane die Vision so ein bisschen entscheidender... Also die Early Krabbe ein bisschen entscheidender sein kann als Botlane. Wobei Botlane natürlich ein Infernal Drake da ist. Also der natürlich auch sehr, sehr attraktiv. Das stimmt, das stimmt. Aber noch nicht so early im Game. Generell, Zillin ist hier so ein Pick, der ein bisschen immer unterm Radar herfliegt. Zillin ist ganz selten in der Position, wo er tatsächlich Permapick-Band ist. Gerade gegen Tom Kincher, weil er teilweise schon ziemlich toxic ist. Wie stark schätzt du den Chef hier aktuell ein? Ich denke, Zillin hat sehr viel Potenzial. Schön Doppelbombe. Ja, da haben wir auch mal gesehen, was für Potenzial. Also ich glaube, gerade gegen Champions League nicht so gut punishen können. Und Tom gehört da definitiv dazu. Ist er enorm stark. Er hat große Schwächen gegen einen Gage-Supporter, wenn er eben sich catchen lässt. Er ist sehr squishy, er ist nicht gerade mobil. Die Doppelbombe ist kein kein sicherer Peel, weder für ihn noch für den AD Carry. Aber hier gegen Tom Kincher eine unglaublich gute Wahl. Macht es vor allem auch später sehr viel einfacher, A, aus dem MF-Volt rauszukommen, B, die MF-Volt mit der Ultimate zu den 9 und ein Varus, der da mit 700 UfM-Speed langläuft, ist natürlich auch ein ganz gutes Engage-Tool. Genauso eine Zoe. Also hier ist auch nicht Bock darauf, dass mir eine Zoe mit 700 UfM-Speed in die Fresse läuft. Ja, es passiert früher oder später eh immer, aber wir sammeln das bei so zusammen. Ja, nicht mehr. Worte denn, insane Pressure hier von Atok. Also da hat man gerade große Probleme überhaupt den Farm zu kriegen. Ja, es ist ein Losing-Rain hier auf jeden Fall. Und Navi hat kein Teleport. Ja, es ist auch Dark Havis DMF geworden. Also... Da geht doch bei dir was auf, oder? Ja, also es ist halt gerade später extrem nice und normalerweise ist der DMF der Champion, der dich mit einem Q burstet, aber mit Dark Havis kannst du dich später mit einem Auto-Attack bursten. Also du gehst ja wirklich, meistens der Standard-Bild ist Ghostblade, Draktar, Firecans, Stormraiser. Wenn du die vier Items hast und so 200 Dark Havis-Stacks, dann macht dein Auto-Attack so 1200 Damage auf 700 Bages. Und du gehst immer noch auf zwei Amor-Pen-Items? Ja, das lohnt sich meistens schon, weil eben dieser Auto-Attack mit Dark Havis und Draktar und Firecans und Stormraiser quasi vierfach und der Passive fünffach geboostet wird. Und you mustet mal mit, um diese Gap zu closen. Ja, genau. Also es ist wirklich enorm stark. Ja, so... Das eine Mail klingt schon toxik. Es ist aber eben auf der Eindimension. Ich wollte gerade sagen, auf der anderen Seite, ADCs klingt irgendwie immer, wenn man sich das End-Item-Wild anguckt, ziemlich disgusting. Das stimmt. Aber im Elf ist halt eine andere Art und Weise. Sonst ist es so, Odi, die hauen dich in zwei Sekunden achtmal und dann bist du tot. Und bei MF ist halt... Hau dich einmal. Die hauen dich einmal und du bist tot. Ja, Dark Havis generell eine Rune, die ist halt... Willst du einmal unseren 0815-Zuschauer erklären, wie das überhaupt abläuft jetzt auf MF mit Dark Havis? Ja, na klar. Also du kriegst ja bei Dark Havis random Stacks von Cap-Minions, von Monstern, von Champion-Kills. Ich glaube, von großen Monstern, also Blue Buffs, Dragons, Barons und so weiter geben dir die Buffs und jedes Mal, wenn du den Stack aufhebst, hast du für eine gewisse Zeit, am Anfang ist es nicht sehr viel Zeit, aber für eine gewisse Zeit extra Schaden mit deinem nächsten Auto-Tag. Und MF ist sowieso ein Champion, der sehr gerne so einzelne Auto-Tags tradet, weil sie mit der Passive da sehr viel extra Damage macht. Später allerdings, ich glaube, ab 150 Stacks bei Dark Havis muss das sein... 150 oder 250, ich weiß es nicht. Aber 250 hat's viel. Ich glaube, es sind 150. Später hält dann dieser Buff aber auch wirklich sehr, sehr lange. Das heißt, du musst einmal den Stack sammeln und hast dann safe für den nächsten Fight, für den nächsten Trade diesen Dark Havis-Stack, der dann einfach mal so 200, 300 extra Schaden macht und auch in einem Teamfight theoretisch mehrmals proppen kann. Eklig, eklig. Hier unten haben wir gerade gesehen, dass man gar den Proppen will. Aber hier ist dann Arz, das müsste ein Flash sein. Das ist sogar ein Flash. Hier, um Flash bin ich ein bisschen... Ja, ich glaube, Swipe hat da... Oh, jetzt der Flash hier allerdings von Tahm Kench. Die Bombe ist da. Schön, dass er noch sein Chain reaktiviert hat. Aber reicht das. Cleanse ist da. Weiß nicht ganz, warum. Aber ist auch egal. Lurok Slow kommt hier nochmal raus. Ui, viel hin- und hergetraden hier. Keine Teleportse bei einem Top-Laner. Man belässt es dabei. Ich glaube, das Cleanse war ein bisschen auch wieder hier übervorsichtig. Es war übrigens auch der Heal von Swipe. Wahrscheinlich deswegen. Die Kommunikation nicht on point. Ich glaube, es war so ein bisschen so... Oh, er will nicht flashen, dann heale ich... Oh. Ja, ja. Awkward. Na, fuck, ist aber keiner gestorben an der Stelle. Es entlastet die Botlet von Biggerboden gemeinsam. Ja, deswegen bleibt Don Arz. Bryce ist sogar bot unterwegs. Keine Vision. Okay. Ich glaube, wenn er gewusst hätte, dass du es... Hat er nur das nicht aufgesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er war gerade noch so knapp hinter der Kante. Die Zoe allerdings noch nicht am Moven. Ist hier reingepusht worden. Hat dabei schon jetzt ein ziemlich großes CS-Lead. Und kann jetzt hier auch nach unten Moven. Also, Biggerboden sollte sich langsam zurückziehen. Das ist jetzt... Okay, die gehen hier richtig hin. First Band für MF und dann geht noch mehr. Facetive einfach mal bei... Ja, Level 6 gerade für Rise. Der Rest war noch so Level 4. Und jetzt kommt Zoe. Und ist das der Quotra oder ist es gar nichts? Das sieht auch gar nichts aus. Die Kamera nach oben schaltet, ist gar nichts. Ja, klein... Ein bisschen antiklimatisch immer diese automatischen Kameraführungen. Aber starker Macht von Krümel mit der Ultimate. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da wirklich den Dive so committen kann. Vor allem, weil man ja wusste, dass die Zoe moved. Aber Xio da leider zu spät zur Party gekommen. Krümel mit viel Push-Pressure im Early-Game. Und damit ist es zwei... Xio... Ah, nee. Tumcension. Moment. Spielverderber von mir. Öl, Tolkien. Was? Wö... Tolkien? Du hör mal, Tolkien. Du hast noch Öl, ne? Aber der W ist gar nicht schon tanky. Nee, das reicht nicht. Der W macht ihn so tanky. Ja, ja. Ja. Hätte er den Gnar nicht gerade in den Tower schmeißen können? Ja, aber ich glaube, dann wäre er sogar... Hätte... Ja. Also, ich glaube, er hätte es auch nicht zwangsläufig überlegt. Der Vorteil von Tolkien ist, glaube ich, einfach gewesen hier, gerade, dass er schon weg war und so ein Item mit Vantage hat. Und vor allem ist das... Also, ich muss sagen, ich bin jedes Mal überrascht, wie dumm viel über den wäre. Ja, ist so tanky. Also, guck dir das mal an. Das ist doch kein... Der ist als hätte... Er hätte eine Suraka gefressen und vier halt ihm aus dem Bauch. Ein Stück weit, ne? Die Passive-Frage sind ja auch noch mit den Spare-Use. Aber was halt für Atok hier sehr, sehr ärgerlich ist, dass sie die Botlane eigentlich hart gestompt haben hier und jetzt durch diesen Vier-Mann-Dive ihren gesamten Beat verloren haben. Vor allem Vier-Mann-Face-Dive. Ja. Navio ist jetzt hier 300 Gold vorn, hat nochmal zwei Langschwerter mehr als Hummel und braucht dadurch, dass er NF ist, diese Early Boots auch einfach nicht so dringend, um Spales zu dutschen. Ah, true. Ja, stimmt. Da ist natürlich dieser W-Spare auch nochmal sehr effektiv. Oder die Passive ist und der W-Refresh ist. Ist das so? Ja, ne? Ja. Ne, es ist, glaube ich, die W-Passive. Ja, die Passive ist das Auto-Attack-Wechsel-Damage. Der W hat halt, wenn du die Auto-Attack ständig wechselst, enorm wenig Cool-Down. Also der Cool-Down vom W, der dir Attack-Speed gibt und den Movement-Speed, den du normalerweise nur Out-of-Combat hast, auch in Combat, der Cool-Down davon geht massiv runter, wenn du in der Lage bist, quasi hin und her zu Auto-Attacken. Und man sieht das auch immer bei MF-Spielern, dass man quasi immer verschiedene Minions Auto-Attacken. Und das gibt ja auch im Teamfight, wenn du es gut schaffst, weiß, ob man es wirklich so spielt. Aber MF spielt man ja mit der blauen Mastery als zweites. Dass man viel mehr, man nimmt mir mit, dass man viel mehr Movement-Speed mit Damage-Kick-Lag ist. Ja. Und nimmt man auch Nimbus mit. Weil mit Nimbus würdest du ja in Kombination, während du ultest, mehr Movement-Speed kriegen, was du gar nicht nutzen kannst. Aber du kriegst ja mehr AD. Ich glaube, da kannst du auch einfach Get-Wing-Storm mitnehmen. Also ich glaube, der Unterschied ist minimal. Aber kann man probieren. Also ich nehme meistens Mana-Floor-Band mit, einfach nur, weil du dadurch hinter den Speeds einfach auskennen kannst. Da sieht man es halt. Ein Q, halbes Leben. Das ist ein bisschen cool. Ah, du hast schon recht. Es klingt ja der Theorie so cool, aber es proggt ja auch erst anderthalb Sekunden oder eine Sekunde nach der ult. Eine nette Idee, aber wahrscheinlich ein Flop. 900 Gold Leads, sogar 1000 Leute geht für Big. Und ich muss nochmal über Kompliment aussprechen, dafür, wie sie damit umgegangen sind, dass ihre Botlane halt komplett ins Gesicht kriegt. Weil das ist, also ich kenne es aus dem Spandau gerne noch ein bisschen. Es ist sehr schwer, als Team eine Lösung dafür zu finden, wenn die Botlane down gepokt wird. Weil auf Down verlierst du, Töte, alles ist doof. Und dann musst du diese Lane durchpushen. Dann dieser Face da. Ja, Klinger hat das ja wirklich clever gemacht. Er hat quasi ein CS-Definit in der Mitte in Kauf genommen, was aber die Lane nicht aktiv beeinflusst, um seine Botlane zurück ins Spiel zu bringen. Und jetzt sieht man, jetzt hat sogar die Lane Pressure. Und das liegt einfach nur daran, dass du jetzt diese Phase, wo der Base-Damage, Level 1, Level 2 von Varus und Zillian so hoch ist, die hast du jetzt überwunden und kannst damit jetzt hier die Lane relativ entspannt spielen. Tarm Ken schuld mit MF im Nacken in die Mitte, aber leider nicht erfolgreich. Ja, das ging hier auf niemandes Nacken. Die können sich hier alle nochmal relativ zurückziehen. Trotzdem wäre Drake ist ein Infernal. Top-Man wird getraded. Nellinelli gerade noch groß, kommt keine Ultimate, aber wir wechseln wieder zum Drag-Fight. Die Kamerafahrten sind hier gerade ein bisschen aggressiver eingestellt. MF-Ultimate zum Zone, schön gemacht. Das ist ein Free-Drag. Varus-Ultimate ist drauf. Dawn Up is rooted in place, aber jetzt halt eben auch in dem Magen, wo er hingehört. Bitteres Moment. Ich glaube, die Soul-Bubble ist nicht weitergeflogen, weil genau da die Talia-Ult aufgehört hat. Just in that second. Und um Tolkien jetzt sehr dominant unterwegs. Hat jetzt hier nochmal den Extra-Damage, aber da kam... Hat Ultimate natürlich, nicht Level 6. Wir haben ein bisschen Kacke. Ah, Xio. Xio. Er glänzt. Ah, close. Snare in 4. Ah, mit Bane. Relativ even. Xio hat sich sehr früh für die Mercos entschieden. Alter, da geht natürlich viel Blame-Presure an sich, also viel Damage von ihm verloren, oder? Ja, du hast wirklich so viel Schaden. Ich meine, wir haben es bei Xio immer wieder gesehen. Ah ja, es ist ja Xioi. Er spielt ja Xioi auch mit QSS-Foss und so und ich habe es auch ein bisschen getestet. Das Dumme ist, du merkst den Unterschied gar nicht so krass. Ja, ich liebe es von Champions, die nur Death-Items kaufen und Gewontschirte zu lernen. Ja, komm, also warte mal. Wir können ja nichts dafür, dass es Tanks gibt. Wir haben mit Länen. Also wir... Wenn ich merke, was ich war schon, mache ich für 12 Minuten kein Damage. Ja, gut. Du spielst halt die falschen Champs. Wenn du einen ADC pickst, bist du halt selber schuldig. Ja, das stimmt auch wieder. Logget sie ein, ihren Champion. Spaß. Bei Axe für ADC-Champions, finde ich, machen schon in der Meta-Bock. Also Varus-MF-Gin, die sind schon geil. Nee, nee, wenn wir wieder zu dieser Varus-Gin-Meter zu kommen, Alter, das war einfach... Das war die schönste Zeit in der League, als Varus richtig... In der Zeit habe ich meine DPI verändert, damit ich mehr dodgen konnte, ohne dass mein Arm auf Dauer so taub wird. Der alte, die Velti-Varus. Und dann kommen die bei der Kämmer-Spanner und dann entdeckst du die Banz und beides und du kommst um den X-Zerat-Six, Alter, bis den ganzen Tag nur am dodgen. Ja, das war... So. Die sind vor ihrer Zeit. Jetzt Tolkien hier gedeiht vor, sind aber rechtzeitig out of range gekommen. Und jetzt hat er Luwoks und Pseo im Nacken. Ja, die Action-Cam, die weiß wirklich gar nicht, wo sie hin soll, hier bei diesem Spiel oben. Luwoks! Das ist Action sehr weit vorne. Unten wurde Murmel aber währenddessen auch halbiert. Auch das, von wir sehen. Der Turm. Man hat jetzt halt versucht, auf der Seite von Bicken Crossman-Plates zu machen, weil man weiß, dass der Botlane-Türmwirt bald fällt. Aber das hat Atok sehr, sehr gut beantwortet und dementsprechend bleibt der Toplane-Turm da noch intakt. Botlane wird allerdings bald fallen. Navio hat noch eine Ultimate, um theoretisch einmal noch eine Wave zu clean. Also man kann diesen Turret noch delayen. Generell, da kommt sie jetzt auf, die Ultimate. Cleanse von Haman genutzt, weil die Varus-Sult rausgekommen ist. Oh, hat hier Schlimmeres verhindert. Das war wirklich clever von Atok. Ja, Big wollte wirklich im Prinzip den Toplane-Turm forsten, damit da Botlane entlastet wird. Aber jetzt wird Botlane da wahrscheinlich den Turm an Atok gehen. Sieht gut aus. Allerdings ist da natürlich auch Don Arz unterwegs. Midlane hat allerdings diesmal die Zoe, die Pressure. Das heißt, hier kann diesmal nicht Rise zuerst geben. Ja, das sieht auch noch ein Taliyah-Dive aus. Da kommt jetzt noch ein Tarm nach. Oh, schöne Idee. Ganz stark gemacht. Da kommt die Zillian-Ultimate. Ja, da hat man gerade Tam-Kenshi ausgenutzt. Aber Murmel, der hat immer noch Flash. Da ist auch noch mal der Heal auf Zillian. Jetzt kommt der Flash von Tam-Kenshi raus. Schöne Bubble. Oh ja, der weiß gar nicht, ob er groß oder klein sein soll. Das ist spannend, möchte ich es nennen. Und jetzt geht es hier weiter. Da kommt noch mal der Root auf Kragas. Der Damage von Rise ist ordentlich, das Ding ist, ich weiß nicht, ob das Teleport von Tolkien nicht ein bisschen Overkill ist, weil im Endeffekt tradet man jetzt Turret für Turret. Aber wahrscheinlich wäre das so oder so passiert langfristig gesehen. Fastball-Turret geht aber an Ad-Hoc. Der Gold-Enschied auf der Top-Land ist trotzdem unangenehm. Es sind jetzt schon 600 Gold, 500 Gold. Jetzt sind es 800 Gold. Und dafür ist man auf der eigenen Seite die Support-Position erhält. Nice. Nice. Ja, Gold-Verteilung ist natürlich manchmal so ein bisschen unlucky hier. Trotzdem natürlich Zillian über diesen beständigen Poke mit dem Bobbiner sehr gut in der Lage, sich einen kleinen Gold-Bonus herauszuholen. Und oh! Wits and nah. Das ist spannend. Ich meine, klar... Ja, das ist... Ich nenne es spannend. Aber er spielt ja gegen Double-Mage. Ich glaube, gegen Triple-Mage, ne? Selbst Kragas-Schan ist ja sehr viel Magic-Damage. Mit Ice-Born ein bisschen mehr Physical. Aber es ist ja trotzdem sehr Magic-Damage-lastig. Und der W von Nah ist auch Magic-Damage, oder? Mhm. Das heißt, er erhöht ja damit auch nochmal den Schaden, den dagegen über Tolkien und Tolkien hat dann noch gar keine mehr. Das heißt, er macht wahrscheinlich fast True-Damage inzwischen als Nah. Oh, witzig. Das ist echt schön interessant, das Item-Bild. Also, ich muss sagen, ich bin generell, äh, gibt's natürlich auch, oh ja, gerade mal kurz hier erholt. Der Floh da gesessen von Haman, hätte man hier mindestens zusammen da vom CEO bekommen. Ja, sieht gut aus. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist so komplett spielbar, gerade weil es natürlich bessere M-A-Iteams gibt, aber wenn du eh für das komplette Split-Busht-Bild gehst, dann hält dich halt sowas wie eine Split-Visage oder ein Hex-Drinker ein Stück weit ein bisschen auf. Wobei, auch Hex-Drinker eigentlich wirklich gut auf einer Art. Aber hier, scheinbar sehr erfolgreich. Und da wird natürlich wieder Tamp-Kensch genutzt, um aus dieser Bubble rauszukommen. Spannend, spannend. Also wirklich hier, Woods End als kleine Adaption funktioniert gut. Ich denke, deswegen soll ich... Tio geht sehr weit nach vorne, verliert hier halbes Leben. Toilki noch auf der Bot-Seite unterwegs. Jetzt ist man hier in der Unterzahl-Situation seitens Atok, da muss man rausgehen eigentlich. Dann guckt man auch. Cleans hat man an, nee, das war kein Cleans, nicht mal. Das war eine QSS, die sich Amann hier gekauft hat. Der Harald ist dadurch natürlich jetzt weg. Also die Rotation von Toilki nach unten habe ich jetzt noch nicht so hundertprozentig verstanden, weil der Harald ja noch da war. Naja, hat auch gerade kein Teleport, also wird da unten wird man eine Wave verlieren. Aber für den Harald ist das, glaube ich, ganz okay. Wie bitte? Für den Harald ist das, glaube ich, ein Vierer-Trait auf der Seite von Tio. Also da bin ich voll bei dir. Ja, und jetzt wird hier allerdings gerade Ryze gezwungen, seine Cleans einzusetzen. Das ist allerdings alles fein. Ja, und jetzt die Frage, ob man das hier punishen kann auf der anderen Seite. Ob Atok jetzt sagen kann, hey, wir grooven jetzt Midlane, während der nach Botlane pusht und kriegen dann noch ein Turret. Das wäre nice. Aber ich bezweifle stark, dass das hier machbar ist. Ja, der Drake ist jetzt bald ab. Krümel ist auf Half-HP, hat keinen Cleans, den gepokt und hat keine QSS. Also Big würde hier ein Backport definitiv guttun. Und ich glaube, Atok wird jetzt hier auch versuchen, in der Mitte weiter zu pressuren, um genau das zu verhindern oder oben eben den Turret zu bekommen. MF-Hold wird wieder für den Wave-Click verwendet. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Vorteil, diese MF in einem 1-4-Szenario zu haben, weil sie a, deutlich schwieriger zu poken ist durch ihren Movement-Speed und b, immer nochmal safe einen Wave verteilen kann. Wo pusht der denn hin? Der kann doch niemals, wenn die Midlane gerade versuchen zu recorten. Aber sein Team kann jetzt bitte pushen. Ob das reicht, ist ja die Frage. Ah, probiert's. Ob er da hier mega nahe hätte, das wäre ein Double-Click gewesen. Harald in die Mitte, das ist vielleicht gar nicht so eine dumme Idee. Ja, aber die brauchen halt eigentlich auch den Recall, aber sie ziehen sich zu ruhig. Talia hat auch noch, nee, Talia hat keine Ultimation mehr. Das Problem ist, wenn du jetzt hier rausgeforscht wirst, dann kannst du richtig, richtig viel verlieren und da kommt die Ryze so eine schöne Idee. Boah, das war schön. Das ist gut, jetzt resetten. Verlierst aber wahrscheinlich trotzdem Drake und große Teile ist T1-Sturrets für ein Charge des Haralds. Ich glaube nicht, dass das worth war. Nee, absolut nicht. Also man hat hier, glaube ich, nochmal das Beste aus der Situation gemacht, aber im Endeffekt das Ganze trotzdem nicht optimal einsetzen können. Lurok solotiert jetzt hier auch den Mountain Drake, das ist natürlich auch nochmal bitter, aber den hätte man sowieso wahrscheinlich abgeben müssen. Das Game ist hier wirklich ein deutlicheres Kopf an Kopf drin und Ad-Hoc ist eher in der Pole-Position hier. Was sagst du denn zu den Atherity Vows auf der Bot Lane? Ich meine, es gibt ja auch immer noch die Attack-Speed-Variante. Ja, mit der Kopf finde ich es absolut sinnvoll. Also, ich denke, hier wirst du eh nicht viel Up-Time haben. Du hast ja keine richtige Teamfight-Comp und du hast ja diese Pole-Comp mit Zoe, mit Varus, mit Talia. Da willst du nur für die Catches gehen und dann macht der Lethality Vows deutlich mehr Sinn. Auch für den Wave-Cleeve ist es nicht verkehrt. Du kannst die MF auch, wenn sie ultet, nochmal auf Half-HP ziehen. Also ich denke, es ist hier auf jeden Fall sehr sinnvoll. Bin ich bei dir. Also zumindest auf jeden Fall verständlich. Skating-mäßig ist diese Attack-Speed-Variante natürlich nochmal später wahrscheinlich einen Ticken besser in diesem Front-to-Back, aber ganz ehrlich... Aber genau darum würde sie ja nicht gehen. Eben, da sollst du ja gar nicht hinkommen, so. Du hast die Möglichkeit des Bons-Schutzes. Das Problem ist ja auch, wenn du in der Attack-Rate von Ryze wirst, wirst du gesnarrt. MF ultet sie dich. Tam kriegst ein Pillar ins Gesicht. Ah, wenn Donuts ein bisschen mehr geduldet hätte. Ich glaube, er will einfach nur für den Töten gehen. Ja, aber ich glaube auch, dass Token das gerochen hätte. Er hätte zumindest auf jeden Fall einen Q-Rein gemacht. Richtig schöne Rotation hier, sogar ohne Tam Kenji Ultimate. Und dafür wird ad hoc nichts bekommen. Aber ich stelle dir mir vor, die hätten jetzt noch den Herod gehabt. Ja, das wäre klar gewesen. Also dieser Herod, der eben auf dem Mitteln, du hast es angesprochen, das Beste aus einer schlechten Situation, ist die Frage, ob man dann tatsächlich da vielleicht später noch mal aus einer guten, was Besseres hätte machen können, und das mehr worth gewesen wäre. Das stimmt. So ist es aktuell in 800 Gold, die zu kurzem von ad hoc. Aber ein sehr schönes Game. Sehr schön anzugucken, sehr kontrolliert auf beiden Seiten. Das ist etwas, was wir gerade von diesem Maus-Big-Ad hoc immer wieder sehen. Dass es halt alles sehr kontrolliert wirkt und auch ein bisschen predictable. Ja, das ist halt das Ding. Untereinander sieht das immer sehr schön aus und gegen ESG ist es immer sehr traurig aus, weil man weiß, alle Leute, macht doch mal was, sonst habt ihr immer in Minute 30 verloren. Top-Lane hat man jetzt hier Zoe gegen Ryze mit einer dicken, dicken Wave am Start. Die möchte hier den Turm natürlich gerne einreißen. Wird aber aktuell noch ein bisschen schwierig werden. Ryze-Rave-Klee ist natürlich nicht verkehrt. Zack, zack, zack. Da sind sie alle tot. So befriedigend wir jetzt da. Was wird hier der, ähm, der, ähm, negative-Tour bei Ryze werden? Ja, weil du ein bisschen Mask bauen. Macht man das noch? Nee. Aber gut. Äh, du kannst noch auf Ryze bauen, weil du tatsächlich einer der wenigen Mages bist, die tatsächlich genau in diese, diese Range kommt, wo das Item-Wurf ist. Also, ne, weil es ja so genirbt wurde von der, von der Range, wo es wirkt. Aber es ist trotzdem, ähm, ja, sehr, sehr nett. Aber vielleicht, dass 1 gegen 1 gegen Zoe nicht verliert. Es ist jetzt hier ein 4 gegen 1, Bot-Zeit, währenddessen man auf der Seite von Atok Top und Mitte pusht. Bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass Atok hier einfach den Trade eingehen kann. Also, ich meine, Tolkien hat Ultimate. Er hat noch Ruhig, ja. Aber jetzt wird, ah, die haben keine Tarmuld mehr, sonst hätte man jetzt Mitte collapsen können. Na, das ist nicht die beste Rotation, außer Ryze kann das hier in der Mitte verteidigen. Ja, dafür verdient man jetzt auf jeden Fall gerade Top-Einiges. Es wird kein Töten. Warte mal, was geht hier? Collapse jetzt mit Lane. Ja. Na, schauen wir mal, der Töte ist schon da. Ah, die hat sie mit den Töten bekommen. Ah, das war gemacht vom Big. Die gewinnen gerade die ganzen Szenen. Oh, die holen die Minions ran. Boah, stark. Ultimate für die Minions. Jetzt kommt die Taria-Ultimate, aber die tut auch weh, weil der Narkana jetzt nicht jetzt gegenfeuert. Die Ultimate muss wieder abgebrochen werden. Das hat ein bisschen zu lange gedauert. Tier 2, Midlane-Töte auch noch Big jetzt hier mit den Makro-Rotations. Die demolieren gerade Atok, was das angeht. Aber jetzt kommt Toykit vielleicht. DonArts muss flashen. Wo ist Tamp-Catch? Da ist er. Na, ist extra noch geflasht. Jetzt kommt noch der Tamp-Catch-Flash-Summoner. Spell-Party. Und da kommt jetzt vielleicht sogar noch mal Lurox ran. Man sieht nicht so aus. Was ist mit der Ultimate von Varus? Da ist sie. Da kommt auch noch Klenz. Was hat man noch nicht? Was hat man noch? Haben wir jetzt die Bombe? Ist das die letzte für ihn? Nee. Navi hätte sonst auch noch den Heal und den gibt es natürlich auch noch. Aber jetzt Router zu uns zum Nash von Atok. Tamp-Catch-Ultimate auf Kudan, Ryze-Ultimate auf Kudan, aber glaube ich trotzdem nicht. Man hat halt auch nicht den besten Nash. Wobei man hat einen Mountain Break. Aber das war halt wirklich gerade ne... Sorry. Man hat auf jeden Fall ne richtig starke Rotation den gerade hingekriegt von Big und das wirklich zwar auf Kosten von sehr vielen Summoners, aber man hat es entschärfen können. Ja, aber das war auch wirklich close. Das war wirklich close und ich glaube, hätte man da einen bekommen, wären sie zum Nash gegangen. Aber also man hat jetzt wirklich drei Turrets bekommen und nur einen abgeben müssen. Insgesamt ist man aber trotzdem noch 1000 Gold hinten, was jetzt nicht wirklich viel ist, aber obwohl man gerade zwei Turrets positiv getradet hat, ist das Gold nicht auf der eigenen Seite. Schon ein bisschen ärgerlich. Aber man ist jetzt einen Turret hier ahead. Goldtechnisch, gucken wir mal vorbei. Sieht es halt vor allem in der Mitte ein bisschen dürrer aus. Da ist Kreml 1000 Gold hinten im Jungle auch. Lurox 1000 Gold ahead. Da würde sie Toplin natürlich gut aus für Nilly Nilly, aber das ist immer das Ding. Nah ist tendenziell jemand, der oft ahead ist, aber meist mit dem Goldlied nicht ganz so viel machen kann. Und der geht jetzt halt auch für Wids End und Black Fever. Das beißt sich natürlich so klein bisschen. Ja. Ja. Uh. Okay. Das war viel Damage. Da war da glaube ich noch ein geschmeidiger W mit dabei. Er hat aber auch geschmeidige 30 Sekunden. Okay. Der W wurde ja vorhin eine Zeit verändert bei Varus. Früher war es ja dieses Du stackst und dann baust du sie ab. Wie ist es jetzt? Das ist es immer noch, aber du hast jetzt zusätzlich noch eine Active-Fähigkeit, bei der du einfach Execute Damage bekommst auf einem sehr, sehr hohen Cooldown, aber damit eben in der Lage bist, mit deinem Q ordentlich wegzusnamen. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Felti Varus wieder so ein bisschen zurückgekommen ist, neben der Meter an sich. Es ist vor allem aber auch ein Weg, um, selbst wenn du nicht auf die Felti Varus gehst, die Q überhaupt einsetzen zu können. Also vorher war es ja wirklich so, das ist ja auch ein bisschen das gewesen, was Riot hinkriegen wollte, dass du auf Varus nicht nur für den Poke gehst, was jetzt leider doch wieder der Fall ist, aber ihr Ziel war es ja, dass du quasi so einen Attack-Speed Varus baust, aber der Q trotzdem nicht useless ist. Das hat man erreicht, nur der Q ist jetzt halt wieder so wichtig, dass man seinen ganzen Items wieder nachrichtet. So, und hier sehen wir jetzt gerade ein Problem, was ich mit diesen Items sehe. Er kriegt den halt nicht geslaut, aber er ist selber so schnell, dass es scheinbar nicht so wirklich wichtig ist. Ne, der Leep wird jetzt gleich groß, wird allerdings hier von Talia abgesawnt. Er hat keinen Flash mehr und er ist gecatcht down. Super greedy. Vor allem hat er sein Team nirgends pro Pressure. Sein Team hat zwar Rise Ultimate, TAM Ultimate, Rise Ultimate war noch ein bisschen auf Grün, aber du hast hier keine Möglichkeit gehabt, irgendwo zu pressern. Da hätte er einfach Oh, Teleport von Tolki nach, äh... Ja, schöne Idee. Das könnte hier der Fight für Atok werden, aber sie gehen auch um nimm raus. TAM Kench, der Letzte in der Reihe, der wird wahrscheinlich hier drauf gehen jetzt. Der ist down und damit Atok jetzt mit dem Weg zum Nash. Mann, das war sehr faszig von Nidinelli, der hier zwar ein Winning Matchup hat und ordentlich Pressure hat, aber eben die Gegner kommen nicht respektiert, diese Mobility von Talia nicht respektiert. Trotzdem ist Nash hier recht riskant. Gut, DonArts, der wird jetzt hier aber gecheckt. Was? Sie haben halt niemanden, der das... Also doch, Kragas kann das schon ganz gut tanken. Nein, der kann das auch nicht mal tanken. Also klar, der hat jetzt nicht so überragend viel Armor, aber was hat der wahrscheinlich? 100? Das sollte normal... Bei MF Ultimate darf man hier nicht unterschätzen. DonArts hat keinen Flash. Ja, und Navio, der ist hier ziemlich down. Oh, er kommt weg. Oh, die brechen Nash up. Der Teleport von Nidinelli hat sich da ein bisschen eingeschüchtert. Na gut. Ich meine, wer hat die TP bekommen, aber Tolkien hat ja auch die TP investiert. Das heißt, nicht ganz so gut, wie es sonst vielleicht ist. Das hat mich jetzt echt überrascht. Ich glaube, die machen den einfach. Ich denke auch, dass sie den hätten. Ich glaube, sie wollten nicht für das 50-50-Play gehen wahrscheinlich. Aber DonArts hat doch keinen Flash. Naja, steckst du dich drin, jetzt dieser Ocean. Gerade für Tolkien nochmal nett. Das ist ganz cool. Ich glaube, man hat zu viel Respekt vor dieser MF gehabt und dadurch, dass Xio quasi die ganze Zeit investiert hat, um da zu zonen, kommt man da ran. Schöner Pillar. Oh, er flashed. Aber da ist auch noch klemmst. Ja, so ist ein toller Champ. Wir machen uns wieder halt die 1200. Also sie ist halt einfach mal Post aufgehoben. Lecker. Ah, das ist halt und das ist ja nicht mal das Schlimmste an den Champ. Das ist halt die Menge. Aber ich habe gehört, dass sie ja irgendwie angepasst werden soll. Was? Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ihr Passive und W-Scaling geht, glaube ich, runter. Was natürlich jetzt das Hauptproblem von Zuri nicht löst, dass sie existiert. Ich finde es so witzig, weil sie haben ja am Anfang quasi einfach die Damage genervt und dann den W gebuft. Ja, war ein richtig guter. Da haben sie gemerkt, oh, und jetzt wird der W einfach immer weiter runter genervt. Haben sie nicht sogar die Passive gebuft noch, weil sie meinten, ja, wir wollen für die ganze Rotation gehen und nicht, dass man nur mit Q-Punk geht. Ja, ja. War auch eine gute Entscheidung. Da kommt nochmal die MF-Ultimate. Oh, Tolkien, sehr greedy. Das ist vielleicht ein Fehler. Schön, Ultimate hat nichts von ihm. Wo ist Navio? Der ist hier nochmal rausgekommen, wurde von Timecatch vorzeitig da rausgespuckt. Und Tolkien, ich sage Fehler, aber er ist halt einfach der Carry schlechthin. Trondel jetzt hier im Fokus. Der hat keinen Cleanse dabei. Der kriegt zwar mit der Ultimate nochmal Resistenz und der Damage reicht nicht, um ihn hier zu besiegen. Das heißt aber, wieder eine Möglichkeit hier, vielleicht die Vision Rot und Nash nochmal weiter auszubauen. Aber man merkt bei Big einfach brutal, dass sie ihm 4 vs. 5 jetzt nicht halten können und das nahe einfach keine verdammte Pressure. Ja, und man merkt vor allem auch, dass Atock diesmal selbst mit der Pro-Com sehr, sehr gut fährt. Jetzt wird der Nash hier wieder gestartet. Hamant ist am Leben. Trondel hat seinen Flash, aber wird man das überhaupt contesten? Es sieht nicht danach aus. Der Nash ist hier schon gefährlich. Ah ne, er hat noch ordentlich Leben. 6k sind es noch. Don Arts wird da rechtzeitig ins Pit kommen. Ah, schöner Dodge. Pinkboard ist da. Geht man hier für 50-50-Play? Ich höre eine MF-Ultimate. Ah ne, doch nicht. Ich höre irgendwas anderes. Sie stoppen ihn wieder. Ja, und wieder schafft es Big. Nash hat er auch noch bekommen. Und Swipe. Aus der Sicht von Big auch nicht wirklich viel bekommen dadurch. Ja, weil sie haben die Nash gestoppt in der Unterzeit. Ich glaube, das ist schon ordentlich. Das ist actually fine, true. Oh, die Nah-Ultimate, damit haut der Tolkien an sich selber ran. Aber Hamant ist dann einfach der absolute Lebensretter hier. Ja, wir sind ja sogar für Ghostpad into Stormraiser gegangen, wie du schon angesprochen hast. Man muss nicht Double-Penetration gehen. Ähm, finde ich nicht verkehrt. Das Problem ist natürlich hier auch, dass er einfach nicht so stark im Spiel ist. Ich habe auch das Gefühl, dass er quasi immer gesehen wird, weil die ja die ganze Zeit gesieged werden. Ich glaube, Praktar quasi dann auszulitzen ist impossible. Das stimmt. Also Stormraiser ist dann einfach der bessere Spike. Plus, du hast dann früher dieses drei-Item Stormraiser plus Firecane Power-Spike-Ding, was halt sehr, sehr wichtig gemeinsam mit Dark Haves ist. Wir können mal kurz gucken, wie viel Stacks der schon hat. Können wir das? Gerade bei 106 Stacks. Also ihm fehlt noch eine ganze Menge, bis er die verbesserte... Uh, da kommt die Ultimate und Tahm Kench kommt nicht rüber. Der hat aber Flash. Oh, Navio, wollte ihn rappen. Aber damit wieder die MF-Ultimate zum Minion-Zerstören eingesetzt. Die MF-Ultes haben halt bisher nur diese Wave-Clear-Aufgabe. Das heißt, der Champion hat aktuell noch nicht seine maximale Effektivität entfaltet. Wir haben aber auch noch nicht einmal diese MF-Ult-Nah-Ult-Kombination gesehen. Ja, aber nah wird er halt auch gar nicht sein. Ja, aber das Problem ist, wie du schon angesprochen hast, deshalb hat der Straight-Up keine Pressure, beziehungsweise jedes Mal, wenn er Pressure hat, überschätzt er sich, wird gegankt und stirbt. Ich muss sagen, nah ist generell für mich in der jüngsten Vergangenheit so ein Champion, wo man sich immer denkt, ja, der... Also, er ist der Split-Pusher? Ja. Aber irgendwie ist es nicht so nützlich so. Also, wenn man das vergleicht mit so einer Fiora oder so wird, was die dann da mit den Leuten anständlich ist halt insane. Aber nah ist halt dieser Hybrid, womit du immer weißt, er ist im Team halt nicht richtig bad, aber halt auch im Split-Bush klingt richtig geil. Also, ich finde wirklich, dass dieses Witzende viel entscheidend war, weil es... Oh, jetzt hört man selber den ja schon, das ist nicht dumm, aber im Effort ist auch cool, und man geht hier nur... Ey, man reicht raus. Man wollte einfach nur mal kurz gucken, was die Reaktion ist, aber man zieht sich jetzt zurück. Das Problem, was ich halt wirklich sehe, ist dieses Witzende. Für den Split-Push nice, aber er hat es jetzt in 28 Minuten nicht geschafft, im Split-Push relevante Pressure aufzubauen, und dieses Witzende kostet ihn im Teamfight so verdammt viel, wenn er da auf den Frozen Mallet gegangen wäre und jetzt dann vielleicht noch auf den... Ja, aber es wäre halt so lustig gegangen. Maw, wie du angesprochen hast, ich glaube, Maw wäre mehr balanced gewesen, weil Maw wäre für Sideline okay und für den Teamfight nice, und Witzende ist für den Sideline geil und für den Teamfight useless, und aktuell ist die Sideline nicht das, was er hier... Also, das bringt ihm aktuell nichts. Oh, Donuts muss jetzt hier aufpassen, wenn du Rooks da irgendwie den Store ranbringen kannst, kann das nicht verändern. Denkt an den Zillian-Speed-Up, aber hier kommt Tarpcatch, was machst du denn da, mein Junge? Der hat doch gar keinen Flash, der kommt da mit Clan zwar irgendwie noch raus, aber da ist er einfach down, kompletter Blackout. Na, sehr viele Fehler. Navi hat Ultimate jetzt aber ready, das heißt, es macht es wieder sehr, sehr gefährlich, um den Nash rumzuspielen. Na ist aber noch nicht ansatzweise am Inhip. Und vor allem ansatzweise noch nicht mit Teleportung. Ja, das auch bedarf. Kann Atok jetzt den verdammten Nash machen? Worauf warten die? Also, Donuts hat wieder Flash, und es ist eine MF. Im Prinzip wird sie wieder genauso werden. Zoe wird hier wieder für den Zone auf MF gehen. Man hat gute Vision. Also MF wird sich hier, ich will nochmal kurz auf Navio gehen, er versucht hinten rumzulaufen. Ja, jetzt wird mal lieber D. Ich hab das Gefühl, da kommt gleich eine Bubble rein. Ja, Rise Ultimate. Ach so, ist no bait, ist no bait, damit der Damage-Stop früher kommt. Jetzt ist der Damage-Stop halt eben schon da. Was ist mit Nah? Der geht unten für den Inhip. Jetzt geht er Krümer ran, aber der Nash ist immer noch bei 3,5. Das heißt, der wird immer noch gehalten. Das macht viel Damage auf Dauk. Sie jetzt mit der Bubble gegen DonArz. Jetzt könnten sie den Nash finishen. Und das muss jetzt eigentlich auch passieren, aber DonArz, der tönt jetzt wirklich nochmal rein, der wird jetzt wissen, der macht die Ultimate, da kommt die MF-Ultimate, die macht gut Damage gegen Siu. Oh, stark! Da kommt der Execute und nah ist unterm Inhip, aber der Nash, den hat man hier erfolgreich bekommen und unten verliert man nur an der Abführung den Turret, aber nicht den Inhip selbst, weil da ist Tolkien schon auf dem Weg. Ja, also... Oh, Krümer, Krümer. Jetzt nicht über 3, mein Junge. Aber hier kommt nochmal Hamann. Jetzt nicht schon wieder. Nicht schon wieder Mitte runter, mein Junge. Beruhigen Sie sich und gehen Sie zurück auf Los. Also das hat man auf der Seite von Atok extrem stark gespielt, meiner Meinung nach. Die MF-Ult hat auch gut gesessen, aber dadurch, dass man es eigentlich so gut gespielt hat, hat man so lange gebraucht für den Nash, dass Bot in der Inhip Turret gefallen ist. Jetzt hat man natürlich aber eine Poke-Com mit einem Nash-Buff, was das Ganze extrem tödlich macht. Die MF-Ult ist jetzt für 4 Minuten lang kein effektives Wave-Speed-Tool mehr. Man kriegt allerdings einen Ocean-Drag, der hier nochmal ein bisschen hilft. Trotzdem merkt man, dieses Spiel, das hat Atok eigentlich unter Kontrolle, aber sie schaffen es einfach nicht mehr, als diese 2500 Gold nach vorne zu kommen. Und das ist ein großes, großes Problem. Ja, klar, wenn sie mit 2500 Gold das Game gewinnt, ist was anderes, aber ein Gold-Vorteil ist durchaus effektiv, um ein Game zu gewinnen. Jetzt hat Navio auch Firecan-Ready, hat nochmal 1000 Gold, umgesprochen, was da als nächstes geht. Ich glaube, er soll für QSS als nächstes gehen. Hast du den Gold-Vorsprung von Xio gesehen gerade? Ja, möchte ich eigentlich nicht. Ach, vorbei. Es sah kurz nach zweieinhalb aus. Aber 1500 sind schon ordentlich. Ist aber doch... Ist doch okay. Ich meine, es wird sogar noch Benjis hinterher bei Rise. Also dann sind da doch bald keine defensiven Items mehr übrig, die er bauen kann. Aber mehr hatten wir ja. 142 MR. Aber er will halt nicht sterben. Und das funktioniert ja aktuell ganz gut. Aber das ist ja ein bisschen das Ding. Er muss vor Varus keine Angst haben, weil ihm die HP dafür reichen. Varus ist kein DPS-Champion aktuell mit diesem Item-Vild. Und durch die MR kann er eben gegen alle anderen vier Champions gut aufgewappnet sein. Der Sonias würde... Ja, der Sonias wäre wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Vielleicht geht er jetzt auch noch für eine QSS und macht dann aus den Codexen sie nichts. Alter. Dann ist er next Level. Dann hat er echt alle Dev-Items gebaut, die man bauen kann. Aber jetzt muss man erst mal gucken, wie man hier irgendwie diese Base verteilt. Ich toppe den hat man aktuell noch primär am Pushen, damit man da nicht hinrotieren kann. Aber ich meine, Price pusht er halt deutlich über den Moment rüber, wo er eigentlich pushen sollte. Er sollte schon ungefähr vor einer Wave gerecoilt haben. Ja, die Map-Vaulty wird hier nicht reichen, aber es ist einfach zu... Doch reicht aus. Minion Wave ist weg. Nice. Aber da ist noch ein Minion. Tracing das einfach. Das muss er jetzt eigentlich smiten. Und Arus rührt es auch schon wieder raus. Wie können die das denn hier jetzt gar nicht pushen? Aha. Ist halt schwer. Und jetzt sind wir da. Ein wichtiger Seizepp. Ach schon, da läuft er einfach rein. Aber jetzt will man das Ganze... Und da kommt der Sous-Kulineer! Jeder Ultimate ist da! MF mit dem ersten K. Das sieht cool aus für mich. Xeno allerdings mit viel Damage hat nochmal ein Summer-Spell aufgenommen. Geht der Diebisch. Kriegt den Kill allerdings nicht. Jetzt räumen sie auf. Das wird ein Ace werden. Hammer mit dem Flash nach vorne. Er kann ihn fressen. Sie kriegen auch ihn. Wohl Ace. Die leben alle noch. Alle werden hier am Ende überleben. Tolkien hat Zeit raus, aber das ist egal. Jetzt ist das Ace. Ey, kann man nicht. Du kriegst vielleicht... Holy moly. Alter, wie? Der Nava, der reizte Jumpscare für mich. Den hab ich überhaupt nicht gesehen. Nee, nee, nee. Das ganze Game war mit nicht dem größten Impact. Geht für den. Ich will dann nämlich setten. Varus in C. Selbst das ist ein bisschen risky, glaub ich. Aber das sollte passen. Ganz, ganz starker Teamfight von Bic. Haben sich hier innerhalb von 20 Sekunden das Spiel zurückgekrallt. Sag mal, die brauchen dafür aber echt lange jetzt, ne? Varus lebt. Ja, das sollte aber passen. Nee, das passt, denke ich. Talia hat keine Ultimate. Das ist fein. Die dürfen jetzt nur nicht greedy backporten. Ja, beim F sollte vielleicht... Er hat auch noch einen Turret bekommen. Oh, nice. Das ist richtig nice jetzt für Bic. Ah, ist das bitter für Artok. Es ist wieder so eine Situation. Sie sind so gut im Game. Und dann reicht ein Teamfight aus. Aber den hat Bic hier fairerweise auch grandios gespielt. Und da sagt sich direkt auch wieder der Client. Das war mir zu viel. Ah, da portet er eine dringende Auszeit. Aber einmal Refresh, Boxen, Stopp. GmF-Fult war ja schon auf Cooldown. Steht mal vor, die wäre da reingeknallt. Ah, ist schon rippt gewesen. Xio ist da hinten... Das konnten wir jetzt da nicht so sehen, aber Xio ist für den Backline-Dive gegangen. Ja, Kalla hat das Replay wahrscheinlich nochmal. Ja, klar. Natürlich, Kalla. Das sieht hier echt so aus, als würde Bic... Bic hat jetzt einmal diesen Weg gefunden. Das ist jetzt auch mental super schwer für Artok. Weil die stehen hat seit 50 Minuten. Nee, der geht mir schon in Hälfte. Und jetzt hat er einmal Bic gezeigt, wo der Hammer hängt. Und sofort ist ein Inip los. Navio hat jetzt auch den Skimmelter. Das heißt, für Xio ist es deutlich schwieriger, da jetzt überhaupt dieses 1 gegen 1 noch zu suchen. Weil vorher konnte er einfach für die Bubble gehen. Wenn die trifft, ist Navio ziemlich bedroht. Aber jetzt kann im Prinzip, wenn er von der Bubble getroffen wird, Navio die QSS zünden mit Dark Harvest. Da sollte er jetzt inzwischen auch die 156 haben. Ja, er hat 174 inzwischen. Das heißt, er kann dann einfach für den All-In gehen. Und er wird den Gewinn gegen Zoe, wenn der eh... Das haben wir auch eben gesehen bei diesem Backline-Dive-Versuch. Also wurde gut umgeklatscht. Und jetzt haben wir Ryze halt wirklich mit diesen Banshees, wie angesprochen, zwei Pinkbots dahinter. Und der... Was hat der jetzt am MR-Wert? Nee, weil wir können ja mal gucken. 177. Ja, der ist halt ein Tank. Wir haben auch zweimal Void-Stuff, muss man dazu sagen. Aber Banshees und Bistel geben die natürlich nicht nur MR, sondern auch noch andere Pressure. Ja. Das ist in der Pressure von Ad-Hoc. Aber das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man hier das Ganze ruhig genug spielt, weil man hier über Top-Side kommt gerade. Ja, ich weiß nicht genau, was Murmel sich da... Äh, Krümel. Wo I-Mill... Ach, ich weiß nicht. Ryze sich da vorgenommen hat. Der ist da... Der spielt da gerade so ein bisschen Libero für Nah. Und da, falls da Tolkien alleine hingeht, den umzupratzen. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen der Gedanke. Aber ich glaube, das... Also er hat ja kein Boy, der macht ja wenig Damage. Wenn du mit Tumble auch jederzeit dazukommen... TP ist auch da. Also man könnte hier gleich zu 5 oben sein, aber ich glaube, die geben den Torhüter wahrscheinlich sogar ab. Ja. Rot-Wand wurde rangepusht von Tolkien. Da ist nochmal wichtig, dass da jetzt die Super-Minis nicht drücken, während Big Top-Lane pusht. Mittellend ist allerdings auch offen. Da hat man auch eine Wave. Top-Lane T2 wird man verlieren. Und jetzt ist Ad-Hoc zum allerersten mal in die eigene Base reingedrückt. Ja. Und das ist jetzt schwer, weil eine Pro-Comp ist immer stark, wenn sie vorne ist und ziemlich, ziemlich bad, wenn sie behind ist. Ja. Man hat zwar ganz gut einen Wave-Steer, aber in einer Minute ist er... Oh, Mann! Oh, böser Catch! Oh, du hast Cleans! Benutzt es! Er hat QSS, aber hat den eh trotzdem nicht rausbekommen. Damit muss man sich jetzt hier wieder zurückziehen. Ad-Hoc gewinnt wieder wichtige Zeit durch so ein zünftes Catch. Warum hat der denn Cleans Wustius? Ja, aber was hat der da überhaupt gesucht? So aggressiv im Jungle. Das ist ein extrem gieriger Pfad gewesen. Damit verliert man jetzt den nächsten Drake. Das wird ein... Nee, das ist ein Elder. Elder Drake. Den wirst du nicht verlieren. Ja, nee, das stimmt. Harmed Ultimate. Aber man verliert auf jeden Fall die Vision-Kontrolle. Ja, das ist so unnötig. Du warst das erste Mal wieder vorne und dann wirft er da komplett hart rein. Das ist bitter. Das ist leider der zweite mit Spiel anscheinend der Fehler von ihm. Also Toplane wurde auch gecatcht kurz vorm Nash. Weil Big hat das beide Male bis jetzt scheinbar kompensiert. Aber das ist halt jetzt hier... Die Krabbe hättest du den Pinkwater jetzt zu verhindern. Den Water wird es gar nicht geben. Die stehen halt jetzt einfach vorm Elder. Und jetzt muss Big face checken. Und face checken gegen Zoe oder durch den... Ja, Jungle zu gehen gegen Zoe ist halt komplett toxic. Ich glaube, das Spiel entscheidend ist. Man hat jetzt die Tamquench in die Mitte genutzt und man kriegt ja den Harald tatsächlich gar nicht. Aber Tolki macht das wirklich gut. Immer wieder die Botlane am Rand pushen. Dadurch muss man sich ja aktuell keine Sorgen um diesen Inip da unten machen. Aber im Prinzip kann aktuell Adhoc den Elder nicht anfangen. Weil Big dann einfach Mitte durch könnte. Tolki, Tolki, mein Junge. Du bist da ziemlich gefährlich. Engage das Ganze jetzt allerdings. Aber der wird einfach fallen. Die Sillion Ultimate ist stark. Mit wie viel Leben kommt der wieder ist die Frage. Xio probiert er zu sorgen. Die MF Ultimate nicht ganz optimal hier in der Szene. Da kommt nochmal Clance von Hamann. Jetzt könnte er wieder Xio mit der Ultimate rein. Die Talia Wall blockt nicht wirklich. Die hätte man besser blockieren können. Und Xio, der Summoner Space auch als wären, ist tatsächlich Pfandflasche oder ähnliches. Geht er jetzt wieder deep. Aber schafft das Ganze dann doch nicht. Wird geroutet und muss wieder raus. Das ist ein Hin und Her hier. Fortin Elip sollte bald respawnen. Oh, warum? Genau, geht nah. Okay, er springt in das Maul von Time Kencher. Aber das ist für MF gar nicht so gut. MF ist dadurch jetzt hier gerade alleine. Musst du aufpassen. Hat noch Summoner Space zur Verfügung. Ist den Flash jetzt los? Und das nur, weil Nidin Neri sich denkt, Alter, in den Bubble, da will ich rein. Ja, man hat jetzt auch keine MF Ultimate, um hier vielleicht nochmal Quasche aufzubauen. Super schwer. Zelda Drake fällt schneller als... Aber nah ist mega nah. Aber kommt er da noch vorzeitig ran? Ist die Frage, Flash Ultimate trifft nur Zillian, 2.000 noch auf den Helder. Don Arz lebt noch, aber die Bubble liegt gut. Die blockiert den Eingang. Kann er da vielleicht noch reinflaschen, überlegt die ganze Zeit, aber der Teamfighter wird werden lassen. 2.000 auf den Helder und oben Nidin Neri schon am Punkt. Tolkin rein, aber das reicht nicht. Wieder die Zillian holt. Die ist wieder da in diesem Moment. Nein, jetzt gegen Tolkin kann das hier nicht machen. Hamal war links und rechts am helfen, aber Tolkin fällt jetzt auch ein zweites Mal. Der Helder hat besettet. Das ist Oxy und das reicht wieder nicht. Der Helder hat bei 1.000 Leben resettet, obwohl Don Arz tot ist. Alter Schwede, das ist so sad. Und jetzt die Bot-Wave. Jetzt hat man eine riesige Bot-Wave. Ja, und das ist aber immer noch Unterzahl, das Ganze, ne? Atok ist hier mit einmal mehr auf dem Rift und Xio mit dem Flash. Big Play. Er probiert jetzt. Er flasht da vorne. Die Bubble misst auch. Er hat noch einen Flash. Er flasht wieder rüber. Ey, guter Chat. Aber jetzt vielleicht gegen Navio. Der realisiert die Szene relativ spät. Ist jetzt allerdings hier abgecatcht. Er sollte nicht für den Inip gehen. Das ist Greedy. Er wird gestunnt. Kommt nicht hin. Kommt nicht hin. Kommt nicht hin. Kommt nicht hin. Die Rice Ultimate edigstens. Rice kommt auch nicht raus. Big fällt ineinander zusammen. Die Base muss verteidigt werden. Das war der zwei Minuten Teamfight gerade. Der erste Nexus. Don Arz lebt wieder. Don Arz tot fällt. Ei, 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 ei. Puh. Der kommt vielleicht zu... Ne, der kommt nicht rechtzeitig, oder? Oder? Ne, der hat ja jetzt gerade den Instant Speed. Oder? Ne, der kommt nicht rechtzeitig. Aber es ist sehr wichtig, dass Xio da in die Base gegangen ist sonst hätte Nilly Nilly auch da rein porten können. Elder Drake wird jetzt gerade gepinkt. Boah, das war ein Hin und Her. Aber ich meine, bisher ist der Trade guter ausgegangen für Big. Ja, einfach nur, weil der Midland-Nippe auch noch gefallen ist. Warum ist der noch gefallen? Midland-Nippe ist gefallen. Ja, aber warum? Sportland-Nippe ist gefallen. Nexus-Tourad ist gefallen. Und Adhok ist jetzt im Zugzwang mit diesem Baron zu arbeiten. Und sie sind schon einmal fast... Sie haben das Game schon mal fast verloren, während sie mit dem Nash gepusht haben. Mal gucken, ob sie das jetzt besser hätten. Das Game ist halt so hart auf Augenhöhe, ne? Also, das ist echt eine super enge Kiste. In dem Teamfight gerade waren so viele Situationen, die ganz, ganz hart an der Kante waren. Die MF-Ultimate fehlt mir halt für die Teamfight so ein bisschen. Ja, also wir haben noch nicht eine gute MF-Ultimate im Teamfight gesehen. Sie war oft wichtig für den Rave-Clear, um ein bisschen Kontrolle reinzubringen. Aber wie du schon angesprochen hast, eine gute Teamfight der MF-Ult, die war leider noch fehl am Platz. Aber das würde mir, wenn ich ehrlich bin, auf der Seite von Adhok Sorgen machen. Weil das Game ist so close, obwohl noch nicht eine MF-Ult gut gesessen hat. Auf der anderen Seite sind halt jetzt insane Power Spikes da, ne? Wir haben Lurox jetzt hier mit seinen Gravedons und das ist bald auch bei der E-Fax-Zio. Ah, jetzt geht man wieder ran. Man hat halt einen echt guten Damage-Bedit. Das ist ein Whisky. Ah, Wabbit sind da. Die MF-Ultimate wieder terrible. Das ist wieder gar nichts. 1700 auf Nader. Und da hat Lurox ihn. Und das muss doch jetzt hier für Adhok eigentlich der Teamfight sein. Aber Harman rettet da seinen Kollegen nochmal. Muss dafür selber sterben. Aber reicht das hier, um das Team bei Laune zu halten? Ich glaube, es ist super schwer, weil Adhok kann das chasen. Jetzt muss Ryze gucken, ob er es turnen kann. Die Ultimate von ihm genau im Richtung. Oh mein Gott! Er wartet das. Navio! Navio winnt das E-Fax gegen eins. Und das war so ein Klatschmoment. Zwei Stück, die Big hier holt, sonst wäre das Game vorbei gewesen. Aber trotzdem. Elda und Nash zugunsten von Adhok. Es muss jetzt. Inips regnet für sie. Ei, ei, ei. 20 Sekunden bis Hamann. Das darf man nicht unterschätzen. Hamann hat Ultimate. Die kriegen, also mehr als eine kriegen die, glaube ich, nicht, oder? Sicher. Ich glaube, sie könnten schon für zwei gehen. Ich meine, die haben Elda und Nash. Aber dann kommt halt Tarm von hinten. Das ist super risky. Ja, actually true. Aber man geht jetzt für den ersten Inip ein. Hatten wir prognostiziert. Der zweite wäre Bonus, aber Bonus gibt es heute hier nicht. Das war gerade MVP-Move von Navio. Wobei man ja sagen muss, Xio hat den Fight engaged. Aber das ist genau das, worüber wir gesprochen haben. Xio kann dieses eins gegen eins gegen MF aktuell nicht mehr spielen. Und damit muss man sich hier mit einem Inhibitor zufriedenstellen. Vor allem auch Ryze hat das so sick gemacht. Er wartet, bis Tolkien den E macht. Und in der Sekunde, wo er getroffen wird, geht er instant für die Ult. Sideslip da ein bisschen auf der Stelle auf und ab. Und dann hat er die Szene unter Kontrolle und kommt dann nochmal raus. Das Game ist wirklich insane. Last Item, bin ich auch nochmal gespannt. Wird bei Navio jetzt wahrscheinlich Infinity Edge werden. Dann kann er da offiziell für einen One-Shot-Autotec gehen. Holy moly, Alter. Das ist ein Hin und Her. Aber es macht richtig Bock, das hier zu casten. Das ist noch ein Rabadons jetzt halt fertig für Xio. Das ist halt... Ich meine, wie viel Gold hat der Ryze gerade? Läuft mit 800 rum? Bei dem ist halt auch noch viel Luft nach oben. Ja, das ist das große Problem. Ich meine, auf der anderen Seite ist man aber auch noch einen Item-Slot weg. Also von Full-Bid kann man da auch nicht sprechen. Aber ich meine, die MF stelle ich mir gerade deutlich schlimmer vor als den Varus. Ja, ich glaube, weil Varus ist die größte Stärke halt A, die Range, B, der CC. Aber insgesamt... Also Navio spielt das auch gut. Auch gerade in dem Fight. Das muss man sich... Also... Das hätte ich gerne Replay nochmal gehabt. Weil im Endeffekt Navio ist hinter Sparrowing-Pit gegangen und hat mit einem Firecan Stormraiser-Auto-Attack Lurocks auf 20% gezogen. Das war so stark gespielt, sonst wäre das Game da wahrscheinlich auch over gewesen. Weil Lurocks nicht mehr aggressiv gehen konnte. Und jetzt hat sich Atok hier übel verschätzt. Top-Lane fällt der erste Turret. Riesige Wave. Da geht viel. Ah, da sind noch Barons. Aber jetzt muss man aufpassen auf der Seite von Big nicht geflankt zu werden. Taliault ist raus. Oh, Krümel! Tam Kentsch muss jetzt hier... Ah, okay. Aber die Rise-Utimate war auch komplett Dirk. Völlig infall. Aber es sollte fein sein. Sollte fein sein. Oh, nein. Das sieht nicht fein aus. Nelly Nelly. Der ist nicht tanky, denkt man. Das ist hier ein Troll, na? Und der ist jetzt hier auch im Fokus, der Arz geht jetzt nach vorne. Wer das tanken... Die MF-Ultimate gegen Xeo. Da ist er! Na, mit der Ultimate. Beerdigt ihn hier. Und jetzt kann man vielleicht hinterher gehen. Hammann verspeist hier nochmal. Kragers haben wir auf Kosten seines eigenes Lebens. Tolki kriegt die Ultimate hier von Zillian. Mal wieder, muss man sagen. Nur Ox peitscht jetzt sein Team hier nach vorne. Der weh noch mehr. Der Teleport! Das war das genauso. Der TP. Tolki, wir finnest hier. Tolki, wird er jetzt deep gehen. Ah, da wird wieder der Rise hochgeworfen. Der ist hier wahrscheinlich down. Genau, ist wieder ein Arz. Die fallen auseinander. Navio soll hier interrupted werden. Nicht nur das. Der soll auch noch gekippt werden. Der flasht in vorne rein. Der wird's wissen, aber das reicht nicht. Nelly, Nelly, der letzte Überlebende. Bot, eine riesige Wave. Aber das sollte doch jetzt hier zum Finish reichen. Das muss es sein. Vielleicht hätte Nelly Botlane Porn? Ne, das hätte nichts gebracht, oder? Ich glaube nicht. Er muss jetzt hier versuchen, halt aus. Er hat Minions gecreate. Das sind keine Minions, doch ein Super-Minion ist da. Aber er kämpft dagegen an. Oh, Botlane Nelly wird respawned. Botlane Nelly wird respawned. Adhok, ace your big auch ultra-close. Oh mein Gott. Alter Schwede. Diese beiden Teams, wir haben es gesagt, sie sind auf Augenhöhe. Und sie haben es bewiesen. Es geht ins dritte Game dieses Best-of-3s. Und das gerade, das war eine Begegnung, die uns in Erinnerung bleiben wird. Adhok erzwingt das dritte Game gegen Big. Macht das wunderbar. Was ist denn da los? Das war's. Ja, was für eine Zitterpartie hier für beide Seiten. Es ging hier nach links, es ging nach rechts, nach oben, nach unten. Und am Ende hatte Adhok die stärkeren Nerven. Und es sah am Anfang des Fights sogar so aus, als hätte man hier so ein bisschen gethrowed. C.O. wirklich früh gestorben. Die erste MF-Ult, die da wahrscheinlich was gebracht hat in diesem Spiel. Und trotzdem ist man da cool geblieben. Die Seelen-Ult hat da nochmal sehr viel rausgeholt. Ja, die war bombastisch. Die hat jetzt an mehreren Stellen nochmal dafür gesorgt, dass man einfach nochmal ein sechstes Leben bekommt tatsächlich. Und gerade auf Tolkien einen sehr, sehr cool gebliebenen Spieler, der dann einfach in die Gegnerbase tippet ein Team danach ziehen lässt. Ja, Glückwunsch an die Jungs von Adhok Gaming, die hier wirklich das Astreines 1 zu Eis rausgeholt haben und auf überweite Strecken das Spiel sogar dominieren konnten. Ja, so eigentlich hat das Spiel lange Zeit wirklich Adhok gehört, bis zu dem einen Team, bei dem wir gleich nochmal sehen werden. Aber jetzt hier, das ist wirklich nochmal ein brutales Sinn und Her gewesen. Da kann halt wirklich ein Spell, der sitzt oder nicht sitzt, den Unterschied machen. Die MF-Ult hat jetzt zum letzten Fight wenigstens einmal ordentlich reingeballert auf die Zoe, aber diese Fombo-Komma haben wir leider nicht einmal gesehen. Ist natürlich auf dem Niveau auch schwer, gegen solche Teams durchzubringen. Der Sillian-Pick hat mir richtig gut gefallen. Er hat die Lane am Anfang dominiert, er hat den Tharm immer wieder rausgenommen, teilweise zweimal einem Teamfight ulten können. Also, ich finde, der Sillian-Pick hat hier wirklich den Unterschied gemacht. Ja, war auf jeden Fall ziemlich worth, aber wir wollen nochmal das anschauen, was du gerade angesprochen hast, und zwar den Teamfight auf der Botlane, da wo auch die Jungs von Adhok Gaming eigentlich in der Vorwärtsbewegung waren und mit dem Baron Buff hier zumindest den Inip holen wollten. Wenn man jetzt hier nochmal auf die Minimap schaut, sieht man auch, der gute Krümel, der ist gerade auf dem Weg nach Hause in die Base. Ja, also bis zu dem Zeitpunkt hat man seitens Big eigentlich keine Chance gehabt, das Spiel irgendwie mal zu kontrollieren. Und wie du angesprochen hast, Krümel hat die Top Wave gepusht, man hat hier eine gute Thalia-Ult gesetzt, aber man traut sich hier trotzdem nicht, wegen der Nah-Ultimate an den Turret zu gehen. So, das heißt, man ist jetzt hier sehr, sehr vorsichtig. Ich denke, hier wäre der richtige Call einfach gewesen, zurückzugehen. Ja, der Nash ist so gut wie ausgelaufen, man ist aber ein bisschen greedy, weil der Turret auch schon recht angeschlagen ist, man wollte hier diesen ersten Turret unbedingt haben, so dann kommt eine unglaublich starke Nah-Ultimate, die im Prinzip schon den ganzen Teamfight entscheidet. Jetzt ist man schon unglaublich gesplittet, man hat hier zwar unten den Tham, der nicht wirklich gut positioniert ist, aber du hast hier wirklich im Prinzip eins, zwei Leute, die komplett out of position sind und auch so super, super low sind, zwei Carries auch noch, die dann einfach abgeholt werden. Also das war wirklich schön. Xio dann hier auch nochmal mit dem Versuch da ein bisschen Damage zu machen, geht sehr weit nach vorne, hat sich da auch verschätzt, also ich meine, gegen diese Frontline hätte auch nichts mehr machen können, aber diese Nah-Ultimate hat den Unterschied gemacht. Wir hatten ja Nilly Nilly lange kritisiert, dass er nicht wirklich geschafft hat, die Pressure auch aufrechtzuhalten, ohne zu sterben, aber in dem Moment hat er das Spiel für sein Team fast alleine gewonnen, auch wenn sie letztendlich leider nicht gewonnen hätten, aber wenn sie gewonnen hätten, dann wäre das der Move gewesen, warum? Und warum hat man es jetzt im Endeffekt verloren? Also du hast gerade gesagt, Seelen hat den Unterschied gemacht, aber warum konnte man da das Game nicht closen? Big war in einer Vorwärtsbewegung, sie haben Xio früh rausbekommen, das ist eine große Damagequelle, warum war Tolkien hier einfach der Fels in der Brandung? Ja, das ist unglaublich schwer in so einem Teamfight dann letztendlich zu sagen. Ich denke, dass die Damagequelle mit Taliyah halt noch gegeben war, das heißt, obwohl du quasi Zoe früh verloren hast, hat der Gegner ja viel für Zoe investiert und Taliyah gehört immer noch zu den mit besten scalenden Mages im ganzen Spiel, hätte man wahrscheinlich auch am Damagegrafen dann sehen können. Die hat dann den Teamfight auch nochmal trotzdem DPS-technisch oben halten können, ansonsten, wie gesagt, der Siljen super, super stark und Tarm hatte später auch große, große Probleme im Teamfight, noch relevant zu sein. Ich meine, er hatte QSS und Cleans und ist trotzdem innerhalb von zwei Sekunden gestorben. Hat zwar oft das Leben gerettet, aber der Siljen auch und der Siljen hatte einfach deutlich mehr Utility. Also ich denke, der Siljen-Pick und eben auch die Taliyah, die haben letztendlich den Unterschied gemacht. Ja, parallel kann man noch sagen, SK Gaming führt aktuell auch gegen AEQ. Die sind gerade noch in der zweiten Partie. Da können wir natürlich nach diesem Spiel beziehungsweise vielleicht auch vor der nächsten Pick-und-Band-Phase nochmal draufschauen. Da werden wir natürlich weiter beobachten. Jetzt hier auf jeden Fall erstmal Adhoc Gaming mit dem 1-zu-1 gegen BIC. Wir sind gleich wieder da. Beide Teams müssen sich nochmal zusammenreißen. Bis gleich. 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 Bis drunter. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück hier in der Summoners-in-Analyse-Ecke bei der Premier-Tour und wir freuen uns natürlich auf den nächsten Stop in Köln und wir haben zwei Teams, die sich gerade in Pistol 3 miteinander messen und Big und Ad-Hoc Gaming sind quasi im 1 zu 1 auseinandergegangen und jetzt geht es um die Wurst. Die entscheidende Partie steht kurz bevor und jetzt natürlich die Frage, welches dieser Team hat die stärkeren Nerven. Ja, es ist super schwer zu sagen. Das Game war halt unglaublich close. Das erste Game war recht eindeutig für Big, was aber eben doch schon an der Champ Select lag und wenn man diesen Botlane-Fight ausgeklammert hätte, wenn der nicht passiert hätte, dann hätte das zweite Spiel ähnlich eindeutig für Ad-Hoc laufen werden, äh laufen hätten, können tun sein. Müssen tun. Ähm, diesmal ist Big wahrscheinlich wieder auf der Blue... Nee, Ad-Hoc ist wieder auf der Blue-Side. Das heißt, sie haben theoretisch wieder die Priorität auf den Varus, der jetzt in beiden Spielen eine enorm wichtige Rolle gespielt hat. Vielleicht sehen wir dieses Game sogar in Varus-Ban von Big. Also das könnte durchaus nochmal einen Unterschied machen. Beide Male hat ja die Blue-Side die Pocom durchziehen können und beide Male war die Pocom sehr, sehr effektiv und am Ende auch sogar siegreich. Also bin gespannt, ob sich vielleicht jetzt sogar beide Teams dafür entscheiden. Aber Köl verspricht ein spannendes Spiel zu werden. Äh, ich denke, gerade die, ähm, gerade Nelly Nelly, äh, ne, gerade Navio bei Big hat mir sehr, sehr gut gefallen in beiden Games bisher. Sehr, sehr gut gespielt, sehr clean gespielt und sein Team mit der MF gerade auch an dem Dragonfighter absolut im Game gehalten. Ansonsten, also, das ist wirklich eine richtig schöne Partie, die absolut close ist und, ja, man kann es nicht vergessen, für Big sehr, sehr entscheidend ist hier, wenn sie noch eine Chance auf die European Masters haben wollen. Aber auch ad hoc zeigt sich hier, zumindest seit dem zweiten Spiel von einer sehr, sehr guten Seite. Ich hoffe nur, dass beide Teams jetzt dieses Niveau aufrechterhalten können und, ähm, nicht eins von den beiden sich jetzt in der Champs-Slide wieder austrickseln lässt oder dann, ja, was wir häufig sehen, wenn zwei solche Games sind, dass dann das dritte doch wieder recht eindeutig wird. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt nochmal so ein geiles Spiel sehen und dann am Ende der verdiente Sieger auch im Halbfinale sein wird. Ja, du hast von einer niveauvollen Partie gesprochen. Trotzdem hat man natürlich in der Partie gerade eben speziell auch viele Fehler vernommen. Ja, also es sind natürlich viele kleine Fehler wieder passiert, wo man sich so denkt, hm, das hätte man besser machen können. Das war jetzt nicht ganz so hilfreich. Auch gerade der Tom Kent steht dann hier und da vielleicht mal mit auf einen guten Hammer an. Ein bisschen overextended ist oder ein bisschen zu tief reingegangen ist und das natürlich gerade im Late-Game verheerende Fehler sind, die dann natürlich auch super bestraft werden können. Welches dieser Teams hat denn die meisten Fehler gemacht? Wer muss hier am meisten noch aufpassen jetzt im Spiel 3? Ist schwierig zu sagen. Ich finde, in dem Spiel haben sich Nille Nelly und Haman recht viele Fehler erlaubt. Gerade Nille hat häufig eben mit seiner Pressure ein bisschen überschätzt, beziehungsweise die Pressure seines Teams überschätzt. Also es ist häufig sehr weit nach vorne gegangen, gepunischt worden. Sein Team konnte darauf nicht antworten. Haman, wie du es angesprochen hast, auch mehrmals gecached worden. Aber das klingt immer so ein bisschen böser, als es ist, weil im Endeffekt bist du ein Tom Kent, du bist komplett immobil und die Gegner haben 34 CCs. Du hast zwar zweimal QSS, einmal QSS, einmal Cleanse, aber am Ende reicht es halt manchmal trotzdem. Als Tom bist du halt oft der Angearschte, weil du eben derjenige bist, der alle anderen rettet. Also wollen dich alle fokussen. Aber wenn man das ein bisschen cleaner spielt, dann muss ich sagen, es ist wirklich ein extrem knappes Spiel, aber ich sehe Bicken Tacken besser. Also ich finde die Performen ein Stück weit besser. Haben im ersten Spiel das Game eindeutig gewonnen und im zweiten Spiel ein Spiel, was die eigentlich hätten schon längst verloren haben müssen, nochmal wirklich fast zurückgeholt. Und das wirklich mit einem genialen Teamfight und danach auch wirklich gut im Makroplay. Weil die waren ja die ganze Zeit auf Messerschneide. An dem Fight Botlane, dann am Elder Fight. Die haben drei, vier Nashs gestoppt. Also auch das wirklich wieder beeindruckend gewesen. Also ich denke, dass das Big für mich so ein bisschen der kleine Favorit hier ist. Mal schauen, ob Adhok mich eines anderen überzeugen kann. Ja, sie selber sind natürlich auch in einer Lage mittlerweile, wo sie selber auch sagen, wir möchten uns hier beweisen und möchten bei diesem Turnier auch relevanter werden. Aber ich glaube, das gilt ja auch für beide Teams. Big stand zwar schon mal in dem Finale, trotzdem Adhok Gaming, die ja auch durch ESG mehrmals jetzt hier das Handtuch schmeißen mussten. Vielleicht auch da der Ansporn, ESG es jetzt mal zurückzuzahlen und anstelle dessen zum Gamescom-Finale zu fahren, um dort dann in Köln den Pot vielleicht mal in deren Vitrine zu stellen. Ich meine, ESG hatte ja jetzt schon zwei. Ja, das stimmt. Also ich glaube, ESG wünscht sich auf jeden Fall, dass Big das Ganze hier gewinnt, weil tendenziell Adhok ihnen deutlich mehr Probleme gemacht hat. Wie gesagt, im letzten Qualifier hätten sie das eigentlich gar nicht mehr gewinnen dürfen. Big ist gegen ESG immer noch mal ein bisschen schwächer auf der Brust, habe ich das Gefühl. Also da muss man dann schauen. Das Ding ist halt wirklich bei Adhok, sie gehen eben so ein bisschen den Playstyle von ESG ein, aber spielen ihn auch ähnlich gut. Deswegen sind die Games halt auch immer vergleichsweise close. Während Big, es ist schwierig zu sagen, woran es liegt, dass sie gegen ESG Probleme machen, aber sie haben halt einfach Probleme, obwohl eigentlich Botlane ja mit Navi ein absoluter Starspieler bei ihnen ist, der Spiele auch wirklich häufig snowballen kann. Gegen eine schwächelnde Botlane ist schwierig. Das Ding ist halt natürlich immer, gegen so Champs wie Xerat, Ziggs, es ist halt schwierig, die Botlane überhaupt erst mal zu snowballen. Also diese Konstellation Big-ESG, die tut Big einfach nicht so gut. Und ich glaube, ESG würde sich freuen, wenn Big das heute für sich entscheidet, aber Adhok wollen den gerne einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, da gucken wir jetzt nämlich mal rein, meine Damen und Herren. Die Pick-und-Bahn-Phase Nummer 3 findet nämlich jetzt statt, zwischen Adhok Gaming und Big. Sie haben die Seiten getauscht, du hast es gerade schon erwähnt. Ach, haben sie doch getauscht? Ja, genau. Und, ähm, also gar nicht erwähnt. Nee, nee, aber vorhin, als ich geguckt habe, waren auch Adhok links. Achso, hast recht. Ähm, aber... Ist im Prinzip das Gleiche nach. Also Big hat jetzt die Möglichkeit, für den Varus-First-Pick zu gehen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass Adhok diesmal für den Varus-Bahn gehen wird. Ja. Gut. Ja, zumindest jetzt erst mal der Ezreal-Bahn. Der ist auch tatsächlich mehr oder weniger gesetzt gewesen. Wir haben ihn heute zwar schon mal gesehen, aber auch hier in Spiel 1. Ist auch wieder so ein deutsches Ding. Ja. Dieser Mundo, dieser Ezreal und dieser Varus. Ich muss aber wirklich sagen, jetzt in den vergangenen Wochen hat Ezreal in allen anderen Profiligen auch enorm an Wert genommen. Also letztens habe ich Upset mit einer Performance gesehen. Holy! 50% Damage-Champ mit Ezreal. Das war ein Neuter, ne? Ja, das stimmt. Hast du auch wieder recht. Point-proof. Nee, aber der Champ hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr hart an Relevanz zurückgewonnen. In der LCK war er ja auch schon davor deutlich beliebter. In den A war es ja dieses Meme, weil man damit irgendwie eine Win-Rate von unter 30% geschafft hat. Was natürlich anders ist. In den A ist sowieso noch mal eine ganz andere Welt gefühlt. Ja, das ist halt, ne? Gegenüber vom Atlantik. Und jetzt wird man der Gragas rausgenommen. Ja, krass. Aber war tatsächlich Tolkien, Tolkien's Comfort so ein bisschen. Ist ja bei ihm ganz oft so, dass er einen Champion pickt und den dann erstmal in zweiter Halt Best of Threes durchkloppt. Ja, das stimmt. Und man muss auch sagen, die Antwort von Nilly Nelly mit dem Nah hat, finde ich, jetzt mit Ausnahme des einen Fight-Spotzeit auch nicht so stark funktioniert, da viele Probleme gehabt. Diesmal der Arthrox-Ban, jetzt noch der Last-Ban Akali, damit Xio damit nicht ausrasten kann. Finde ich gut. Gerade auf der Redside hätten sie eben für den Last-First-Rotation-Pick gehen können für die Akali. Jetzt noch den Nocturne. Das heißt, Taliyah ist wieder offen, aber Don Arz scheint an diesem Pick nicht so interessiert zu sein. Und Varus wieder offen und wird auch sofort wieder eingeloggt. Ja. Und macht absolut Sinn. War in beiden Spielen sehr, sehr essentiell für den Sieg der beiden Teams. Ja, es dreht sich sehr viel um Varus heute. Ihr kriegt das ja schon mit. Und er bringt natürlich seine Qualitäten mit und Tom Kench sieht daneben natürlich auch wieder sehr gut aus. Mal sehen aber erst mal, was Ertor Gaming dagegen anzuwenden hat. Und es ist ein Rakan First-Pick und wenn jetzt die Xioia kommt, dann haben wir das zumindest heute das erste Mal gesehen. Ich denke, jetzt wird noch nicht die Xioia kommen, weil im Endeffekt die Chance, dass Big die Xioia noch wegpickt, sehr gering ist und man jetzt durchaus eher für einen Prior-Pick gehen kann. Und dann... Jetzt war jedes Mal mit Lane, ja? Der Varus. Hat aber recht. Nee. Ihm war aber klein. Ah, du hast recht. Hat er auch wieder recht. Ich kann einfach... Ich meine einfach nur, du pixel aktuell keine Xioia blind. Also ich mache das, weil Xioia mein bester Champ ist, aber du machst das eigentlich nicht. Dafür ist sie nicht stark genug. Galio jetzt hier noch als Antwort. Du gehst jetzt auf der Seite von Atok halt für die komplette Womokomo. Rakan, Galio, vielleicht kommt jetzt noch eine Kamil oder ein Javan. Das ist halt eine widerliche Kommt, die aber sehr, sehr stark sein kann. Javan ist halt echt noch offen. Also da hat man echt noch gute Option. Und jetzt kommt hier ein Traum, ja? Ist gerade gegen Xioia Rakan auch nochmal gut. Der Pick nochmal unattraktiver. Auf jeden Fall. Das ist ganz nett. Aber das Ding ist ja, Rakan muss nicht mit Xioia gespielt werden inzwischen. Es ist einfach ein generell sehr, sehr starker Supporter. Taliyah wird jetzt doch nochmal gehovert. Und Arz heute zum ersten Mal auf der Taliyah. Im letzten Spiel hat er sie nicht priorisiert. Und sie war auf jeden Fall essentieller Grund, warum Atok im Late Game das Ganze für sich entscheiden konnte. Jetzt der Last Pick. Es könnte die Xioia werden. Man könnte sich jetzt aber auch nochmal einen Jungle sichern. Und ich glaube, der Javan, ist hier deutlich wichtiger als die Xioia. Und ich glaube auch nicht, dass Big für den Xioia Band gehen wird. Weil man mit Varus Braum da eine recht solide Lane gegen Hart hier eigentlich. Ja, jetzt der Poppy Band. Also, das verhindert nochmal so ein bisschen den Engage. Natürlich auch der Javan. Ist auch einfach ein Champion mit einem überragenden Disengage-Tour mit der Uli. Das ist so dumm. So simpel. Und gegen Rakan sowieso strong. Und gegen Javan strong. Also generell einfach strong. Was man auf Seiten von Artok halt noch braucht, ist irgendwie so ein bisschen Damage. Also klar, man hat da mit Javan Galio Ansätze von. Aber da fehlt dann noch so einer, der halt wirklich den Leuten auch das Gehirn wegboostet. Und witzigerweise passt da ja eine MF sogar rein. Ja, MF könnte man hier auf jeden Fall gehen. Aber gegen Braum auch schwer. Das stimmt. Das ist nicht so attraktiv. Ja, jetzt der Kaiserwand. Der ist natürlich auch nochmal gefragt. Noch in Kombination mit Rakan haben wir das schon öfter miterlebt. Ist auch, äh, ist eine ganz andere Art, der kommt da. Du hast da nicht alle Difen rein und der ADC versucht, der mitzumachen, sondern alle Difen rein. Ich finde tatsächlich, ich finde tatsächlich den Ziggs gar nicht so verkehrt, weil die Ziggs Ultimate den Braumschild ignoriert. Ziggs wäre echt lecker. Ziggs auf der Lane hätte auch gute Pressure gegen Varus. Würde wie gesagt mit Rakan auch ziemlich gut funktionieren. Man hat ja mit Jarvan ein bisschen AD-Schaden. Man könnte sich für einen Top-Lane-AD entscheiden. Aber gucken wir mal. Last-Band ist auf jeden Fall der Rumble. Finde ich interessant, weil ich dachte eigentlich, dass Atok selber durchaus für den Rumble hier gehen könnte. Aber sie wollen wahrscheinlich eher den Top-Lane-Last picken. Und vielleicht kann, der Jarvan kann ja auch noch Top-Lane gehen. Das darf man nicht vergessen. Das ist ein schöner Flex hier noch. Also Atok wird definitiv für einen AD-Carry jetzt hier gehen. Kaiser auch noch rausgebanded. Er ist auch nur sehr stark gekommen. Man geht doch für den Xayah-Band, okay. Aber ich denke, dass die Xayah jetzt hier... Und da kommt der Six. Sehr sweet. Sehr schön von dir erkannt. Das ist diese ESG-Komb mit Jarvan Six, die wir ganz, ganz oft gesehen haben. Und die jetzt kombiniert mit extremem Wombo-Combo. Ja, gerade weil eben Braun normalerweise viel Pressure auf der 2 gegen 2 gegen Rakan rausnimmt. Aber gegen Six ab Level 6 schwierig. Und du hast vor allem auch Push-Pressure gegen den Varus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und man hat hier immer noch Flex-Potenzial auch. Ich meine, man kann den Varus jetzt auch immer noch mitschicken. Was wäre besser gegen Six als ein Varus? Boah, schwierig. Fällt mir jetzt pauschal gar nicht so viel ein. Also, ich glaube, Varus hat so oder so keinen Spaß im Leben gegen die Komp. Ich denke schon, dass das Varus-Bot wird. Ich weiß mal, dass wir heute eine Kindred sehen, zumindest. Oder man spielt selber einen Mage-Bot. Das könnte man auch machen. Jetzt ist ja Talia Mitte, Kindred-Jungle. Ich komme nicht mehr ganz in die Taille. Und es wird jetzt ja Mundo-Top. Das heißt, es könnte jetzt auch wieder der Jarvan dagegen werden. Wobei ich sagen muss, dass der Counter-Pick quasi echt keiner ist nach dem Motto, du stomps Mundo. Das habe ich bis jetzt noch nicht ein einziges Mal. Das stimmt. Und Mundo ist hier bisher auch sehr, sehr stark in dieser Comp. Einfach nur, weil die Gegner für Wombo-Combo-Burst-Amage gehen und Mundo davon einfach nicht wirklich genutzt wird. Ich weiß nicht, ich fände es aber schöner, den Jarvan im 4 gegen 4 zu haben. Also, weil jetzt hast du den Kha'Zix. Klar, du kannst auch mit denen engagen. Es tut sich nicht so viel. Aber ich muss sagen, ich hätte es echt angenehmer gefunden. Ich finde es aber okay. Also, du hast im Endeffekt später diese Jarvan-Galio-Combo für einen Teamfight. Du hast Early mit Kha'Zix immer noch eine Möglichkeit, in diesem 4 gegen 4-Szenario jetzt immens viel Schaden hinter den Engage von Rakan. Und man kann hier auch sehr, sehr gut für den Dive gehen, botlen, wenn Six da in der Lage ist, runterzupoken mit Rakan. Also, das ist schon nicht verkehrt. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Rakan in der Lage ist, einen Engage so zu machen, dass er Braum und Varus charmt. Und dann kann Braum ja nicht sofort für das Shield gehen. Das heißt, dann trifft wahrscheinlich Six Q trotzdem, dann kommt die Ultimate und dann ist ja Varus leider trotzdem tot. Plus, Six kann ja fürs TP gehen, wird er wahrscheinlich auch. Und das ist halt die Frage, geht Navio auch fürs TP? Ich glaube, er sollte hier sogar spielen wird. Ja, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt nochmal in eine klitzekleine Pause, sind dann gleich mit dieser Partie B gegen AHG wieder da. Und dann werden wir wissen, wer ins Halbfinale gegen ESG ran darf. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 Krokettenkalle. Ich hatte ein Panel. Ich hatte ein Panel bei Samara's im Twitch-Chat, bevor ich einen hatte. Mit diesem Kack-Trailer bin ich auch nicht. Und da werde ich auch noch den Trailer für The Main Spy, werde ich auch noch als Neuling bezeichnet. Tja, würde mich an deiner Partie, das würde mich an deiner Stelle tilten. Ja, würde mich an deiner Stelle tilten. Das ist mir aber relativ egal. Ja. 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 Und da würde ich eher auf Big ankommen, die Ziele von Atok erscheinen mir relativ offensichtlich. Und da würde ich später alle Tasten drücken und die Gegner sterben sehen. Du hast hier sehr viel... Ja. Und Navi hat sich übrigens für Barrier entschieden. Ich finde es halt schön, dass die Leute auch unseren Stream gucken und anpassen, was wir sagen. Finde ich sehr, sehr gut. Da müsst ihr nicht geflamed werden. Ne, aber es ist ja absolut sinnvoll. Er muss einfach um jeden Preis den Burst überleben. Und Barrier ist da die effektivste Variante, hat auch den geringsten Cooldown. Das heißt, du kannst mit Barrier... 180 Sekunden aktuell, ne? Würde? Gar nichts. 180, ja. Das ist halt disgusting. Ja, du hast quasi 100 Sekunden, glaube ich, weniger als Ziel. Das ist wirklich dumm. Und deswegen auch grad so effektiv, weil halt die ganze Zeit gefightet wird und du einfach häufiger deinen Barrier hast. Teleport bei Mummel ist eben auch am Start. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Du wirst Botlane auf der Seite von Atok langfristig gesehen, also mit jedem Level mehr Push-Pressure haben. Irgendwann wirst du die Gegner unter den Turret nageln können. Mummel hat auch noch besseres Backport-Timing mit dem Teleport. Kasichs kann jederzeit Bot für noch mehr Pressure rumkommen, weil Top und Mitte wahrscheinlich relativ safe sind. Das bedeutet, da wird's wahrscheinlich für Atok jetzt darum gehen, den Bot in den Turret so früh wie immer. Fühl mir mal ne andere Frage. Wespe oder Fliege? Ihr fliegt die ganze Zeit was rum. Och nö, bitte. Ja, bei Wespen kann ich mich leider irgendwann nicht mehr auf den Kas konzentrieren. Ja, ich mich auch nicht. Wenn ich leider... Das ist mir egal. Meine beiden Eltern sind allergisch dagegen. Und ich weiß es noch nicht. Was noch? Du bist doch nie in deinem Leben gestochen worden. Noch nie von der Wespen. What? Nope. Tja, irgendwann ist immer das erste Mal. Ja, aber hoffentlich nicht heute, Alter. Genauso wie für Atok hier mal ins Finale der Premier Tour zu kommen. Wow. Ja gut, Leute. Ja doch, aber ein gutes... Gute, gute Kombo, oder? Du bist zum ersten Mal von der Wespe gestochen. Atok gewinnt zum ersten Mal die Premier Tour. Ja, das werde ich immer miteinander verbinden, Alter. Immer wenn ich von der Wespe gestochen werde, werde ich mich daran erinnern. Immer wenn du von der Wespe gestochen wirst, gewinnt Atok. Alter. Ja. Wenn das nicht rumspricht, dann bringen Leute so... Das macht so ein ganzer Schwarm hier. Verdammt. Das ist aber ein fettes Vieh. Ist das eine Wespe? Ist das eine Fliege? Bist du sicher? Ah, nee. Kalle grinst so dumm. Das Ding ist vier Kilometer breit. Das ist ein UFO. Das ist halt Safecar keine Fliege. Na gut, ja, sorry Leute, aber hier wird gerade John Arts engage von Lurox, der im Argoring Cosplay unterwegs ist. Das Ding ist auch Argoring. Man weiß nicht, was es macht. Ja, es gankt uns. Ah! Das ist doch Safecar! Nee, das ist glaube ich wirklich... Echt? Nee! Doch! Ich weiß es nicht. Mein Gott! Ein vernünftiger Call von dir! EIN TAG! Okay, ich kann es jetzt umstehen, dann bin ich wendiger. Wo ist Micky, wenn man die braucht? Niemals war jemand wendiger als er. Oh, Mann. Ich glaube, das ist wirklich ne Fliege. Okay, Leute. Ja, das ist ne Fliege da oben. Wo? Ja, das ist ne Fliege! Nee, das ist ne Fliege. Das ist ne Fliege! Das ist wirklich ne Fliege. So, Leute. Wir versuchen ja unseren Broadcast immer professionell zu machen. Aber es gibt Grenzen, in denen ich nicht mehr in der Lage bin, das durchzuziehen. Und Vespins sind definitiv ein Teil davon. Huh! Bimo gankt das. Eieieiei. Okay, Leute. Das ist plötzlich also, wenn man gegen Argoring junglen muss. Huh! So, jetzt sind wir wieder zurückgegamen. Wir haben 300 Gold D4 Vic. Ich muss sagen, ich hab nicht so viel von dem Game bis hier mitbekommen. Nee, aber wir leben. Das ist auch nicht wichtig. So. Wir sehen auf jeden Fall. Botlane. War gut, ne? Er hat Push-Presher inzwischen. Kinnelt aber auf dem Weg. Und die sind durchaus gankbar. Alter Schwede, ey. Ja, also ist auf jeden Fall machbar. Hier oben steckt gerade Tolkien, gerade auch wegen der Minion-Wave ein bisschen ein. Man unterschätzt halt immer, wie brutal Minions Damage machen in seiner Wave, ne? Nein, das hat er schon drei, vier Mal gesehen. Bei Lillene und Tolkien allerdings ein bisschen weniger. Ja, Durox hat sehr früh versucht, Arzzy zu entwäden und anzugehen. Aber trotzdem ist der aktuell im Camp und dadurch quasi auch ein Level, wobei es noch ein fürchter Level ist, er hat. Ja. Durox ist jetzt auf dem Weg zur Top-Side. Da wurde gewartet von Lillene. Der sollte das hier spotten. Ja, aber er, 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 er danced auf den Kante. Das ist ja lecker. Wird aber das 1 gegen 1 auch schon hier. Man muss flashen. Er ist trotzdem erst tot, oder? Ja. Q. 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 Ah, da ist er. Ja. Es ist im Prinzip genau das gleiche, wie in Spiel 2 von ESG gegen, also Reha gegen Mundo. Du gehst einfach den Trade, dass sie beide low droppen. Juggler kommt. Was machst du als Mundo? Das ist halt sehr clever gemacht. Das ist auch sehr clever gemacht. Barrier nicht geused. Oh, das ist sehr, sehr bitter. Also beide Summoner-Spades noch ab nach so einem Kill. Heal hat er geused. Man hatte sogar Heal und Barrier und ist trotzdem gestorben. Also wenn man schon für Heal und Barrier geht, dann muss man in so einer Situation die auch usen. Ist sehr, sehr ärgerlich. Aber es ist auch Rakan, der eben sehr, sehr potent ist. Sehr ärgerlich. Aber das darf halt trotzdem nicht passieren. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Aber ist schön gemacht. Und auch er entscheidet sich hier für die Mercos Rush Variante. Was, ja, einfach auch wieder für den Movement Speed da ist. Um besser Six Spells dodgen zu können. Um vor allem auch den Rakan Engage besser dodgen zu können. Und auch um den Schaden so ein bisschen zu minimieren. Weil Rakans Schaden ist auch manchmal überraschend hoch. Er spielt ja auch hier mit Eri. Macht das Ausnahme schon. Aua. Und auch mit diesem AP Support Item. Klar. Das sind wir schon sehr, sehr lange. Ich meine, früher war es ja noch anders. Weil du aus dem Goit-Ding hast du ja noch das Shuredias gemacht. Was nicht Shuredias hieß, aber es sich so angefühlt hat. Und wie dieser Talisman, mit dem alle schneller gelaufen sind. Das war für Rakan cool. Deswegen ist man dafür ein bisschen gegangen. Aber diese AP-Variante ja mittlerweile der Standard. Aber du bist immer auch so ein bisschen nervös. Vielleicht digitiert die noch. Ich weiß es nicht. Alter. Wenn Evolution so weit ist, dass die einfach diesen Stachel einfällt und aussieht wie eine Fliege. Ich glaube, da muss sich die Erde leider Richtung Mars verlassen. Kalle steht jetzt auf und versucht uns von der Fliege zu befreien. Nee, er macht sich über uns lustig und geht weiter. Cool, vielen Dank. Ich merkte mir das, ich merke mir das. Ich bin ein Elefant. Ah gut, die haben weniger Probleme mit Fliegen und Wespen als du, glaube ich. Sind die nicht auch? Die gegen Mäuse haben die Angst, ne? Ja, aber das ist auch so ein Mythos, oder? Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Gnau so wie der Mythos, dass Mäuse Käse mögen, oder? Ist das auch noch ein Mythos? Ich glaube schon. Nein, die mögen auch wirklich Käse. Ich glaube, das ist auch, das ist ihnen relativ egal. Nein, ich habe so viele Stockfotos davon gesehen. Das muss doch wahr sein. Stockfotos sind ja auch wissenschaftliche Fundierungen. Das wissen wir mal alle. Fakt ist auf jeden Fall in dem Spiel hier bisher zwei Kills für Atock, die zu einem 400-Gold-Lead geführt haben. Nellene Flash los, wird wieder angegangen. Das ist, glaube ich, so mit die größte Stärke, die du mit Java gegen Mundo hast, dass einfach die Konsequenz des Gangs da ist. Nellene kann sich hier nicht gegen wehren ohne Flash. Und selbst mit Flash ist er dann in der nächsten Ultimate tot. Er hat da eigentlich nicht wirklich Counterplay gegen. Aber es ist auch das erste Mal, dass wir sehen, dass das so konsequent ausgenutzt wird. Das stimmt. Das ist was, was ich schon lange kritisiere, dass diese Flashlosigkeiten einfach nicht so konsequent ausgenutzt werden. Aber hier macht man es wirklich stark. Natürlich muss man da auch Nellene Nellene kritisieren. Er hat die Wave rausgepusht, hat zumindest probiert. Und das Problem war auch, dass Dorn Arts während es in der Base war. Das heißt, kein Counter, kein Drake, kein gar nichts. Also wieder ein Gank ohne einen wirklichen Preis dafür. Absolut. Lurocks hier zwar farmtechnisch hinten, goldtechnisch. Trotzdem mit 300 Gold ahead. Botlane läuft auch super für Adhoc. 10 CS ist man jetzt hier vorne. Man hat die konstante Turret Pressure. Jetzt wird Lurock hier angegangen von Dorn Arts. Hat die Ultimate aber zur Verfügung. Alles entspannt. Kann man trotzdem raus, ne? Also auch die Ult für so einen Gank finde ich hilfreich. Das heißt, das ist auch gut für Donats gelaufen in der Szene. Stimmt. Trotzdem natürlich K6 mit den zwei Kates natürlich gut dabei. Jarvan hat hier keinen bekommen. Aber das finde ich auch nicht so schlimm. Weil er wird später dem Wunde trotzdem nicht one on one fighten können. Selbst wenn er die zwei Kates bekommt. Ah. Trotzdem jetzt hier ein tausend Gold Leads. Das wird sie von Adhoc. Xio lässt sich da lange lange Zeit bevor er als Huhn hier mal den Blubar von sich gönnt. Und Botlane, du hast es angesprochen. Es wird ein bisschen dauern, bis sie die da an den Turret festnageln können. Ab wann beginnt das? Ab Level 9 oder? Ja, das wird quasi mit jedem Level schlimmer. Weil der Push und der Poke von 6, der wird mit jedem Level stärker als der von Varus. Also alleine weil die Speils mehr cooldown haben. Und auch der 6-Kid ist ja genau für das gesagt. Ist alles AOE. Genau. Es ist alles für Push, alles für Poke. Bisher ist man da aber noch relativ konservativ. Und der Turret konnte noch gut verteidigt werden. Der eine Turret ist halt ärgerlich. Man geht jetzt hier für den Drake. Oder zumindest erstmal für die Vision. Ne. Ja doch. Man hat den Pinkguard gesetzt. Keine Vision für Big. Also Vision-Kontrolle auf der Bot-Seite komplett für Adhoc. Auf der Top-Seite interessanterweise sehr gut bei Big ausgestattet. Trotzdem Lillinelli ist schon zweimal abgeholt worden. Hat jetzt sein Flash bald wieder zur Verfügung. Und dadurch, dass man jetzt Kasix hier Bot sieht, wird wahrscheinlich mit den LL auch nicht nochmal ohne Flash hier zur Strecke gebracht werden. Und Ocean Drake. Auch zieht wieder gegen Varus nicht verkehrt. Aber hauptsächlich glaube ich nice auch den gegenüber Big zu denyen. Man hat ja ein bisschen Poke mit der Seite 6 selber. Aber einfach die Drachenkontrolle zu haben ist nett. Mit Kasix ist das immer eine große Stärke. Weil du durch diesen isolated Q-Damage da wirklich das Ding extrem schnell machen kannst. Du heilst auch über den Weg genug, um dich da zu sustainen. Du wirst dich überraschen, da hast du auf einmal 100 HP beim Drake. Und Tolkien hier. Das ist nice. Tolkien. Tolkien hält sich hier überraschend gut, muss ich sagen. Der Tor war auch noch relativ gesund. Das ist Minute 10 gegen den Six. Ist nicht selbstverständlich. Wumlin hat sich auch für die Zaubererschuhe entschieden. Hätte auch hier für den Zauberstab gehen können. Für mehr Push-Pressure. Finde ich auch besser. Weil auf der anderen Seite wieder Mercs sind. Aber auch hier. Oh, jetzt Engage mit der Varus-Ultimate. Da ist man zur Stelle. Rakan zwar mit der Ui und mit viel Movement speed dodge die Braum-Ultimate. Oh! Komm mal rein! Aber das war sehr gierig. Stirb jetzt hier. Xio mit den Flashtorn. Kriegt man ihn in die Luft. Kriegt man Lurox. Oh, eine Killing-Spree. Die sechs Ultimates. Oh, Komet! Und der Komet reicht nicht. What? Ich glaube, der hat nicht getroffen. Navi hat hier hauchdünn überlebt. Ja, da ist Barry ja der Retter gewesen. Mit Hilvera hier gestorben. Jetzt geht man für den Dive auf Krümel. Xio ist tankig genug. Ja, aber das sollte auch machbar sein. Tolkien relativ low. Aber Hamann kann ihn da nicht holen. Lurox fälscht hinterher. Kriegt den ersten Kick. Xio wird sie 10. Aber der Damage ist nicht da. Kann das nochmal wer tanken? Oh, Lurox. Das ist sehr greedy. Keiner hat da wirklich Schaden. Hamann überlebt das mal noch. Oh, die Spades sind es nicht. Oh, jetzt ist Tolkien down. Eieieiei. Also, das hat Hamann noch mal ganz gut gespielt. Six-Q hat nicht getroffen. Galio-Q hat nicht getroffen. Sonst wäre man hier von früher gefallen. Aber es ist trotzdem optimal für Atox. Sie kriegen hier den First Blood Turret. Minute 12. Das mit einem Six. Besser geht's kaum. Auch der Fight an sich lief ja optimal für sie. 2000 Gold ist man jetzt hier schon vorn. Goldener Sheet auf der Bot-Lane. Auf der Carry-Position. 1000 Gold. Top-Lane allerdings. Top-Lane hat Mundo den Turm auch alleine bekommen können. Mundo ist halt ein überraschend guter Turret-Pusher mit seinem E. Ja, Auto-Attack, Reset und hat auch mehr HD. Gerade wenn du low bist. Ja. Das heißt, man nimmt tatsächlich im Grunde, wenn du weißt, du willst den Turm, gönst du dir zwei, drei Auto-Attacks, ehrlich wie bei Olaf. Ja. Aber hier hätte man gerade, wenn Six nicht die W-Pässe fette, hätte man den Turret niemals bekommen. Also da tatsächlich mal wieder schön zu sehen, wie stark doch dieser W von Six beim Turret-Pushen ist. Auf jeden Fall. Wird jetzt hier auch dann nach oben rotieren natürlich, um den Harald Pressure zu haben und auch den Top-Lane-Turm zu pressern und in der Lage hier den Drake einzureißen, äh den Red Buff zu stehlen, dadurch, dass Lurox erstmal noch nach oben junglet, erstmal noch seine Camps kreieren möchte. Harald wird jetzt aber auch übernommen. Also eigentlich müsste Lurox jetzt im Top-Sight rumspielen. Wundert mich gerade ein bisschen, dass er jetzt hier für die Bot-Lane geht. Verstehe ich echt nicht so ganz, warum er jetzt hier für die Bot-Lane-Vision geht. Ich meine, es ist eine lange Lane, wo du mit Jarvan und Galio viel machen kannst. Naja, aber du rotierst ja nach oben, um den Harald zu contesten. Den jetzt einfach so für Free abzugeben, wäre brutal fahrlässig. Jetzt wird das Ganze auch gepinkt, erstmal mitnehmen der Fight. Ja, das ist eh kein Fight, eher ein, ähm... Aber viel interessanter ist eigentlich hier der... Aber der Harald war dahinter. Er wurde drafted und kann jetzt übernommen werden. Kazix auch auf dem Weg. Ultimate hat nicht gesessen. DonArts, lauf! Oh, Swipe kriegt den jetzt, aber DonArts reagiert gut mit der Ultimate. Xio jetzt zur Stelle, aber man zieht sich zurück. Der Harald hat ein Stück weit resettet, aber wird dann doch perfekt übernommen. Ja, Atok hat da halt einfach erstmal DonArts die Arbeit gemacht. Ja, es war optimal. Aber die wussten genau, was DonArts vorhat und haben den da bei 3.000 Euro übernommen. Er hat so... Gut gemacht an der Stelle. Jetzt ist Xio bedroht, hat keinen Flash, wird da wahrscheinlich nicht mehr wegkommen. Aber er ist halt so... Oh, der Volkin! Ah, der kommt hier genau im richtigen Moment. Kriegt allerdings nicht den Kick gegen Talia, aber jetzt ist NuRox da. Damit sollte zumindest Mundo doch mal irgendwann fallen. Die Turners hier vielleicht sogar noch. Nein! Tolkien kommt davon. Alle überleben hier wieder so low. Aber Harman ist keiner davon. Wieder überlebt hier Talia, aber spielt keine große Rolle. Ja, das Game hat deutlich mehr Charakter als das letzte. Ja wirklich. Das ist sehr blutig. Atok kommt jetzt sehr weit nach vorne und durch diese ganze Aggression konnte Mummel auch den zweiten Turm da oben einreißen. Damit ist man jetzt auf der Seite von Atok. 3.500 Gold vorn und für Big geht gerade alles schief. Und... Ja, diesmal greift dieser K6-Pick auch wirklich wunderbar. Sieben Kill-Beteiligungen hat der junge Jarvan auch. Währenddessen Mundo 0-3-0. Also... Ich meine, wir sehen diesen Mundo jetzt schon seit Monaten als Blind-Pick. Und er hat sich mal vernünftig gepanischiert. Absolut. Es hat einen Grund, dass fast alle anderen Nationalen und natürlich auch internationale die diesen Mundo deutlich weniger priorisieren, als wir es in Deutschland aktuell sehen. Beim SUV, da bin ich voll bei dir. Das ist auch international ein absolut gefragter Pick. Ja. Aber gerade beim Mundo hat sich das eigentlich fast ein bisschen geändert. Ja und jetzt sind wir hier in der Situation, wo hat der Goldvorsprung 3000 beträgt, aber in der 14. Minute. Ist halt insane früh. Sehr, sehr gut hier der komplette Anfang dieses Games für Atok. Ja und Big, die... Stehen die gerade so ein bisschen unangenehm da auch, weil ihre Team-Comp, die hat halt nicht das eine, was sie stark macht. Sondern sie haben so ein bisschen von allen. Und ich weiß nicht, ob das reicht gegen so eine Teamfight-Böller-Comp von Atok. Ja, trotzdem noch Poker. Mit der wird jetzt hier auch nochmal gepusht. Harrild kommt auch nochmal. Die machen jetzt hier richtig Dampf. Der Turm wird auch nicht verteidigt werden können. Also Big befinden sich jetzt hier gerade in einer extrem mistlichen Lage. Und ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so eine richtige Idee, wie sie da nochmal rauskommen wollen. Weil ihre Playmöglichkeiten begrenzen sich massiv. Im Prinzip auch die Varus-Ultimate, die hier sehr, sehr gut beantwortet werden kann. Ansonsten hast du eine Kindle, die ja extrem gut im Spiel ist, sehr viel Farm hat. Ja, du hast drei Kills und drei Assists weniger. Und trotzdem nur 500 Gold hinten. Das ist schon beeindruckend. Aber ansonsten sieht das hier schon eher düster aus für sie. Gerade der Varus mit Blade. Der wird hier einfach keine Uptime haben im Fight auch wieder. Das ist auch das Problem. Ich verstehe, dass er für Blade geht. Weil er wollte halt Lifestyle auch ganz gerne in der Lane haben. Aber die Lane ist halt beendet, bevor du bei diesem Item ankommst. Und jetzt bist du in der Phase, wo du denkst, sag mal mit Bethelty hätte ich doch ein bisschen mehr Impact. Ja, aber ich meine, er hat sich ja auch für Lifestyle-Tempo entschieden. Das heißt, wenn du schon für die Ruhen gehst, musst du auch für den Item mitgehen. Aber also gegen das Team. Jeder, der in deiner Auto-Tag-Range ist, der ist auch in der Range nicht anzuspringen und sich innerhalb von einer Sekunde zu Bursten. Apropos Bursten. Tolkien geht jetzt hierhin. Der Teleport kommt da von Wormel. Das bedeutet, jetzt kommt da eine Six-Ultimate wahrscheinlich auf den Mundo drauf. Aber es dauert alles sehr lange. Die Six-Ultimate kam doch gar nicht. Jetzt ist sie da. Oh, delicious. Also die kommt. Die funktioniert hier wirklich wunderbar. Ich dachte, man hat echt schon so die Six-Ultimate irgendwie ein bisschen mehr aus. Aber es war halt einfach der Galio. Ja, Leute. Aber ich muss sagen, eine Sache, die mir auffällt, ist. Als Caster hat man ja auch so ein bisschen diese minimalen Ermüdungswahrscheinlich, die auch Spieler haben. Und ich bin auch von vielen Plays jetzt deutlich mehr überrascht als in den ersten Pilotgames. Und den Spielern wird es ja höchstwahrscheinlich eher nicht gehen. Und gerade wenn Games so viel mehr Tempo haben, ist der K6 halt noch tausendmal stärker. Ja. Das ist ja der Grund, warum in der Sole-Q so disgusting ist. Und das ist der Grund, warum er hier gerade unglaublich gut dasteht. Generell muss man auch wirklich sagen, dass die Comp, die Atok jetzt hier hat, in der Situation nahezu perfekt ist. Also mit dieser Comp kannst du einen Split so hart runter snowboilen. Also wirklich mit jedem einzelnen Champion. Du hast mit Rakan im Prinzip undeneibaren Engage. Mit Javan einen. Mit Galio auch noch einen mit dem Flash-Tornt. Einen guten Follow-up. Mit K6 hast du Schaden, den du nicht so easy outplayen kannst. Mit 6 hast du enorm viel Push-Pressure, enorm viel Poke, enorm viel All-In. Und da gibt es einfach extrem wenig Antworten, wenn diese Comp in der 17. Minute fast 5000 Gold vorne ist. Also das wird für Biki eine verdammt schwere Aufgabe. Sie haben im Prinzip schon alle drei T1-Türme verloren. Zwei Ocean Drakes. Da können sie eigentlich noch glücklich sein, dass das nur Ocean Drakes sind. Das hätte noch viel, viel böser für sie enden können. Aber... Ich meine, Scaling, ich denke, da sind sie auf einer... Da sind sie recht gut ausgestattet. Später mit Kindred, mit Varus. Achso, extrem viel DPS. Thalia auch. Aber... Also das Spiel rennt ihnen hier wirklich brutal davon, muss man sagen. Ja. Kasix hat jetzt hier... Auch einen immensen Gold, die noch mal erreicht in den letzten Minuten. Toplane ja auch. 1000 Gold im... Das ist halt nicht schön anzunehmen. Schöne Stipe. Als Ad-Hoc-Fan schon, aber... Ja, und das darf man ja auch nicht vergessen, worum es hier für Biki geht. Wenn sie hier verlieren, dann vertritt Maus und EMSG die Jungs bei den European Masters. Ja, außer AEQ gewinnt das Ganze. Die sind ja schon... Haben sie verloren gegen SK? Zumindest kamen gerade die Caster an uns vorbei und stand 1 zu 0 zwischendurch. Bin jetzt irgendwie davon ausgegangen, dass es das 2 zu 0 war. Gehe ich mal davon aus. Ja, SK hat das Ganze gewonnen. SK 2 zu 0. Das heißt, kein Team außer Big ist doch in der Lage, Maus aufzuhalten. Und Big steht hier gerade am Rande der Niederlage im entscheidenden Game im Best of 3. Autsch. Das ist wirklich, wirklich schwer. Aber man muss mal gucken, wie es jetzt ist. Das heißt auch, dass Maus gegen SK im Halbfinale im unteren Tree spielt. Mit dem oberen ESG gegen... Und da sieht es aktuell nach ad hoc aus. Die damit auch ihren Fluch der Premiere Tour so ein bisschen besiegen würden, muss man sagen. Sehr, sehr unglücklicher bis jetzt gewesen. Aber jetzt kommt hier gerade Lurox und Rakan. Alter Schwede! Counterplay minus 4! DonArts kriegt also 6 Ultimate auf den Kopf. Yep! Okay! Ist in Ordnung. Du stehst 8-0. Du darfst das. Und du kannst da ja legit auch nichts gegen tun mehr. Also das ist ja wirklich das Problem. Der Rakan kann dich mit der Flash-Ultimate aus jeder Reichweite engelten. Das ist ja auch einer der Gründe, warum dieser Champion aktuell so eine hohe Priorität hat. Also... Ich leg mich fest. Big gewinnt das Game hier nicht mehr. Da brauchst du schon mehrere mittelschwere Wunder. Und grobe Missplays. Das ist aber nicht. Tolki kann ja auch während des Roots der Waus-Ultimate-Easy nochmal seine EQ-Kombo durchkriegen. Und ich muss ehrlich sagen, genau das war meine Sorge, dass das dritte Spiel eben so eine Böllerei wird. Finde ich sehr, sehr schade dafür, dass das zweite Spiel so auf Augenhöhe war. Und Big das erste Jahr sogar extrem clean gespielt hat. Also Atok hat mit jedem Spiel immer weiter aufgebaut. Aber neben das Game jetzt hier komplett 8.000 Gold sind sie vorne in der 20. Minute. Und der Zug, der beschleunigt noch weiter, der hält nicht an. Da bin ich voll bei dir. Aber ich muss auch sagen, dass das jetzt halt auch ein Game ist, was mich sehr ans erste Game erinnert, was die Pick-O-Band-Phase anbietet. Nach dem Motto, wir haben eine ganz klare Win-Condition. Mit dem Unterschied, dass... Oh mein Gott. Okay. Ich finde, dass sie diesmal einfach eine sehr gute Antwort auf diesen Varus-First-Bild gefunden haben. Finde ich auch. Bin ich voll bei dir. Aber quasi die Pick-O-Band-Phase war, fand ich, im ersten Game klar gewonnen von Big. Jetzt klar gewonnen von Atok. Mit dem Unterschied, dass die Kopf von Atok, wenn sie ein bisschen vorne ist, halt disgusting ist. Ich meine, der Kazik steht 9-0-3. Tendenz steigt. Und ich... Also ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, was hätte Big anders machen sollen? Ist gar nicht mal so einfach, hier eine Antwort zu finden. Und jetzt ist das Spiel ja wirklich... Also... Das holst du nicht mehr. Da ist auch... Die kommt von Atok einfach zu stupide. Zu einfach. Aus... Durchzuspielen. Das soll ja auch gar nicht negativ gemeint sein, sondern... Also... Die... Die rennen halt auf dich rauf. CC'n dich. Und burst'n dich, bevor du nicht mehr CC'n bist. Da gibt's halt nicht so viel, was du machen kannst. Ziggs hat jetzt auch schon zwei Items. Spiked hier super früh. Mitlane. Zio geht auf Full Damage. Ist aber trotzdem im Prinzip ein Tank gerade, weil die Gegner ja auch keine Items haben. Toplane Mundo mit 0-4-0. Ist immer noch Mundo, aber irgendwie auch wieder nicht. Also... Ja, ich glaub, die einzige Hoffnung, die du hast, ist halt mehrere gute Catches hintereinander zu landen. Aber selbst da... Agiert gerade Murmel halt aus einer sehr, sehr hohen effektiven Range. Zio, ich mein, der geht immer wieder in die Frontline. Aber solange der W ab ist, ist der halt trotzdem Full Tank. Ja, und jetzt kommt hier wieder Lurox. Und das... Also da ist... Ah ja. Also ne, da muss man nicht viel zu sagen. Das ist halt einfach K6 ab dem Moment. Bist du da halt einfach einen Moment. Zio spielt das so clean. Geht immer wieder für diesen ganz, ganz langen Taunt. Und jetzt ist hier vielleicht mal K6 getroffen. Aber... Der flasht raus. Überlebt das Ganze. Und Murmel denkt sich. Jo, weißt du was? Ich poke euch mal eben vom Töten weg. Da kommen die Kippe durch. Das ist wirklich so ein klassisches Beispiel, warum K6 aktuell so priorisiert ist. So ein Spiel. Er hat halt in jedem Spiel das Potenzial so auszurasten. Dieses Game hat dann natürlich die perfekte Kommt dafür. Aber... Also man sieht, wie absurd K6 ist, wenn er ahead kommt. Und in den vergangenen 20 Competitive-Spielen haben wir gefühlt gesehen, wie absurd stark K6 trotzdem ist, wenn er in 0-4 steht. Und das ist so ein bisschen die Kernproblematik quasi, dass er beides erfüllen kann. Und ich glaube auch, dass Teams sehr viel öfter in Scrims so spielen, wie wir es in diesem Game sehen. Ein offener Schlagabtausch. Jetzt Tolkien hier. Geh nochmal rein. Guter Flash. Dagegen überlebt man nochmal. Die Galio Ultimate kommt da nochmal rein. Was soll ich überleben? Nein! Keiner stirbt da wirklich. Jetzt sind wir bei den ersten beiden Toten. Xio teckt immer noch den Töten. Das ist katastrophal. Aber wer scheint das zu überleben? Alle super low. Aber... Ist jetzt vielleicht ein kleines bisschen deep gewesen, ne? Also minimal. Nö, du, eigentlich war das genau richtig. Oh, dass Xio das überlebt hat, ist ja nicht so. Inip. Inip. Ja, man wird da doch wohl jetzt noch die Muße haben, ja. Ei, ei, ei. 11.000 Gold in der 22. Minute. Das ist ne Ansage. Hallö. Mhhh. Da machst du auch wirklich nix mehr. Also Kasi ist einer der Champions, die einfach keinen Counterplay mehr haben, wenn sie so hätte. Straight up nicht. Er läuft immer so... Guck dir das an! Was ist das? Der war ja nicht mal isolated. Tja! Double Teleport in die Mitte, die Jungs, die wollen nicht auffüllen. Die sind jetzt nicht mehr zweimal überzuhalten. Also sie wollen aufhören. Also ja, sie wollen gerne. Ja, da kommt jetzt auch gleich nochmal der Wave von Six, damit hast du den, dann kommt der zweite Inhip. Oben kommt jetzt gleich die erste Super-Minion Wave. Aber ich denke mal, wird sie jetzt zurückziehen, den Nash holen und dann hier in Decke drauf machen. Und damit wäre Atok im Halbfinale, damit dem Stop in Köln auf der Gamescom einen großen Schritt näher gekommen. Also ich nehme mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, das Game is over. Das hast du auch vor 10 Minuten gesagt? Ja. Da hatte ich das Gefühl... Aber jetzt war das Fenster auch schon 400 Stockwerke hoch. Und ich nehme mich trotzdem raus. Nee, jetzt ist das Fenster nur noch aufs ersten, oder? Naja, nö. Ist ja... Achso, nee, aber ich nehme mich jetzt trotzdem, obwohl es 400 Stockwerke hoch ist. Ah, ah, okay. Oh wow, so habe ich das noch nie gesehen. Weil ich mir so sicher bin, dass ich da nicht rausfalle. Ah, okay. Also ich glaube, du drehst das gerade echt krass um. Oder? Ja. Aber es funktioniert. Und das ist die Hauptsache. Smite hatte nur auch gerade keine Lust zu, aber war auch nicht wichtig. Natürlich auch in so einem Moment muss man da eigentlich nichts anbrennen lassen. Aber ehrlich gesagt, kann ich auch nichts anbrennen. Also 12.000 Gold. Alles, was Atok jetzt macht, ist gefühlt schon für die Galerie. Big braucht hier jetzt echt ein mehrfaches Wunder. Ein Wunderring. Ich brauche elf Mitspieler jetzt, um hier nochmal zurückzukommen. Da ist doch nochmal der Johnny-Gedächtnis-Majors-Pick bei Xio. Zehn Stacks sind schon da. God, I love that. Ist ja mittlerweile auch sogar worth ein Daxi mit Zehn Stacks weiterzuentwickeln, weil du dann schon die extra Movementspeed bekommst. Und dann stirbst du. Und dann ist alles ripp. Ja, aber der Verkaufser war auch gar nicht schlimm. Aber ich glaube, Xio, der wird hier wahrscheinlich nicht mehr unbedingt sterben. Ich meine, Navio hat jetzt inzwischen zwei Items. Da muss man wirklich sagen, er schafft es trotzdem fast 10 CS pro Minute zu haben in so einem Game. Gleiches gilt für Krümel. Liegt aber auch daran, dass die Minions inzwischen in ihrer Base sind. Ja, und bei Super-Minion kommt ja auch immer ein Extra-Minion. Ja, stimmt. Da kennen wir denn sonst nicht jede Wave. Ich bin Super-Minion sehr wohl. Ja, und jetzt ist das hier natürlich für Big auch so eine Sache. Und die wissen ja auch, dass das Game eigentlich over ist. Aber die Versuche zweiter. Du willst hier dieses kleine bisschen Hoffnung auf Gamescom und vor allem auch auf EU-Masters, was man nie vergessen darf, halten. Und deswegen kämpfen die hier an. Und wir wollen das auch gar nicht irgendwie schlecht machen, wie die es hier probieren. Aber es... Ja, da muss man manchmal auch einfach schweigen. Jetzt der Rakana-Gage. Jetzt die Kalio-Kombi. Da geht man halt einfach rein. Da verschlägt es einen in die Sprache. Da kommt nochmal der Taunt hier. Ja, das ist ein Mundo. Aber warte mal, bis der Fokus da drauf geht. Aber es ist immer noch ein Mundo. Ne, Mundo sind halt immer Mundo. Es ist dreimal Knock-Up nochmal. Das ist das Ace. Das war's. Das ist es hier gewesen. Atok 24 zu 3. Holen sie diese dritte Begegnung. Es war am Ende nochmal ein Stomp. Es war trotzdem ein super enges Best-O-3, auch wenn es im dritten Game nicht mehr so rüberkam. Glückwunsch an Atok zu diesem Halbfinal-Einzug. Und damit auch indirekt Glückwunsch an die Jungs von Mausports, die den zweiten Slot für die EU-Masters damit sicher haben. Ja, und damit ist die dritte Partie am heutigen Tag zwischen Big und Atok Gaming auch beendet. Und man muss dazu sagen, ich hatte das Gefühl, dass der gute Xio sich gesagt hat, Leute, in der Viertelstunde geht Bauer so Frau los. Wir machen jetzt hier vorbei. Ich will jetzt sehen, 21.15 Uhr, Brudi muss los. Also den Eindruck hatte ich jetzt hier, dass sie einfach mal den Turbo reingehauen haben in dieser Partie. Das war der absolute Wahnsinn. Und herzlichen Glückwunsch natürlich an die Jungs von Atok Gaming. Ihr dürft nächsten Sonntag gegen ESG antreten im Halbfinale. Und natürlich dann, um die Partie im Finale auf der Gamescom zu spielen. Ja, also es ist natürlich jetzt recht schwer, das Ganze zu analysieren. Es ist halt eine reine Hau-Drauf-Comp gewesen, die ordentlich draufgehauen hat. Also dieser Six-Pick, den fand ich super intelligent. K6 ist halt komplett eskaliert. Hat aber auch einen sehr leichten Feed bekommen am Anfang über die Top-Lane, muss man wirklich sagen. Also die Combat einfach so schön funktioniert. Und ich glaube, mit dieser Comp hat Big auch ein Stück weit nicht gerechnet. Zumindest kam mir das so vor, die wurden halt wirklich komplett überrannt. Und ich weiß jetzt nicht, was wir im Replay hier noch analysieren wollen. Also es war halt ein Stomp vom Herrn. Ja, warum läuft denn das? Weiß ich nicht, du. Das ist auch noch das zweite Game. Ja, du. Der hat mehr Dammit als Six! Ja, das ist halt K6. Also das war wirklich eine schöne Performance. Aber eben auch sehr bitter für Big jetzt auf diesem Weg auszuscheiden, die sich halt wirklich im ersten Spiel extrem gut gezeigt haben, im zweiten Spiel lange gut gegengehalten haben und jetzt einfach nur überrollt wurden. Aber das zeigt, zu was Ad-Hoc hier tatsächlich fähig ist. Und im Endeffekt können sie jetzt nächste Woche ESG ein bisschen die Show vermasseln. Sie können sich rächen und sie können zumindest, auch wenn sie nicht mehr auf die European Masters fahren können, wenigstens ein Offline-Finale vielleicht mitnehmen. Ja, wo lustigerweise ESG oder Ad-Hoc Gaming dementsprechend zwei Finales dann auch auf der Gamescom haben wird. Stimmt. Weil sie ja schon bei dem ESL-Meisterschaft-Finale sogar gegeneinander antreten. Ja. Das wird jetzt vorgezogen. Kommenden Sonntag, wir sehen es gerade, haben wir nämlich ESG gegen Ad-Hoc Gaming hier auf diesem Kanal. Natürlich auch dann im Anschluss noch Maus gegen SK Gaming. SK Gaming hat es eben 2 zu 0 noch gegen AIQ durchgesetzt. Und somit sind also die vier besten Teams des dritten Cups, des dritten Stops bekannt. Ja, und SK Gaming mit der besten Leistung bisher. Ja, also rein tabellarisch bisher. Stimmt. Man muss aber fairerweise auch sagen, dass sie diesmal einen deutlich einfacheren Baum hatten, gefühlt zumindest. Also der obere Baum, der ist definitiv ein bisschen schwieriger gewesen. Aber so ist das Seeding halt nun mal manchmal. Und im Endeffekt, äh, das Game hier, das war auf jeden Fall ziemlich entertained. Und hätte mit einem anderen Champ Select vielleicht auch genauso gut an Big gehen können. Also das fällt mir jetzt schwer zu sagen, dass Big einfach straight up schlechter war heute. Ich meine, anhand des Spiels muss man es ja schon ein bisschen sagen. Aber es war halt eine Champ Select, die für sich einfach brutal in die Hose gegangen ist. Dieser Rakan-Six-Botlane-Picker hat extrem gut funktioniert. Dann dieser Solo-Killer-Botlane. Der K-Six, dass er so ausrastet. Man hat sich mit dem Mundo ein bisschen reinbaiten lassen, weil der Java nicht in den Jungle, sondern an die Top-Lane ging. Also in der dritten Champ Select hat Atok wirklich sehr intelligent gedraftet. Und da hat Big nicht mehr klarkommen können. Ja. Sehr ärgerlich. Schwierig, aber trotzdem natürlich Glückwünsche gehen raus an Atok Gaming. Und Mousesports ist dementsprechend auch schon vor den Jungs von Big, was die EU-Masters angeht. Die sehen wir nächsten Sonntag wieder, aber zwischendrin haben wir noch Summoners in League. Die ESL-Meisterschaft nicht, weil da ist ja das Finale in zwei Wochen auf der Gamescom. Aber trotzdem lohnt es sich dran zu bleiben. Es lohnt sich auch jetzt dran zu bleiben, denn wir schicken euch jetzt zu einen ALCS, wenn ich richtig informiert bin. Da ist der gute Eis mit dem guten Pinny unterwegs. Da ist nämlich auch wieder was los und sehr viel League of Legends. Vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall an dieser Stelle. Danke an Sola, danke an Johnny, danke an Piero. Du machst alles von alleine heute. Und ja, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis danni.